Liebe Leute, wenn ihr jetzt das hört, dran denken, wir haben Bonus-Folgen aufgenommen. Lasst uns wissen, wie euch das taugt. Und jetzt viel Spaß. Schickst du die Leute jetzt schon weg, bevor es eigentlich losgeht? Ja, natürlich. Wenn sie das jetzt hören, sagen, boah, das, was jetzt kommt, das ist ja schon mördergut. Wie gut sind dann erst die Bonus-Folgen? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Und was das auch voll gut ist, Benj, beziehungsweise Benjamin, der uns folgendes alternative Intro geschickt hat. Das war Plattdeutsch, vermutlich gemixt aus friesischem, hamburgischem und mecklenburgischem. Oh, da bin ich platt. Ja. Wahnsinn. Also, liebe Leute, schickt uns weiter alternative Intros in eurem Gusto. Ja, nichts ging platt, aber mein persönlicher Favorit, den spielen wir jetzt, glaube ich, auch noch ein. So, da kriege ich sowas von Kindheit. Der Dominik hat, ihr habt schon das Taschentuch und Pippin in den Augen gehabt und habt es jedes einzelne Mal. Also, danke für diese Einsendung. Dann hören wir mal da rein. Ihr Geschichtswissen haben sie als Videospiel. Ihr Benennen von Reddit und ihren Humor, ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Zeich über Sillemols, das ihnen so garantiert noch nie kehrt. Willkommen bei Ach, am Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Das war Pfälzisch. Aber ich mag auch, dass immer das R aber schön konsequent durchgerollt wird. Ich hätte auch gern mal so den richtig tiefsten fränkischen Dialekt. Also, das noch mal auf die Spitze getrieben. Oder nürnbergerisch so. Das ist ja ein fränkischer Dialekt, der mit dem fränkischen Dialekt überhaupt nichts zu tun hat. Naja, überhaupt nicht, würde ich nicht sagen. Aber ich meine, das ist dann auch wieder dieses, wie sprichst du genau? Bei uns ist ja dann schon wieder ein, sprichst du eher oberfränkisch, mittelfränkisch oder gar nürnbergerisch oder unterfränkisch. Das sind ja dann noch mal die Sachen. Und wenn du dann da noch mal reinzoomst, dann ist es ja so ein, sprichst du eher wie dergemeinde oder dergemeinde. Spricht man in der Südstaat anders als in der Nordstadt? Ja, klar. Okay. Wir könnten tatsächlich mal konsequent unser eigenes Intro in unserem eigenen Dialekt einsprechen. Mein Problem tatsächlich ist, dass ich… Was ist denn dein Problem? Ich kann kein reproduzierbares Fränkisch. Ich nehme ganz viel an, was andere Leute machen. Ich habe einen gewissen Einschlag von zu Hause und meiner Umgebung. Aber ich könnte es jetzt nicht auf Knopfdruck ordentlich reproduzieren. Also ich tue mich auch schwer mit Dialekt auf Knopfdruck. Das tue ich mich sehr schwer. Also klar, irgendwas ein bisschen albern daherreden, das kriege ich schon hin. Aber alles andere wird schwer. Ja, wir müssen zu mir auf Arbeit, zur Kantine, weil es fällt immer Menschen auf, dass ich mit dem Koch der Kantine immer fränkisch rede. Es ist aber gut, wenn man mit dem Koch in der Kantine ein gutes Verhältnis hat. Das ist das Beste. Beim Thema meine Arbeit, ich habe einen Pitch für euch. Und zwar ist das ein idiotischer Pitch. Ich möchte das schon vorausschieben. Ihr kennt ja die Art von Ideen, die so blöd sind, dass du dann irgendwann darüber nachdenkst, das ist so doof, das könnte schon wieder cool sein. Nein. Ja. Ja, ja, ja. Erzählen Sie mir mehr. Diese Folge, die wir jetzt hier in meinem Trautenheim ausnahmsweise aufnehmen, dazu später mehr, weil wir sind nämlich nicht alleine hier, sind wir jetzt mit einer Woche Verzug, weil einmal mehr sind wir der Krankheit ein Heil gefallen und jetzt sind wir eine Woche zu spät dran. Das heißt, wir nehmen in zwei Wochen schon wieder auf am 8. Dezember. Oh, krass. Oh Gott, das sollte mir mal jemand sagen. Das steht im Kalender. Seit fünf Monaten. Scheiße. Auf jeden Fall ist am 8. Dezember ist von uns in der Firma in Nürnberg ist so ein Marketing-Glühwein trinken. Oh, das heißt, du kommst dazu mit Umdrehungen. Jetzt habe ich heute erzählt, dass ich da nicht hin kann, weil wir Podcast-Aufnahmen haben. Ich dachte, du hast erzählt, dass du da zwei Leute mitbringst. Ja, ja, genau. Jetzt lass mich doch ausreden. Dann haben sie gesagt so, ja, wisst ihr was, ihr geht bei uns und nehmt das vor Ort auf. Dann könnt ihr mal live all die Kolleginnen kennenlernen, die Dominik immer erzählt. Ich glaube, da komme ich zwar nicht dazu, eine Geschichte zu erzählen, aber lass uns das tun. Also ihr seid hiermit offiziell eingeladen in die Hallen meiner Firma. Da gibt es auch diverse Meeting-Räume, die wir nutzen können. Dann sprichst du gerade unsere Zuhörenden an oder uns zwei? Ich spreche euch beide an. Wir hatten nämlich neulich so eine Anfrage. Tatsächlich hat uns jemand angefragt, ob er bei uns live mit dabei sein kann. Aber ja, falls Interesse da außen ist, dass wir mal eine Veranstaltung machen, wo ihr auch live dabei seid, dann sagt ihr Bescheid. Das klingt jetzt so, als wenn wir uns nicht schon mehrfach verzweifelt angeboten hätten. Wir haben auch T-Shirts im Verkauf. Bitte zwingt uns nicht, wieder künstliche Knappheit zu erzeugen, indem ihr auch mal ein T-Shirt wieder kauft. Moment, ich habe es schon mal gesagt, oder ich habe es euch schon mal, glaube ich, geschrieben, wir sollten auf unserer Homepage das Ding nicht mehr Shirts nennen, weil wir haben nämlich Shirts, aber auch noch sogar nicht mal Anziehsachen. Also nicht Anziehsachen, genau. Nicht Anziehsachen ist zu lang als Begriff fürs Menü. Aber Tassen, da sind ja wieder keine Shirts drin. Ja, aber hast du alle Tassen im Schrank oder nicht? Das ist immer so eine ungeklärte Frage. Na, ich packe gerade ein paar weg, von daher habe ich nicht mal alle drin. Das ist schon lange umbenannt, Philipp, stay up to date. Dann habe ich nicht nachgeguckt. Aber wisst ihr, was up to date immer noch ist? Das Original-Intro. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen mal wieder zusammen der Dominik, der Jürgen und der Philipp. Und wir nehmen in freudiger Dreisamkeit, wie immer, auf. Das klang jetzt, als würdest du sagen, wo wir gerade örtlich sind und dir wäre der Name nicht eingefallen. Genauso klang es. Nein, wir sind in einem Haus. Ich muss gerade mal kurz ein lautes Klettgeräusch machen, es tut mir leid. Aber Dominik, was ich dich schon lange mal fragen wollte, kann man dir irgendwie helfen? Weil ich hier die Augen trennen, Taschentücher habe. Nee, aber die trennen, du möchtest die Augen oder so, oder? Was, nein, ich habe nur zu fest reingelangt. Kennt ihr das, dass ihr manchmal das ganz angenehm findet, wenn ihr Druck auf euren Augapfel gebt? Ja. Ich kenne das, dass ich mir ins Auge lang will und dann stelle ich zum Glück fest, oh, ich habe eine Brille auf. Gut, sonst hätte ich mir jetzt voll ins Auge gelangt. Alle paar Jahre schaffe ich es, ich liebe ja diverse Hot Sources, Tabasco und Co. Und alle paar Jahre schaffe ich es tatsächlich, dass ich meine Finger ins Auge stecke. Und was soll ich sagen, es ist genauso, wie es sich anhört. Das ist wirklich einfach unangenehm. Ja, ich weiß, es ist sehr unangenehm und es ist jetzt ein schwacher Trost, aber ich bin gerade sehr happy für dich, dass es nur Tabasco ist. Da gibt es echt finstere Alternativen. Ja, also ich habe mir weder an der Stelle, an der sich anscheinend irgendwie jeder Typ, beziehungsweise jeder Penisträger mal irgendwie richtig wehtut, noch nicht wehgetan nach Chilis schneiden und ähnlichem. Aber irgendwie ins Auge gelangt auch schon. Und das irgendwie so ein Jahr, ich habe doch dreimal Hände gewaschen, alles gut. Nein, da ist immer noch genug an den Händen dran. Wir haben tatsächlich, ja jetzt, der Philipp hat es angedeutet, ein neues Bonusformat, wo wir ein wenig unserem Intro gerecht werden wollen. Hier mit Geschichtswissen aufs Videospielen und Wissen, was ist aus Reddit? Wie auch jetzt habe ich das Gefühl, wir haben es schlecht erklärt am Anfang von diesem Bonusformat. Aber wir erklären es jetzt einfach nochmal schlecht und dann habt ihr zweimal die Chance, es nicht zu verstehen. Genau. Ne, ich glaube, was spannend ist, sozusagen, du hast ja das letzte Mal tatsächlich so ein bisschen das Thema Reddit und wir haben noch andere Folgen, kommt alles noch, vorbereitet. Und ich glaube sozusagen, das Feedback, das wir gekriegt haben, war eher ein, erklär uns doch mal ein bisschen Reddit. Machen wir jetzt nicht heute, packen wir auch mal eine Bonusfolge, aber vielleicht wäre das ja mal so unser persönliches Reddit 101, also so ein, wie komme ich da rein, wenn ich das möchte. Wir haben die eine Million Downloads geknackt. Ich möchte an dieser Stelle uns allen, die wir hier sitzen, gratulieren und allen da außen herzlichen Wunsch. Und tatsächlich, ich habe ja mir geschworen, dass ich nichts mehr ausrufe. Ja. Wie jede Folge. Ja, naja, das Ding ist, also ich werde nichts versprechen. Vielleicht wollt ihr ja was versprechen. Vielleicht wollen wir dich was versprechen lassen. Weil unser fantastischer Hoster hat nämlich rausgefunden, wo der eine Millionste Download herkam. Okay. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an den Ronny von let'scast.fm. Soll ich dir was sagen? Unser letzter Hoster hätte das nicht gemacht. Ja. Wir können wirklich massiv unseren Hoster für Podcasts empfehlen, let'scast.fm. Das ist ein kleiner, netter, herzensguter Laden. Und wir kriegen da auch kein Geld für. Ich weiß gar nicht, wie klein die sind, aber ich glaube, das ist noch hier mit Herzensangelegenheit auf jeden Fall. Nö, 1,80 sind die bestimmt. Der, ähm, am... God. Anno Domini, 2022, 23. November, 0.36 und 56 Sekunden. Die Episode 15, Ronny Biggs, der flüchtigste Verbrecher der Welt. Die App war Castbox 9.4.1. Und die Stadt war... Krefeld. Und was war das Betriebssystem? Linux, Android. Okay, also wahrscheinlich ein Mobiltelefon oder... Ja gut, Krefeld war zumindest der Internetknoten. Ja. Also, du da draußen... Du da. ...der gedownloadet hat, des Nicht-Tins in Krefeld. Der Dominik möchte dir gerne nichts versprechen, wenn du dich meldest. Ich möchte dir gerne nichts versprechen, aber melde dich doch trotzdem mal. Ich sag's einfach mal kurz. Na, jetzt werden jahrelang kommen jetzt Mails mit, ich bin aufs Krefeld und habe auch einen Podcast gehört. Ich sag einfach mal kurz, coole Person, vielen Dank. Aber auch die anderen 999.999 weiß ich sehr zu schätzen. Vor allem, wie wir am Anfang noch die ersten 100 Downloads vorgefeiert haben und so. Ja, arg. Ja, richtig gescheit. Ich freue mich. Das ist wie bei L'Oreal mit dem Ehepaar. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich, wenn du dich freust. Du Guter. Du Guter. Das ist an mir vor Freude. Aber ein Du Guter zitiere ich auch sehr gerne. Das ist so schön. Das ist wirklich einfach nur fantastisch. L'Oreal, Papa und Reporters. Für alle, die immer sagen, wir babbeln, bevor es losgeht, so viel. Das wird ja, oder kommt jetzt ein bisschen mehr in die Bonusfolgen, von daher. Wir brechen das jetzt. Ich habe aber noch genug zu babbeln. Ach, jetzt jetzt doch. Keine Sorge. Danke, Jürgen. Also zum einen freue ich mich sehr auf nächstes Jahr. Da wird es nämlich eine regelmäßige Podcast-Veranstaltung in Nürnberg geben. Da, da, da. Die hat noch keinen Namen, deswegen werde ich noch nicht zu viel ankündigen. Aber am 1. Februar geht es los und dann jeden ersten Mittwoch im Monat. Haltet eure Augen offen. Ich werde auch da sein. Da, da, da. Und da sind wir, oder ist das, was ist das? Du kannst da gerne kommen, wenn du möchtest. Aber es ist nicht Auftritt? Nö. Ah, okay. Aber andere Podcasts. Ich lade andere Podcasts ein. Ah, okay. Quasi. Ich habe schon ein paar interessante Zusagen und es wird ein großer Spaß. Das sagst du jetzt. Ja, das sage ich. Das weiß ich. Ach, da, wieder maßloses. Das weiß ich. Und ihr, you heard it here first. Also das hat noch niemand irgendwo öffentlich angekündigt. Hör. Okay, das wollte ich dringend loswerden. Ich will noch was dringend loswerden. Patricia, vielen Dank für das Buch. Ich habe nämlich ein Buch bekommen und ich habe im ersten Moment, war ich etwas pikiert und dann ist mir eingefallen, dass es auf meiner Wischliste war. Das war nämlich 100 Ways to Improve Your Writing. Da habe ich gedacht, Mensch, was will die mir denn sagen? Und dann ist es mir eingefallen. Das habe ich selber auf meinem Wunsch gemacht. Das ist wirklich sehr witzig. Es tut mir leid. Vielen Dank. Soll ich mir den Hörerinnen und Hörern übrigens sagen, dass das Wasser bei mir ausgefallen ist? Oh ja. Das heißt, ich muss den letzten Schluck jetzt hier sehr sorgsam einteilen auf die nächsten fünf Stunden. Es ist, dümmer könnte das Timing nicht sein. Es ist hier anscheinend im Heidendorf das Wasser gerade ausgefallen. Ich hätte aus Nürnberg was mitgebracht. Wasser. Wasser. Guck mal, die Oma da. Hat er kein Wasser da. Danke auch an die anderen Leute. Ich meine, wir kommen im Ende Dankfest nochmal. An die anderen Leute. Ja, das hätte ich jetzt noch näher eingegrenzt. The Others. Da kommen wir im Ende Dankfest sicherlich auch nochmal drauf. Aber es gab ein, zwei doch überdurchschnittlich große Spenden in den letzten Wochen. Und ihr wisst ja nicht mal. Drei Euro. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das klingt so naughty. Ich bin sehr, sehr dankbar. Wir sind dankbar, Jürgen. Bist du auch dankbar? Ich bin auch dankbar. Dankeschön. Danke. Ich habe auch Post bekommen. Bist du ein Fleischsteg. Also nicht nur physikalisch, sondern auch E-Mail. Und zum Beispiel eine Mail von, jetzt muss ich nachschauen, von Sarah in Klammern achfangirl forever. From Sarah with love. Diesmal habe ich nämlich extra nachgeguckt, weil ich es sonst immer vergesse. Die hat mir das Thema für die Folge gebliefert. Oh, cool. Ja, danke Sarah. Das war anscheinend eine lange Folge, hat der Jürgen gesagt. Boah, ey, wenn du wüsstest, wie klein und wie dick dieses Buch ist. Wie klein geschrieben und wie dick von der Seitenzahl her. Das ist wirklich ein unfassbares Buch. Und am Ende habe ich so, Moment, und was ist die anderen 30 Jahre seines Lebens passiert? Okay. Also es ging noch nicht mal über das ganze Leben. Michel Platini. Also vielen Dank dafür. Und wir können, also, oder habt ihr noch was? Nein. Ich habe Angst, ob der Dinge, die du angekündigt hast. Was habe ich denn angekündigt? Unmengen an Wörtern, Zahlen und Buchstaben. Und wenn es gut läuft, sogar noch in einer sinnvollen Reihenfolge. Weißt du, was mich so glücklich machen würde? Wenn er ankündigt, dass es wirklich monumental lang dauert und dann hört er nach eineinhalb Stunden auf. Ich habe jetzt gedacht, du sagst eine Folge über Peter Fröuchen. Geht es um Peter Fröuchen heute? Ja, geht um Peter Fröuchen heute. Ach, Schmarrn, echt? Eine Folge über Michel Platini? Krass, das kaufe ich dir schon seit 20 Folgen nimmer ab. Wenn ja, sogar seit 40. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Das geht wirklich easy-beasy, dass man sagen kann, seit 40 Folgen, weil das ist wirklich realistisch. Und das ist halt schon vier Jahre her dann oder so. Alter, das ist echt viel, manal. Ey, wir werden jetzt fast bald schnell sechs Jahre alt. Ich werde schon sechs Jahre alt. Gute Nachrichten, Peter Fröuchen wurde viel, viel älter. Der wird am 20. Februar 1886 geboren. Und jetzt, irgendwer hat mir angeboten, ich soll bei chinesischen falschen Aussprachen gerne anrufen. Leider haben wir hier einen Ort in Dänemark, da hilft mir das nichts. In Nykobing, Pfalster in Dänemark. Ja, 200 Euro, dass man das nicht so ausspricht. Wäre ich fast, wobei es ist so ein durchgestrichenes O, das ist bestimmt ein Ö oder so. Die Eltern, Anne-Petrine, Friederike Rasmussen und der Geschäftsmann Lorenz-Benzon-Fräuchen. Schon als Kind liebt er die See. Und die See liebt ihn? Ich liebe auch die See. Als Achtjähriger besitzt er bereits ein Segelboot. What? Und er weiß es auch zu benutzen. Okay, das ist aber krass mit acht. Sollen wir mal deine Tochter fragen? Meine Tochter ist sieben und ich kann mir nicht vorstellen, wie sie ein Segelboot bald haben wird. Anna, du kriegst zum 8. Geburtstag, glaube ich, ein Segelboot. Kannst du bitte nicht hier durchgestrichen. I am sailing. Obwohl er sich in jungen Jahren nicht allzu sehr für die Schule interessiert, kriegt er irgendwann die Kurve. Er studiert schließlich sogar Medizin. Parkboot oder Steuerboot. Ich weiß nicht, auf welcher Seite die Medizin liegt. Aber als junger Arzt vermisst er seine Zeit auf See. Und immer mal wieder zieht er seinen Arztkittel aus und zieht seine alten Segelklamotten an und schleicht sich in den Hafen, gar nicht um zu segeln, sondern um Zeit mit seinen alten Freunden zu verbringen. Ich habe gerade überlegt, wie exzentrisch das wäre, wenn er seine Arztklamotten anlassen würde auf Boot. Vor allen Dingen, die sind ja auch weiß. Also er wird dann auch ziemlich durchsichtig durchnässt. Durchsichtig? Ah, für einen erotischen Schuh stelle ich mir das sehr sexy vor. Ich glaube, ein Arztkittel ist aus einem Stoff, der auch nass noch blickdicht ist. Das ist aber geil, wenn Sie das leider wissen. Aber da kommen öfter mal Flüssigkeiten auf dich zu in diesem Beruf. Wir kennen das nicht, die guten alten Ärzte, wet T-Shirt, äh, wet, äh, wet-Professoren, wet-Professoren-Look-Up. Ich nicht, erzähl mir mehr. Mach ich dann später. Also, nachdem der Philipp uns im Vorgespräch erzählt hat, dass es einen Reifen-Wet-Look-Spray gibt, oder was war das? Ein Spray war es? Ja, ja, das war, ich, also ich war heute Auto reparieren lassen und da stand dann ein Produkt rum, mit dem man seine Reifen einsprühen kann, bis zu 30 Mal. Und dann schauen die Reifen danach nass aus. Aber warum will ich den nasse Reifen? Also der Lüte von nassen Reifen, so das sehe ich nicht. Aber es gibt auch Sprühdreck für Geländewagen. Wenn du halt wirklich mitten in der Stadt wohnst und sagst, ich möchte aber posen, dass ich irgendwie am Wochenende das krasse Abenteuer erlebt habe. Wieso sagt mir, dass ich das nur auf meinen Geländewagen auftragen muss? Ja, ich meine, wenn es dein Ding ist, ich halte dich nicht ab. Sprühdreck. Ja. Das klingt wie Bärndreck. Und Bärndreck finde ich eigentlich ganz gut. Lakritz ist eines der wenigen Sachen, wo ich echt sage, so, noop, bin ich leider raus. Es gibt jetzt hier eine Anekdote zu unserem jungen Arzt. Eine einzige. Die erzähle ich aber nicht. Aber die erzähle ich jetzt vier Stunden. Es kommt ein junger Mann ins Krankenhaus. Schwer verletzt. Ein Typ aus dem Hafen. Der ist so kaputt, dass ihm eigentlich keiner mehr eine Chance einräumt. Keiner, bis auf den angehenden Mediziner Peter Fröchen. Yeah. Ich glaube, der ist Assistenzarzt in der Zeit oder so. Ich werde diesen Mann retten. Jo, das ist so ein Ding, so, dann kannst du nichts mehr kaputt machen. Mach mal. Er kümmert sich fürsorglich. Was hat er denn? Ja, der heißt irgendwo, keine Ahnung. Gegen was entlaufen? Noch ein Brüche und sowas. Oder Bamse hat ihn ins Wasser geschubst. Irgendwas. Wellenbrecher. Grüße gerne nachher ein Behrliches raus. Peter kümmert sich fürsorglich um den Mann, fliegt die Knochen, pflegt ihn sechs fucking Monate lang. Der Typ kommt tatsächlich wieder auf die Beine, also entgegen echt aller Prognosen. Und so überraschend, da kommen sogar die Mediziner aus ganz Dänemark, um sich diesen Fall anzugucken. Ja, dass jemand aus Überraschung stirbt, habe ich jetzt gedacht. So spektakulär. So ein Leben gerettet. Aber mal ganz kurz, Dänemark ist jetzt da zu unendlich riesig. Die meinen, sie wohnen eh da alle. Nein, nein, Sekunde. Ab wann wird es lächerlich, wenn du sagst, es kommen alle aus dem Land sowas wie ein Lichtenstein oder im Vatikan. Es kamen alle Ärzte von der ganzen, keine Ahnung, des ganzen Landes. Also bei Vatikans liegt dabei, da klingt es wirklich albern. Ja, ja, ja. Aber wo ist so die Grenze? Monaco, Andorra. Lichtenstein? Lichtenstein. Würde ich sagen, geht gerade noch. Okay. Und dann kommt der Tag, an dem der Mann genesen aus dem Krankenhaus spaziert. Also der Peter oder der andere? Der andere. Ach so. Alle sind in heller Aufruhr und haben sich sogar eingetroffen, um ihn zu verabschieden. Und sie gucken ihm dann noch so aus dem Fenster nach und so. Und dann fällt er sofort, so Monty Python-Sketch-mäßig, er fällt sofort in den Hafenbeck und er trinkt. Das ist sehr nah an der Realität. Nein. Wie bitter. Sie gucken ihm aus dem Fenster nach, um zu beobachten, wie er die Straße vor dem Krankenhaus überquert und von einem der ersten Automobile in Dänemark überfahren wird. Okay, das ist noch Monty Python-Nesca. Keine Chance mehr, diesmal ist er wirklich tot. Dominik. Das ist ja fantastisch. Entschuldigung, mit Held bitte. Nein, also ganz im Ernst. Aber das ist wirklich ein Monty-Python-Sketch. Wie geil ist das? Das ist wirklich ein Monty-Python-Sketch. Das ist ja großartig. Das ist ja absolut großartig. Okay. Entschuldigung. Ein Wunder, ein Wunder. Er kann wirklich... Vor allem auch einfach eins der ersten Autos. Das macht es irgendwie noch schlimmer. Weißt du, wäre es geil gewesen, wenn das Auto in der Zwischenzeit erfunden worden wäre. Also jetzt quasi... Es gab noch keinen Teil der Eingelieferung. Da gab es halt nicht so... Oder wenn es von der gleichen... Egal. Peter sieht das ein bisschen nicht ganz so entspannt wie meine beiden Podcasts... Das würde mich auch zurückwerfen in meiner Motivation. Ja, ist doch... Das ist tragisch, echt. Das regt Peter Fröchen so dermaßen auf, dass er den Arztkittel an den Haken hängt. Er verspürt eh schon länger den Call of the Wild. Und spätestens seit er mal... Und jetzt macht er sich auf die Jagd nach Autos und schießt so einen Autoreifen. Spätestens seit er mal bei einer Schulaufführung... Das finde ich auch cool. Bei einer Schulaufführung hat er mal ein Stück über eine Grönland-Expedition gesehen in einem Schülertheater. Und seitdem denkt er sich... Boah, Grönland. Aber die Logik ist jetzt gerade irgendwie sehr interessant. Oh, ich päppel jemand auf, bis ihm es wieder gut geht. Es ist nahezu ein medizinisches Wunder. Ihr überlebt. Fantastisch. Er verunglückt als Auto. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe nach Grönland. Ja, so ungefähr. Du hast es gut zusammengefasst. Verstehe. Philipp hätte tatsächlich euch jetzt ein paar Minuten Lebenszeit erspart. Aber zum Glück habe ich hier das Sagen. Auf der Suche nach Alternativbeschäftigungen erfährt Peter von einer Grönland-Expedition, die bald losgehen soll. Er bewirbt sich beim Leiter Mylius Erichsen, kassiert aber eine Absage. Aber Peter ist Peter und er ist ein sehr hartnäckiger Mensch. Er lässt nicht locker. Er belästigt den Typen so lange, bis der schlussendlich einwilligt. Und Peter zusammen mit vielen anderen eher unerfahrenen Seemännern mit auf die Reise nimmt. Aber kann man einen Arzt nicht immer brauchen? Also jetzt mal einen Saublüxer? Ja, ja. Ich glaube schon. Aber er ist ja auch kein richtiger Arzt. Er ist, glaube ich, noch nicht am Ende seiner Ausbildung angekommen. Ah, okay. Zur Vorbereitung muss Peter schon mal nach Südgrönland vorausfahren und Hunde und Ausrüstung besorgen. Er ist kein richtiger Seemann. Er muss schon mal vorausfahren. Ja, nicht alleine, aber er ist zumindest schon mal ... Wenn du überlebst, darfst du mitmachen. Ja, und da darfst du erst mal Hunde einkaufen gehen. Naja, und ich weiß nicht, Südgrönland ist, glaube ich, noch nicht so das Riesenabenteuer. Da kommt man noch halbwegs entspannt hin. Im Norden wird es dann richtig interessant. Wie jeder weiß. Wie jeder weiß. Er ist begeistert und aufgeregt, aber eigentlich nur, bis er in Grönland ankommt und feststellt, dass die Häuser und Menschen genauso aussehen wie in Dänemark. Das ist so ein typischer Satz, das würde niemand von sich selber sagen. Ich bin begeistert und aufgeregt. Aber es ist doch umso besser, dass ich das über die Menschen sage, wenn sie es schon nicht selber über sich sagen könnten. Ich würde es tatsächlich in manchen Situationen über mich sagen. Aber ich bin begeistert und aufgeregt. Das ist doch nichts, was du laut sagen würdest. Wirklich? In irgendeiner ... In welcher Situation? Naja, das klingt zu abgebrüht oder sowas, aber so ... Aber Philipp, das klingt nach einem Philippsatz. Ich bin begeistert und ein bisschen aufgeregt. Das klingt nach einem Philippsatz. Okay. Naja, andersrum. Ich würde es anders sagen, aber inhaltlich das kommunizieren würde ich. Oder ging es dir jetzt um die Formulierung? Die konkrete Formulierung. Okay, das verstehe ich. Heureka. Auf den zweiten Blick offenbaren sich Peter dann die Behausungen der Eskimos, die einfach in den Boden gegraben und mit Schnee bedeckt sind. Und deswegen hat er die einfach im ersten Moment gar nicht gesehen. Er findet jemanden, der Hunde zu verkaufen hat, aber dafür muss er erst mal mit so einem Boot übergesetzt werden. Der Boottyp ist ein Skinboat, also mit irgendeiner Tierhaut bespannt. Und im Boot sitzen nur Frauen an den Riemen. Und rudern, singend und gut gelaunt, 13 Stunden bis zum Ziel. 13 Stunden? Ja. Wow. Nebenher lernt Peter auch einiges über Eskimo-Fischer, die teilweise in den Kajaks nebenher fahren. Zum Beispiel, dass die oft bis ins Erwachsenenalter von ihren Müttern gestillt werden. Das ist ja widerwärtig. Jetzt muss ich immer doch den Elephant in the Room ansprechen. Werde die auch noch von ihren Müttern gestillt? Ja, dann hat das E. Nein, Philipp. Da ist ein kleiner Elephant. Das war erstaunlich gut. Ich habe lange geübt. Aber das ist eher der kleine blaue Elephant. Meine Antwort ist schon immer gewesen, wenn jemand zu den Kindern gesagt hat, wie macht der Elephant? Und wenn einer mit Terrain kam, habe ich einfach ganz laut. Ihr lockt die Siebenjährige gleich noch an. Nee, ich war eher Team kleine blaue Elefanten nachmachen. Aber worauf ich raus möchte, ist, wie ist das im Deutschen? Im Englischen sagt mir eher, du wählst Inuit, aber Inuit ist ja nur ein Volksstamm. Ja, das habe ich jetzt hier so ein bisschen mal aufgegriffen. Zwei Absätze weiter. Alles klar, gut. Aber ich kann es gerne, wenn dich das jetzt drin interessiert. Ich bin so flexibel. No. Also, ich werde heute die Begriffe Eskimo, Inuit, Eingeborene, Locals und noch ein paar andere ganz bunt mischen. Vor allem, weil in dem Buch, das Peter Fräuchen über sein Leben geschrieben hat oder über einen Teil seines Lebens, er selber oft das Wort Eskimo verwendet einfach. Also schon allein deswegen. Und heute würde man wahrscheinlich eher Inuit sagen. Aber Inuit ist auch nicht politisch komplett korrekt, weil das sind manche in Alaska, nennen sich so, aber nicht alle indiogenen Völker in Grönland und Alaska identifizieren sich selbst als Inuit. Für viele ist Eskimo vollkommen in Ordnung, aber auch nicht für alle. Und der Begriff Eskimo bedeutet auch nicht, wie man gemeinhin denkt, Rohfleischesser, sondern er bedeutet Schneeschuhflechter. Kannst du den Ausdruck für Eskimo? Bitte den? Dieses Rohfleischesser? Nee. Habe ich auch noch nie gehört. Also viele, für sich selber nutzen viele einfach den Begriff Mensch, der je nach Dialekt auch mal Inuit sein kann, was ein witziger Zufall ist. Oder auch Yupik oder Kalalit und so weiter. Yupik? Yupik, ja. Das ist aber schwierig, so jemanden zu nennen. Yupik. Und würde ich wirklich politisch korrekt sein wollen, was ich natürlich immer anstrebe, aber würde ich es wirklich sein wollen, müsste ich die ganze Zeit sowas sagen wie indigene Völker des nördlichen Polargebiets und das geht mir etwas sperrig. Aber kann man das nicht sexy abkürzen? Ja, mit Eskimo. I don't think that works. Nein, also tatsächlich, ich beziehe mich hauptsächlich, ich richte mich bei sowas nach der Quelle in erster Linie, außer es gibt jetzt irgendeinen triftigen Grund, das nicht zu tun und da die Lage jetzt nicht hundertprozent klar ist, habe ich oft Eskimo, aber auch andere Begriffe. Jürgen, ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, ich bin einfach nur noch enttäuscht. Ja, okay. Man sieht, es steht dir ins Gesicht geschrieben. Wo war ich? Im lötlichen Polarkreis. Erwachsene Inuit, die von ihren Müttern gestillt werden. Ich habe auch gelernt, dass zum Beispiel die Eskimo-Rolle gar nicht dazu gedacht ist, beim Paddeln cool auszusehen, sondern … Besser an die Zitzen, um da anzukommen. Damit, wenn du umfällst, wieder hochkommst, also wenn du unter Wasser bist. Der ist tatsächlich, um bei sehr hohem Seegang nicht von den Wellenbrechern zerquetscht zu werden. Also es rettet dir quasi das Leben, wenn du vor einer riesigen Welle das Schiff, dein Boot, dein Kajak einfach umdrehst. Ach was, bei so einem Wellengang solltest du mit dem erst gar nicht außen sein. Also ich wäre bei so einem Wellengang sicherlich nicht paddelnd irgendwie draußen, aber habe ich hier so, habe ich gelernt. Die größte gesurfte Welle der Welt ist vor ein paar Jahren von dem Deutschen quasi besurft worden. Vermessen worden? Besurft worden. Ach nein, besurft worden. An der portugiesischen Küste. Aber müssen wir gucken, das ist tatsächlich ein Deutscher. Aber hat man damals nicht so mitbekommen aus der Tagesthemen-Sicht. Mal blöd gefragt, wenn du beim Surfen davon runterfällst oder reinkommst, bist du tot? Bist du gefickt? Ja, wenn es dumm läuft. Also diese Welle ist unvorstellbar riesig. Ja, ja, ja. Nee, nee. Ich habe da auch schon so Bilder und Videos gesehen von Leuten, die solche surfen. Aber mein Gedanke war immer so, zermalm dich das nicht einfach oder hau durch das Energie. Nee, wenn du da reinfällst. Ja, du bist da drauf. Aber ich glaube schon, der Weg, da drauf zu kommen, ist, glaube ich, schon sehr hart an der Grenze des Machbaren. Ja, natürlich. Keine Frage. Es war nur sozusagen für mich immer so ein, wie ist das eigentlich, wenn du jetzt da wirklich runterfällst? Ist das so ein, nee, nee, dich spülst dann und dann drückt es dich wieder hoch und das geht schon? Oder ist das, nee? Ich glaube, das ist so ein Ding, so ein Moment von, fall einfach nicht runter. Okay. Just do it. Nee, just don't do it. Peter lernt auf dieser Überfahrt auch ein Mädchen kennen, Arnarak und mit der Farbe Anarak? Anorak. Mit A. Mit mehreren A sogar. Also Mädchen, jetzt wirklich junge Frau oder? Ja, so ein, nee, ja, junge Frau. Okay. Die verabreden sich von Abend zum Tanz und er findet die eigentlich auch ganz nice. Aber ich bin erst acht. Er ist dann abgeturnt, als er mitbekommt, dass sie ihre Haare mit Pipi gewaschen hat, aber es wird trotzdem ein schöner Abend. Ja, andere Linden, andere Sitten. Das werden wir, glaube ich, heute noch öfter hören. Ich sag nur, Papa, soll ich heute noch Haare waschen? Ich mag, du hast aus dem lieben Zwickler gesagt, Papa, kam auf das, ich muss da noch eins sagen. Ja, Anna? Okay. Also, just saying, mein Wasser, wenn noch länger ausfällt, dann muss ich vielleicht morgen auch mit meinem eigenen Pipi meine Haare waschen. Wenn jetzt auch noch Netflix ausfällt, dann sind wir jetzt hier zu viert gleich wahrscheinlich. Ich gucke mal, ob das Wasser wieder geht. Der Tanzabend, zu dem er sich verabredet, findet in einer von diesen Eskimo-Hütten statt und weil die eigentlich tendenziell eher klein sind und Peter tendenziell eher groß, er ist, glaube ich, 1,98, muss er die meiste Zeit ziemlich gebückt tanzen. Bis er dann eine Luke zum Dachboden entdeckt und dann macht er die einfach auf und stellt sich da rein und tanzt den Rest des Abends dann mit Kopf in der Dachluke. Ich habe jetzt gedacht, der Zerfiller ist twerking. Ich finde es sehr lustig, denn ich hatte früher zu Schulzeiten noch einen, ich habe ihn auch heute noch, ich habe ihn nur schon lange nicht mehr gesprochen, einen guten Freund, der auch so die Zwei-Meter-Grenze gerissen hat. Der Sammer, die Tage hast du gehabt, das immer. Und der musste im Bus auch immer, wenn er stehen musste, in dieser Aussparung für die Dachluke stehen, damit er wirklich aufrecht stehen konnte. Also, das ist echt nicht schön, wenn du so groß bist. Ganz ehrlich, ich mit meinen 1,83 denke mir an manchen Stellen schon immer ein, boah, das ist in Teilen unpraktisch. Ich rede nicht von so Sachen wie öffentliche Verkehrsmittel uns stehen können. Das ist alles noch sehr bequem, sondern allein so Sachen wie irgendwie in Flugzeugen oder in Bussen sitzen, so, ich rede nämlich nicht von der Körperhöhe, sondern eher so die Beinlänge. Ja, aber das ist auch nochmal… Und allein das nervt schon. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, das wären dann nochmal 20 Zentimeter mehr, mein lieber Gesangsverein. Du kannst ja auch mit 1,83 ein Sitzzweig oder ein Sitzriese sein, also es gibt nochmal sehr, sehr Unterschiede in dem Verhältnis von Oberkörper zu Unterkörperlänge. Das macht es unter den Umständen auch nochmal schwer. Aber das ist auch so meine Standardausrede, wenn beim Klettern was nicht klappt und mein Kletterpartner ist irgendwie, keine Ahnung, 10 Zentimeter größer oder 8 oder so, also nicht die Welt, aber das ist dann immer mein Standard, was ist einfach nicht für kleine Leute gedacht. Peter Fräuchen kehrt zurück nach Dänemark, wo er glaubt, dass jetzt da hier die Arctis-Expedition losgeht. Also hat er jetzt Hunde gekauft und kommt zurück? Er hat alles geregelt, kommt zurück und eigentlich soll es jetzt losgehen, aber es ist noch alles Chaos, sie müssen irgendwie noch das Schiff reparieren und noch Vorräte einkaufen und es geht ein bisschen drunter und drüber. Aber am 24. Juni 1906 startet die bis dato größte Arctis-Expedition von Dänemark aus. Und alle Zuschauer stehen auf den Gleisen, würde ich schon sagen, an den… An der Reling? Nee. An der Reling stehen ja die, die mit dem Schiff wegfahren. Die stehen am Kai, am Ufer, an der Hafenmauer. Ufer, ja. Danke. Ufer war, glaube ich, das Wort. Ja. Und es ist große Freude und die war ich dann aber sehr schnell, als Peter feststellt, dass einfach für viele wichtige Ausrüstungsgegenstände kein Platz mehr an Bord gewesen ist und dass die unerfahrenen Seeleute absolut unbrauchbar sind, gerade in den Momenten, wo man sie dringend bräuchte, denn wenn die See etwas stürmischer wird, alle sind dann irgendwie Seenkark. Aber er ist jetzt schon nicht mehr einer der Unerfahrenen. Naja, da er zumindest schon ein bisschen Sägerfahrung hat und so, er ist eigentlich schon eher, er gehört schon zu den Erfahrungen. Er hat so eine gewisse Logiklücke, weil, also er ist ja initial abgewiesen worden, weil er nicht viel Erfahrung hat, jetzt haben sie welche dabei, die noch weniger Erfahrung haben. Die Gründe für das Abweisen habe ich dir nicht. Dein Gesicht passt mir nicht. Du hast recht. Habe ich nicht näher ausgeführt. Mein fotografisches Gedächtnis ist, auf das ich gerade zugegriffen habe, bestätigt, dass du die Gründe nicht genannt hast. Sehr gut. Oder ist es so ein, das Ding ist eigentlich so ein Versicherungsbetrug, ein Großangelegter und der Typ denkt sich dann, so ein Arzt studiert und so. Aber es, also so schlimm ist es gar nicht. Nein. Sie erreichen irgendwann die Küste Grönlands an einem Punkt, der tatsächlich weiter im Norden liegt, als es je ein Weißer nach Norden geschafft hat. Ja, ich habe hier noch den fantastischen Satz stehen, das Inuit ist für uns alle Neuland. Ja. Aber da muss man wirklich sehr nuscheln, damit man den witzig findet. Naja, neben den unerfahrenen Begleitern sind dann aber doch auch noch ein paar hochkarätige Wissenschaftler und Forscher mit an Bord. Also es gibt einige hochkarätige Wissenschaftler und Forscher an Bord, einige, die es noch werden wollen und Peter freundet sich da mit einem, mit einem Meteorologen an, der aus Deutschland kommt, Dr. Alfred Wegener, ist jetzt nicht super bekannt, aber könnte man kennen, weil er einer der Ersten war, der die Theorie der Kontinentalverschiebung verhandelt hat. Wird allerdings erst nach seinem Tod anerkannt. Also tatsächlich ein sehr renommierter, heute sehr renommierter Wissenschaftler. Voll langweilig, die reden immer nur über das Wetter. Ne, gar nicht, die reden über Kontinentalverschiebung und so. Platten, weißt du? Wie die DJs, die reden, können wir zwei auch. Die reden auch immer über Platten, die Friseure auch. Also die hängen immer zusammen rum und Peter geht immer ein bisschen zur Hand und die beobachten zusammen das Wetter und da lernt er auch ein bisschen was von dem. Peter macht sich da auch ganz gut, so gut, dass er dann im Herbst 1907 von unserem Dr. Alfred nach Norden in die Nähe der Ice Cap entsandt wird. Das ist das zentrale grönländische Eisschild, also quasi ein immens riesiger Gletscher in der Mitte Grönlands. Dazu werde ich euch später noch mehr erzählen. Und er soll jetzt quasi, also sie wollen da irgendwie Forschung betreiben und wollen mehr über dieses Eisschild herausfinden und er soll jetzt möglichst nah heran. Ist es kalt? Es ist kalt. Es ist sogar eiskalt. Er soll möglichst nah heran, um da eine Hütte zu bauen, da zu überwindern, jeden Tag drei Messungen zu machen. Für diese drei Messungen macht er, also kann er eine quasi. Cholesterin. Cholesterin. Vitamin D. Körpertemperatur, nee, das wäre tatsächlich echt noch hilfreich, aber nee. Also eine Messung muss er immer auf Meereshöhe machen, also kann er dann quasi schon direkt vor seiner Hütte machen. Eine dann auf halbem Weg von dem Berg hoch zu Beginn des Eisschilds und eine dann auf der Spitze von eben jenem Berg. Und er kriegt dafür auch einen Begleiter und die sollen sich dann immer nach ein paar Wochen abwechseln. Ja, also die fahren dann da irgendwie zusammen raus und dann geht einer und dann kommt irgendwie der Nächste. Aber schon nach zwei, drei Wechseln hat irgendwie keiner mehr Bock auf Peter und er beschließt, dass er den langen, dunklen Polarwinter alleine jetzt da verbleiben wird. Komplett alleine, den ganzen Winter. Ja. Vor allem diese Dunkelheit. Das ist ja quasi nur eine Nacht. Aber das ist ja im wahrsten Sinne, das ist echt düster. Das ist echt düster. Aber es ist nur eine Nacht, das hält man schon aus. Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein Polarwinter ist, kannst du nochmal betonen, was das bedeutet? So von Oktober bis April, glaube ich. Also das komplette Dunkelheit. Ja. Also Mitte Oktober schaut die Sonne ein letztes Mal kurz über den Horizont, danach Dunkelheit. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, von den praktischen Sachen her abgesehen, ist aber für die menschliche Psyche, ich glaube, dieser Polarsommer fast noch schlimmer, also wenn es nicht mehr dunkel wird. Und werde ich später, glaube ich, auch nochmal sagen, die Eskimos sind auch eher so, ey cool, endlich wieder dunkel so. Ja. Ein bisschen. Die, was ich mir gerade gedacht habe, dass so viele Monate Dunkelheit cool wäre, um mal die, den Pile of Shame abzuarbeiten. Und, was ich dir noch erzählen wollte, ich habe letzten Sonntag, habe ich Toonstruck gespielt. Oh, ach toll. Toonstruck, na klar, Christopher Lloyd. Ein Roger Rabbit mäßiges Adventure mit Lloyd Bridges, mit dem Schauspieler von Zurück in die Zukunft. Heißt du nicht Lloyd Bridges, sondern wie er ist er? Jetzt habe ich es gerade gesagt, Lloyd heißt mit Nachname Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, Entschuldigung. Fantastisch. Ja. Ich habe das tatsächlich nicht gekannt und ich habe sehr viel Spaß gehabt. Es gibt, finde ich, ein, zwei Stellen, das sind ein paar Rätseln, ein bisschen albern, aber die Figuren sind großartig. Welches findest du albern? Weißt du es ausführlich? Wie? Welches Rätsel? Ich weiß es nicht mehr ausführlich, aber es gibt ein, ich finde, es sind so ein, zwei, wo man jetzt, finde ich, nicht so draufkommt, wenn man nicht irgendwo mal eine Lösung anguckt oder so, wo dann auch nicht bloß Cartoon-Logik ist, sondern wirklich so ein bisschen so ein, wirklich das jetzt an der Stelle, ja okay. Also ich fand es auf jeden Fall großartig und vor allen Dingen, auf Steam läuft Scum VM jetzt automatisch. Oh, okay. Also das fand ich auch sehr bemerkenswert. Ihr Geschichtswissen haben sie als Videospiel. Ja, genau. Ich hatte es damals in so einer Goldbox-CD-Collection, das war irgendwie fantastisch, diese Goldbox-CD. Vor allem wie wenig, also ich denke mir bis heute, welche Spiele da alle drin waren. Das war natürlich total wirr, weil du kaufst da eine Packung und da sind dann einfach, keine Ahnung, wie viele waren das, 20 Spiele oder was drin? Meistens halt zwei gute und der Rest irgendwie ziemlicher Sport. Aber da war richtig gutes Talk, da war Toonstruck drin, da war Kings Quest ein Aktuelles drin. Das findest du gut, oder? Was denn? Kings Quest. Kings Quest 7 leider nicht so. Von daher, aber die anderen Teile waren recht gut. Also ich habe meine wirklich Erinnerung an diese Boxen, die fast alle anderen Erinnerungen an diese Boxen überschreibt, ist die Box, in der Driver 1 war. Wie ungefähr 90 Prozent der Leute nicht aus der Parkgarage im Tutorial rausgekommen Das ist schon wirklich Wahnsinn, wie man das übersehen konnte damals. Jürgen. Mitte Oktober. Speaking of Elephant in the Room. Auf meinem Schoß sitzt ein Kind. Dieses Kind muss jetzt... Anna, kann der Jürgen guten Elefanten nachmachen? Jetzt waren gerade meine Lippen etwas trocken, aber du musst jetzt ganz doll nicken. Danke. Das wird toll genickt. So. Also, ich würde folgendes vorschlagen. Die Anna sagt jetzt dem Josch, guten Nacht. Ja. Und dann bin ich mal kurz weg. Na klar. Aber macht bitte weiter. Ich möchte wirklich... Ich fasse mir die Ereignisse kurz zusammen. Es sind wir echt schon an dem Punkt, wo dir dein Schlaf wichtiger ist, als die Zusammenhänge mit dieser Geschichte zu erfahren. Nein, ich bin nur kurz weg. Der... Was echt extrem interessant wäre, wenn ich einfach einschlafen würde... Weißt du, was extrem interessant wäre? Die Geschichte, die ich euch erzähle. Also, Anna, pass auf. Wir brauchen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt mal dieses Headset aufsetzen. Weißt du, andere zahlen Geld, ne? Freiwillig, um sich diesen Podcast anzuhören. Dann hörst du den Philipp und den Jürgen. Ist froh, wenn er ein paar Minuten sich einfach davonstehen kann. Das stimmt wirklich gar nicht. Brückst du mir ein Bier mit? Ja, warte. So, Anna. Ich weiß nicht, ob Anna uns vorher auch schon ziemlich gut gehört hat. Anna, sag mal was. Was denn? Irgendwas. Jetzt hörst du dich auch. Genau. So. Erklärt mal der Anna, was sie jetzt sagen soll. Du musst jetzt sagen, gute Nacht, Josch. Gute Nacht, Josch. Gute Nacht, Josch. Gute Nacht, Josch. Aber wenn es blöd war, dann weiß Josch gar nicht, wie es ausgeht. Das stimmt. Aber vielleicht können wir das einfach dann nochmal einschneiden. Aber das Schöne ist, wir wissen ja auch, dass Josch die Folgen mehrfach hört. Das ist richtig. Aber irgendwie muss es ja ausgehen. Irgendwie muss es ausgehen. Magst du noch irgendeine Geschichte erzählen von der Schule oder so? Ich habe keine. Du hast keine Schule? Die einmalige Chance gewesen. Ich habe keine Geschichte. Ach so. Und was ging es bei den Gummibären gerade? Um den Gummibärchen-Trank. Wie heißt der Bösewicht bei den Gummibären? Ich wollte jetzt schon sagen Gagamee. Ickzorn. Ickzorn. Das hätte ich jetzt nicht mehr sagen können. Und wie heißt das kleine Monster? Toady. Der Toady. Stimmt. Toad what? Das habe ich jetzt schon lange nochmal geguckt. Gummibären. Hüpfel hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Schade, dass Josch das jetzt verpasst hat, weil er schon schläft. Aber der hört es hier wieder. Okay. Dann musst du dann hier anfangen. Also vor 10 Sekunden. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Anna. Gute Nacht, Dominik. Sehen wir uns noch? Wir sehen uns noch. Lässt du mir noch ein Bier da, bevor du ins Bett gehst? Ich gehe nicht ins Bett. Ich gehe nur kurz ins Bett. Ich mache es mir auch nicht bequem, okay? Also meine Frau versucht es auch immer und dann sehe ich sie am nächsten Tag, das nächste Mal. Magst du ein Oktoberfestbier oder ein helles oder was magst du? Nein, ein helles. Philipp, magst du noch was trinken? Ich bleibe bei Wasser, danke schön. Gut. Ich muss doch mitfahren. Helles, ja. Danke. Du küsst dich jetzt schon mit Bier besser aus als ich. Meine Frau hat mich auch schon mehrfach gefragt, was eigentlich ein helles ist, aber das ist mir aufgefallen, so richtig gut erklären kann ich es irgendwie auch nicht. Ich check das auch mal. Das ist halt so das Standardbier. Ein helles. Wo ist denn das her? Aus der Bayern. Aus Niederbayern. Oh neulich, habe ich dir das erzählt, als wir im Hirsch auf Konzert waren, habe ich doch mich auf dem Parkplatz vorher mit einem Herrn unterhalten, der hat mir ein Bier angeboten und dann war das ein Metzgerbräu, witzigerweise. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, dass es nicht der Metzgerbräu ist, aber er kommt irgendwie da aus der Ecke und er wusste sofort, wovon ich rede, als ich von dem Pfefferbeißern angefangen habe. Das war wirklich, ich brauche mal wieder Pfefferbeißer vom Metzgerbräu. Sag tschüss. 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 Gute Nacht. Schlau schön. Sollen wir jetzt wirklich weitermachen oder sollen wir nur so tun? Wie du magst. Oh Gott ey, so arg ich Fan bin von solchen Witzen irgendwie die endlos durchzuziehen, das ist mir einfach zu anstrengen. Ja. Da esse ich lieber Salat. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, ob wir jetzt weitermachen sollen oder nicht. It's up to you. Ich meine, das ist, das ist jetzt kein Abschnitt, der wirklich wichtige, naja, es ist sein erster Ausdruck, du musst es ihm dann zusammenfassen, ja. Also, Peter hat sich zum Glück den Weg diesen Berg hinauf, von dem ich gerade erzählt habe, vor gefühlt 20 Minuten, den hat er sich eingeprägt, als noch Licht war, was schon mal ganz hilfreich ist, weil er ja jetzt den Winter dort verbringt und dann ist es dunkel. Aber, also kurze Frage, ist das jetzt auf dem Gletscher drauf? Oder auf diesem Gletscherartigen Weg? Das ist quasi am Rand. Also, du darfst dir den Gletscher, glaube ich, auch nicht so vorstellen wie so richtig Hochgebirge-Gletscher, sondern es ist halt mehr oder weniger eine große, die große Inland-Eisfläche. Okay. Aber ich will einfach nur darauf raus, ist so ein Ding stabil oder endet das mal seine Form? Ja, nein, das ist schon mega stabil. Okay. Das ist ja Inland, also das treibt auch nicht. Oder so, da ist kein Wasser, ne? Das ist einfach, also ist schon Wasser, ist gefrorenes Wasser, aber es schwimmt nicht im Wasser. Ich weiß nicht genau, ob drunter, oder muss ja dann irgendwo Wasser sein, aber das ist wirklich relativ stabil. Er baut sich jetzt da eine Hütte und die ist ziemlich mickrig und dadurch, dass das Kondenswasser auch noch immer gefriert, wird die mit der Zeit auch immer kleiner. Und dann geht ihm irgendwann auch noch die Kohle aus. Die Wände kommen auf mich zu. Und die Nachschubschlitten werden immer wieder von Wölfen angegriffen. What the fuck? Also irgendwann hockt er in dieser Hütte, hat keine Kohle mehr und es friert immer weiter zu und er kann sich dann irgendwann gar nicht mehr komplett ausstrecken. Okay, das ist wirklich hart creepy. Es ist kalt, es ist eng, es ist dunkel, das macht dem Peter aber überhaupt nichts aus. Was ihn aber nervös macht, ist das Knurren der Wölfe auf seinem Dach. Auf seinem Dach? Also Moment, das heißt, du hockst in so einer winzigen Putze, die immer noch kleiner wird. Im Dunkeln. Die Wände kommen auf dich zu, du kannst dich nicht mehr ausstecken und auf deinem Dach hocken Wölfe. Bei ungefähr minus 40 Grad. Ja. Gut, guckt Netflix und hört ein bisschen Dr. Alban. Wo muss ich unterschreiben? Dr. Alban. Das ist wirklich albern. Das wäre jetzt cool, wenn ich schnell dieses Chip-Geräusch auf dem Soundboard finden würde. Noch besser ist, wenn man es vorher ankündigt. So, also die Wölfe sind sein Bossgegner hier draußen, mehr oder weniger. Die fressen ihm nach und nach und das ist echt ein Problem. Haare vom Kopf? Fast die Schlittenhunde weg. Nein. Das ist aber fast, das ist quasi das Eskimo-Äquivalent zu Haare vom Kopf. Ey, das, aber hast du dann nicht irgendwann eine Gedanke, es geht zu Ende? Naja, sie greifen auch ihn an. Er stellt dann Fallen auf und er hat auch Schusswaffe dabei. Also er muss sich aber einmal auf dem Weg diesen Berg hoch wirklich auch mit einem Sprung im letzten Moment zur Seite retten, weil so ein Wolf ihn gerade irgendwie anspringt. Wow. Und er schlittert dann über so eine Kante und stürzt richtig ein Stück ab. Zum Glück in frischen Pulverschnee. Also da hätte auch richtig viel schief gehen können. Alter Schwede. Und dann entdeckt Peter seine Superkraft. Er kann unglaublich schlecht singen. What the fuck? Und das hält die Wölfe tatsächlich auf Abstand. Jetzt, Moment. Ernsthaft? Ja. Was? Ja, nach seinen eigenen Erzählungen kann er unglaublich schlecht singen und wenn er laut singend da durch die Gegend läuft, dann bleiben die Wölfe von ihm weg. Mein Guest wäre jetzt gewesen, dass er dem Wolf einfach Rotwein und Kuchen anbietet, aber okay. Nee. Ich möchte singen. Okay. Die Wendung hätte ich jetzt nicht erahnt, aber bitte, es ist ein bisschen schade, dass der jetzt natürlich nicht in Zeiten von Singstar und Co. lebt, aber. Ja, jetzt ist es ein bisschen schade, dass Dominik jetzt diese schöne Anekdote verpasst hat, aber die müssen wir ihm dann vielleicht nochmal kurz. Ja, vor allem mit ihm loszuziehen und Karaoke zu singen, das durfte mega. Mega. Ja. Aber er könnte auch Wolf Mothers singen. Als Peter Wochen später im Polarfrühling wieder zur Basisstation zurückkehrt, erfährt er, dass der Expeditionsleiter und zwei Teilnehmer verstorben sind. Allein, allein. Was ich jetzt spannend finde, weil das ist ja quasi die Interzivilisation, sind in der Zeit drei Leute gestorben, aber er ist irgendwo alleine am Arsch der Heide im Dunkeln mit Wölfen. Umgarn von Wölfen. Und steckt es locker weg. Also ich hatte zwischendurch auch ein bisschen so ein Shining-Gefühl, aber ich glaube, die Hütte war ein bisschen kleiner. Du brauchst keine Axt mehr reinzukommen. Also von diesen Expeditionen, man muss natürlich dazu sagen, die waren auch unterwegs, also die waren jetzt auch nicht nur in diesem Basislager, die sind einfach von den Erkundungstouren nicht mehr zurückgekehrt und die werden dann später erst gefunden. Zwei wurden von schmelzendem Eis in einem Fjord eingeschlossen, also da war dann quasi das Eis weg und die kamen nicht mehr übers Wasser. Und die sind dann erfroren und verhungert quasi. Oh, das ist bitter. Und der dritte, das ist noch krasser, der hat es noch bis zu einem Proviantlager unmittelbar in der Nähe geschafft. Hat aber keinen Sturzenöffner. Ja, er war dann so entkräftet, dass er das Lager nicht mehr aufgebracht hat. Also ich weiß nicht genau, wie es verschlossen war, aber das ist ja dann zugefroren und mit Eis und der hat es nicht mehr öffnen können und er ist quasi vor dem vollen Kühlschrank verhungert. Oh, das ist bitter. Das ist wirklich böse. Eieiei. Und das war noch ein Local, also das war keiner aus Dänemark, sondern ein Inuit. Ich hoffe, so instillend, die Story geht weiter mit dem Fakt, dass er befähigt ist, so schlecht zu singen. Nee, das taucht, glaube ich, mit mir Sorge auf. Ach, Jürgen. Nach insgesamt sechs Monaten nähert sich das Ende des Ausflugs. Bei der Rückkehr in Kopenhagen ist dann sogar, also da ist auch wieder Partystimmung, da ist sogar der König und der Premierminister von Dänemark zugegen. Es ist eine riesige Feier. Wird auf der Feier gesungen? Ich gehe davon aus. Er auch? Davon gehe ich nicht aus. Zumindest laden sie ihn noch tagelang zu Empfängen und Feiern und Interviews und allem möglichen ein. Bis er anfängt zu singen. Ja, dann nicht mehr. Dann nicht mehr. Also es ist ein Mega-Erfolg, diese Expedition. Wahrscheinlich hätte auch keiner damit gerechnet, dass so viele unerfahrene Leute weiß, dass die irgendwie was zustande bringen. Also was ist eigentlich der Erfolg davon? Er hat überlebt und ein paar andere Leute sind gestorben. Naja, sie kamen halt heil wieder zurück erst mal, von einem Punkt nördlicher, als jemals ein Weißer irgendwie war. Und diese Messungen hat er die jetzt aber regelmäßig noch durchführen können? Oder war da noch nicht mehr zu denken? Da ist er quasi täglich halt mal aus seiner Hütte rausspaziert, da hoch, hat gemessen und wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Messungen per se jetzt viele Erkenntnisse gebracht haben, aber sie waren an einem Punkt im Norden, wo vorher halt noch keiner aus der Zivilisation war. Das ist schon ein Ding. Naja, andersrum. Ich habe jetzt gedacht, nach den Erzählungen mit den Wölfen bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass das jetzt alles noch regelmäßig klappt. Also du hast gedacht, er ist einfach dann in seiner Hütte liegen geblieben? Naja, in Teilen schon. Ich meine, hallo, wenn da die Wölfe vor deiner Tür hocken, sagst du dann, ach ja, jetzt gehe ich mal raus? Ja, wenn ich schlecht singe, schon. Okay, stimmt. Aber singst du schlecht? Ich singe unglaublich schlecht, aber ich habe wahrscheinlich deswegen auch noch nie einen Wolf gesehen. Ach, das kann sein. Das stimmt gar nicht. In Hunshaupten habe ich schon mal einen Wolf gesehen. Nee, ich sehe es nicht. Der konnte aber nicht weg, weil da war das Gehege zu Ende. Und hast du dann gesungen? Das wollte ich ihm nicht antun. Hunshaupten ist eine schöne Art, zum Spazierengehen. Gute Art für Family oder Leute, die einfach ein wenig gechillt spazieren gehen. Ja, wir waren da auch Richtung Würzburg. Irgendwo gibt es auch nochmal so eine ähnliche Anlage, die ist auch sehr schön. Da gibt es Wollschweine. Die gibt es aber in Hunshaupten auch. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, das ist länger her, aber das fand ich da sehr schön. Peter geht zurück an die Universität und das ist natürlich jetzt ein harter Bruch aus dem Eis im Norden mit den Wölfen an die Universität. Und deswegen hält das auch nicht lange aus mit den Leuten da. Aber lehrt er oder lernt er? Ich glaube tatsächlich, dass er lehrt, dass er über seine Expeditionserfahrung irgendwie da spricht und so. Aber er hält das in diesem Ambiente nicht aus, weil die Lebenserfahrungen einfach zu verschieden sind. Nee, Quatsch. Ich glaube tatsächlich, dass er sich nochmal für ein Studium einschreibt. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt Unfug erzählt. Ich glaube tatsächlich, dass er sich nochmal einschreibt und aber von den Leuten um sich herum dann so gelangweilt ist, dass er letztendlich frustriert, die Uni wieder verlässt und dann drei Romane schreibt, die er für ein lächerlich kleines Geld an einen Verlag verkauft. Kam die dann im Kälter Verlag raus? Tschir, Tschir. Ich weiß es nicht. Okay. Den kenne ich tatsächlich nicht. Habe ich, Kälter Verlag habe ich noch nicht gehört. Denk doch mal an die Damen von Drama Camonara, die wir zu Gast hatten. Die lesen auch immer aus diesen schlimmen Meine-Schuld-Quäften aus dem Kälter Verlag. Deswegen kenne ich das auch nicht. Okay. Ich verstehe. Besser läuft es, als er anfängt, Vorträge über die Arktis zu halten. Das ist nämlich dann jetzt was, was für ihn funktioniert. Aber was waren diese Romane dann? Ja, das war schon alles. Allein unter Wölfen. Ja, der wird auch später im Leben dann nochmal Romane schreiben. Singing in the Ice. Immer angesiedelt, auch im Norden und im Eis und im Schnee und so. Also es ist schon teilbiografisch, würde man wahrscheinlich sagen. Aber es sind, glaube ich, mehr so kriminal irgendwas in der Richtung. Aber das ist jetzt… Der eiskälte Killer. Das ist jetzt ziemlich… Also die hat er in kurzem Zeitraum geschrieben. Das fällt schon eher in den Kälter-Roman, in die Kälter-Roman-Kategorie, glaube ich. Also eher tatsächlich Pulp. Ja, das ist, glaube ich, relativ schnell rausgehauen. Aber schreiben wird später auch nochmal Thema sein. Aber mal blöd gesagt, stell du dir mal vor, du wärst in so einer Hütte so lang. Was machst du die ganze Zeit lang? Also das habe ich mich mehrfach gefragt. Weil das ist so das Krasse. Ich meine, klar kannst du sagen, du legst dich halt hin und pennst. Ja, oder ich gucke auf mein Handy. Aber das machst du halt Anfang 1900 irgendwas. Ja. Keine Ahnung. Du bist allein mit deinen Gedanken. Das muss mega gruselig sein. Das ist wie wahrscheinlich, wenn du dich in so eine Floating-Chamber… Oh, das würde ich mal gern. Ja, aber ich glaube, das ist eine mega krasse Erfahrung, wenn du so deiner sensorischen Wahrnehmung irgendwie beraubt bist und dann mit dir selbst beschäftigst. Ich habe ja am meisten Angst auf der Welt, habe ich von mir selbst. Ja, ich meine, es gibt, also mir wurde auch schon gesagt, dass die meisten Leute, die sowas wie ein Schweigekloster mal für sich ausprobieren, die eine Hälfte kommt raus und ist fast schon ein bisschen, man könnte fast sagen, verstört und muss mit sich selber dann erst klarkommen und die andere Hälfte braucht erst mal andere Leute und quatscht allen nur ab, dass es krass war. Weil das so ein… Ja gut, es gibt schon Leute, die tendenziell eher nach innen gerichtet sind, Leute, die eher nach außen gerichtet sind und auf die wirkt das unterschiedlich, das glaube ich schon. Aber so dieses wirklich keinen äußeren Reiz quasi zu haben und den wenigen Reiz, der vielleicht auch noch eher lebensbedrohlich ist, so wenn die Wölfe auf deinem Dach knurren, aber da so wirklich in deinen eigenen Gedanken versunken zu sein, das glaube ich ist nicht gesund. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das länger funktioniert. Ja, ich meine auf der anderen Seite, wir sind glaube ich auch halt natürlich hart verwendet in Sachen Unterhaltung, ne? Ja, voll. Ja, das kommt auch noch dazu, dieses, wenn man Stress hat oder wenn man Dings hat und dann quasi sich abends auf die Couch flackt und das so, also so quasi die Gedanken im Kopf abstellt, ne? Ja, ja. Also dann… Ein bisschen Rauschen produziert und so. Das ist wahrscheinlich auch absolut nicht gesund. Ja, ich würde es jetzt aber auch nicht übertreiben. Ich meine, sicher werden viele, die das jetzt hier gerade hören, genau das tun, um ein bisschen runterzukommen, sich eine Geschichte anzuhören. Aber… Finde ich auch völlig okay. Aber das ist doch gesund. Man lernt doch noch dabei. Eben. So. Jetzt musstest du dem Dominik noch eine Schnellzusammenfassung geben der letzten zehn Minuten. Ich würde das bitte gerappt haben. Ja. Also, der Typ war allein im Eis in einer Winzbude, die von außen so zugefroren ist. Ja. Oder immer mehr zugefroren, dass er sich irgendwann nicht mehr komplett ausstrecken konnte. Ja, auch von… So klein war das Ding. Auch von innen. Okay. Also, weil es von innen immer… So ein Kondenswasser immer weiter zugefroren ist. Wie so ein Eisfach, das immer weiter zufriert. Währenddessen saßen Wölfe außen drauf und er ist halt dreimal am Tag raus, hat seine Messungen gemacht und das war einfach sein Leben für ein halbes Jahr und jetzt ist er wieder zurückgekommen. Okay, aber also hat er irgendwelche psychischen Erkrankungen? Nein. Aber er hat eine sehr wichtige Erkenntnis über sich selbst gewonnen. Er kann… Er wäre lieber im Warmen? Nee, er kann richtig schön schlecht singen, weil damit hat er irgendwann die Wölfe vertrieben. Wie heißt er denn nachher? Fröuchen. Okay. Fröuchen. Ich habe in einem amerikanischen Podcast über diesen Mann gehört und da war das Peter Fröuchen. Fröuchen. Ja, und letztlich hat er noch drei Romane rausgeklopft, aber irgendwie nichts Berühmtes oder so. Weil er nicht schlafen konnte, weil er sich nicht ausstrecken konnte. Nee, danach tatsächlich. Wir haben nämlich gerade ein bisschen drüber geredet, was machst du so ein halbes Jahr Aber womöglich hat er die im Kopf schon geschrieben. Im Kopf schon durchgeschrieben. Das stimmt. Ach, Romane, nicht irgendwie Biografie. Nein, nein, Romane. Okay. Und jetzt ist er mal irgendwie ein bisschen an die Uni vermutlich, um ein bisschen über seine Erlebnisse und so weiter zu erzählen, nachdem er so ein bisschen Empfangspaket und so durchgemacht hat. Und da sind wir jetzt gerade. Genau, also er fängt jetzt an quasi so. Aber jetzt sind wir nochmal in Dänemark. Vortragsreisen, wobei so arg groß ist der Kreis, glaube ich, noch nicht, wo er rumreist. Aber jetzt sind wir noch in Dänemark. Okay, alles klar. Aber bei diesen Vorträgen kommt er jetzt mit Knut Rasmussen in Kontakt, indem er einen Freund fürs Leben findet. Dieser Knut ist halb Inuit und ebenfalls Grönland erfahren, logischerweise. Und der ist Anthropologe und Eskimologe. Oder ich weiß ja nicht, ob man das dann auch, ob der Begriff dann auch verföhnt ist. Du hast es eh schon komplett verbockt bei allen. Noch besser sieht es für Peter aus dann, als er nicht nur Vorträge hält und da eben ein bisschen rumreist, sondern als er anfängt für Magazine und Zeitungen über die Arktis zu schreiben. Journalist. Der Beruf gefällt ihm. Es gibt zwar eigentlich direkt so ein Fauxpas beim ersten großen Artikel, den er irgendwie kriegt, wo er das Ende des Polarwinters in den April verschiebt, statt in den März, wo es hingehört. Scheiße, ich habe den gleichen Fehler gemacht. Aber der Chefredakteur nimmt dir das nicht übel. Der sagt, wenigstens hast du Fantasie und hat ihm einen Job angeboten. Und diesen Job findet er echt ganz cool. Das macht ihm Spaß und er kann jetzt da sein Wissen, sein neugewohntes Wissen einbringen. Er kann sofort andere Grönland-Fahrer kritisieren. Zum Beispiel Dr. Frederick Albert Cook. Der singt viel zu gut. Der singt zu gut. Nee, der kommt von der Expedition zurück und erzählt Dinge, wo Peter sagt, nee, das kann er nicht überhaupt nicht. Das passt überhaupt nicht mit dem, was ich im Norden erfahren habe. Und es stellt sich tatsächlich später heraus, dass Cook bei vielen Expeditionen übertrieben bis gelogen hat. Und Peter hat das quasi enttarnt in Teilen. Aber es ist der Thomas Cook? Nein. Es ist nicht Thomas Cook. Es ist Dr. Frederick Albert Cook. Ich verstehe. Der soll angeblich den Denali in Alaska bestiegen haben. Ja, da gibt es sogar ein Foto. Und später kommt zum Beispiel raus, dass er einfach den Berg daneben bestiegen hat, der 30 Kilometer weit weg ist und viel kleiner ist. Ja, den kenne ich beide nicht. Und der heißt heute Fake Peak, seitdem, was ich sehr schön finde. Das ist wirklich großartig. Fräuchin gefällt seinen Job als Journalist und als dann aber Knut Rasmussen bei ihm anklopft und fragt, ob er ihn nicht begleiten will, vorübergehend in einer der nördlichsten bewohnten Regionen Grönlands zu wohnen, zu leben. Du hast ja vorhin schon angedeutet, der Norden ist das eigentlich brutal. Ja, da muss Peter zwar ein paar Tage grübeln, aber er gibt dann grönes Licht. Grönes Licht. Peter und Knut sammeln Geld von privaten Investoren ein. Es kommt nicht so wahnsinnig viel dabei rum, aber für eine Reise nach Grönland in einem kleinen Bötchen reicht es durchaus. Ein Bötchen. Zwei Flaschen Limo. Sie nehmen auf dem Weg sogar noch jemanden mit. Also natürlich haben sie irgendwie Leute für das Boot irgendwie mit dabei, aber sie gaben irgendwie auf dem Weg in den Norden noch eine Eskimo-Frau auf. Vivi heißt die. Und die nimmt auch noch ihren Sohn mit. Und die würden einfach gerne ein Stück mitreisen. Junge Mutter zum Mitreisen. Reisen gesucht. Vivi Las Vegas. Und dann fahren sie noch bei Knuts Onkel vorbei, das ist ein bekannter Hundezüchter in Grönland. Ey, da fahren wir noch bei dir vorbei. Der blaue Bratwurst. Hunde, da kommen wir dann auch noch drauf, Hunde sind ganz wichtig. Ich hoffe nicht wegen Bratwurst. Ganz wichtig. Sie reisen weiter nach Norden, queren die Melville Bay und erreichen einen kleinen Hafen in der North Star Bay. Und das ist schon ziemlich jetzt im Norden Grönland. Brave Star. Ja. Insofern ist es durchaus üblich, dass ständig Besucherinnen und Besucher da sind. Also die Bude ist eigentlich immer rappelvoll. Aber das Haus hat so ein No-Frost-Feature wie moderne Gefühlschenke. Da passiert es denn nicht mehr. Da muss man nicht abtauen. Eine der größten... Abtauen, girl! Der war fantastisch. Eine der größten Herausforderungen in der Gegend ist... Abtauen? Abtauen, nein. Eis-Eis-Baby. Genug Fleisch für die Schlittenhunde aufzutreiben, die man dringend braucht, um genug Fleisch für die Schlittenhunde zu haben. Ein Papier um Fleischhobele. Das ist ein bisschen so wie der Kerosin-Verbrauch auf so einem Raumschiff. Der steigt, je mehr Kerosin nur an Bord hast. Bei den Raketen der NASA und so, ich meine, der Weltraumbahnhof, haben wir ja schon hundertmal drüber geredet, dass es ja da so Überlegungen gibt, wie man das effizienter machen könnte. Den Weltraumaufzug meinst du? Aber das ist der Weltraumaufzug, Entschuldigung. Aber das ist wirklich, also wenn man sich damit beschäftigt, wie viel Kerosin so eine Rakete braucht, das ist unvorstellbar. Für jedes Kilo Kerosin brauchst du noch mehr Kerosin. Ja, das mit den Hunden ist natürlich, das habe ich jetzt etwas witzig. Ja, aber also Hunde sind sehr wichtig in der Antarktis. Eskimos sind wahnsinnig stolz auf ihre Hunde. Jeder hält sich da, sau viele Hunde. Man gilt eigentlich sogar nur als richtiger Mann, wenn man einen Hund besitzt im Norden. Aber einer reicht. Theoretisch reicht einer, um als Mann durchzugehen, aber wenn wir schon nur als Mann durchgehen. Ich habe dem Sean letzten Freitag eine Playlist meiner persönlichen Lieblings-Herbert-Grünemeyer-Songs. Oh, was sind denn die Top 3? Also, kann ich tatsächlich jetzt gleich mal nachschauen, aber ich habe ihm eine Spotify-Playlist gemacht mit meinen persönlichen Favoriten und ich habe ihm dann ein YouTube-Video von einem Song gegeben, wo ich persönlich der Meinung bin, dass dieser Song nicht besonders gut ist, aber man eine Live-Aufnahme dieses Songs sehen sollte in einer bestimmten deutschen Stadt und quasi wissen muss, was diese Stadt bedeutet. Bochum, ich komme aus dir. Ja, genau. Um Gott zu sagen, Bochum. Das ist wirklich so, also ich trete hoffentlich niemanden zu nahe, wenn ich sage, Bochum ist jetzt nicht glamourös. Das besingt er ja sogar selber in dem Song. Ein herrlich schöner Song, quasi der eine authentische Liebe, die nicht beschönt wird, singt so. Und das in Bochum, Bochum live von Herbert Grünemeyer, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Aus meinem ersten Kinderwitzebuch ist mir noch ein Witz in Gedächtnis geblieben, wo es darum geht, einen Satz mit Bochum und Köln zu bilden. Und der Satz war, ich bochum die Ecke, um zu pinkeln. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Das ist ganz schlimm, weil mein Sohn ist jetzt in dem Alter, wo er Witze liest und auch eigene Witzebücher herumträgt und dann sehr viele Witze liest, die ich früher schon sehr, sehr, sehr lustig fand und ich das dann immer schön weglächeln muss. Ich muss da immer, ah ja, genau, deine Top 3. Also pass auf, 3, 6, das sind 8 Lieder. Dann darf ich dir bloß noch hinterher, direkt auf Bochum sozusagen. Ich finde, es gibt von Wolfgang Buck ein fantastisches Lied. Das heißt, Zambesi, Franken liegt näher mehr. Das ist auch so eine Liebeserklärung an die fränkische Landschaft, zu verschiedenen Zeiten und Arten, es wahrzunehmen. Und da sind schon ein paar schöne Bilder drin, die er macht, finde ich. Das ist ein Bildband. Also. Es gibt das Ganze tatsächlich illustriert, aber das Lied steht einfach für sich. Das ist nett. Oh, ich habe Kinder an die Macht vergessen. Also dann ist der Dominik hier, erst zieht er sich hier eine halbe Stunde raus und dann hält er hier den Kopf auf. Mensch, Männer, was soll das? Musik nur, wenn sie laut ist, Flugzeuge im Bauch, der Weg, halt mich, bleibt alles anders und Kinder an die Macht, was ich vergessen habe. Ich bin sicher, man kann die in eine Reihenfolge bringen, dass es eine schöne Geschichte erzählt. Ja, genau. Kannst du das bitte noch machen? Halt mich auf dem Weg, sonst habe ich Flugzeuge im Bauch. Was soll das? Mein Favorit von denen wäre sofort, halt mich. Also tatsächlich, es bleibt alles anders, das ist mein lieblicher Song von Herbert Grönemal. Das habe ich irgendwann mir ein wenig tot gehört. Ja. Und irgendwann habe ich halt, also ich meine, das ist jetzt keine krasse Action oder irgendwas, aber ich habe von einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir, habe ich eine alte Quetsche abgekauft, so ein Dachbodenfund, also ein Akkordeon. Jetzt bin ich gespannt, wie du zu Action hinleitest. Und Quetsche ist bei uns der Ausdruck für einen Gelenkbus. Ah, okay. Naja, wird es auch schön wie ein Akkordeon. Ja. Nein, aber sozusagen, ich habe einfach den Song auch schon gesungen und dazu ein bisschen Akkordeon gespielt, weil das ja ab irgendeiner Passage ein bisschen Akkordeon im Hintergrund kommt. Und dadurch, dass du selber so viel gespielt hast? Nicht viel, aber einfach, daher ist das Lied bei mir relativ präsent in so einer ganz positiven Erinnerung. Genau. Ja. Hagen hinter Grönemal? Ja, denke ich schon. Jan Westenhagen. Podcast, nur wenn sie laut sind. Peter und Knut gehen mit den Eskimos jetzt zusammen nicht nur Robben, Polarbären und Vögel jagen, sondern auch Walrusse und Wale, was ich besonders spektakulär finde. Robbenkloppen und Wale jagen. Ja, also wirklich so teilweise zu Fuß. Ja, komplett absurd. Aber erstmal. Lauf dem Wal hinterher. Erstmal die Walrusse, ja. Das ist schon abenteuerlich und gefährlich. Und wo essen sie die dann im Wahllokal? Ich befürchte, sie haben keine Wahl. Ja, hopp, mach weiter. Ich höre das gerne. Doch, komm. Haut noch ein paar raus. Hopp, jeder noch einen. Jeder noch einen. Und was tanzen sie dann dort, Walze. Und wenn sie sterben, kommen sie nach Valhalla? Valhalla. Aber nur, wenn sie im Kampf fallen. Ich habe den neuen Thor-Film angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Aber der geht wirklich sehr stark jetzt noch mehr in die Richtung Comedy. Und dann trifft er auf eine Mitgöttin, die quasi gegen den Antagonisten des Films schon einen Kampf verloren hat und sie quasi einen Arm verloren hat. Und dann sagt sie halt so, also man mutmaht, sie könnte jetzt sterben und er hält sie in den Armen und sagt so ungefähr halt, wie sie irgendwie, du schaffst das, du schaffst das. Und sie so, nein, lass mich sterben, ich will nach Valhalla. Und dann sagt er, also die Quintessenz so ungefähr ja, naja, du musst im Kampf sterben, weil jetzt liegst du ja hier und würdest quasi verenden, so, da kommst du nicht in Valhalla. Aber sei versichert, dein Arm ist schon in Valhalla, weil der ist im Kampf abgeschlackt worden. Das fand ich sehr witzig. Ah ja, jetzt kann ich dir Anekdote anbringen, die ich dir gestern nicht erzählt habe, weil ich gesagt habe, wir nehmen morgen Podcast auf. Ja. Ich war nämlich auch mal wieder im Kino. Ich war auch in Valhalla. Nee, ich war im Kino und es war ein furchtbar verwirrender Film, ich bin tatsächlich weggedöst zwischendurch. Tor Patrol. Nee, Amsterdam. Also war irgendwie echt merkwürdig und seltsam. Aber ich hatte eine wahnsinnig beschissene Kinoerfahrung. Wir waren in so einem Pärchensitz und der war total abgeranzt. Meine Frau wollte ständig rummachen. Nee, mit hat nach einer halben Stunde das Kreuzweh, was jetzt nichts Besonderes ist, weil mir tut immer das Kreuzweh, aber meiner Frau auch. Und dann haben wir wirklich uns durch diesen Film gequält, der über zwei Stunden ging. Und die ganze Zeit so, ja. Und es war wirklich so, dass wir da hinterher total schlechte Laune hatten, ja. Und dann kam am nächsten Tag so eine E-Mail vom Kino, so, ja, wie war Ihre Filmerfahrung? Lass dich so zwischen. Verschissen. Und dann habe ich mich hier hinreißen lassen und habe gesagt, nee, also das war echt die schlechteste Kinoerfahrung, die ich seit langem hatte. Und dann haben die doch gebeten, dass ich ihnen sage, welcher Platz es war. Und dann haben sie gesagt, ah ja, sie haben wirklich recht. Wir haben den Sitz nochmal begutachtet und der ist wirklich total durch und wir nehmen den jetzt aus der Buchung. Und ob sie mich nochmal einladen dürfen, nochmal ins Kreuzweh zu kommen müssen. Das ist ja wirklich hervorragend. Ich war völlig baff, ja. Also hier ist Känguru, wo, mit Online-Tickets. Aber das sage ich ja immer, also Kundenservice ist echt eine Chance, einen guten Eindruck bei den Leuten zu hinterlassen. Ja, aber auch auf der anderen Seite, wenigstens sagt es mal einer, ich wette mit dir, dass da schon 20 Leute saßen und haben sich gedacht, das ist beschissen. Ja, aber dann nichts sagen. Das ist was, was mich wahnsinnig auffliegt, wenn Leute nachher sagen, es war nix, aber währenddessen den Mund nicht aufmachen. Ich sage dir eins, in dem Fall, also das habe ich im dunklen Kino von, als ich unten zur Tür rein bin, schon gesehen, dass die Sitze durch sind. Also die waren schon so richtig abgeranzt und so. Und die waren auch schon dran, die so nach und nach auszutauschen, aber scheinbar, oder sie hat sich zumindest die Arbeit gemacht, sich diese E-Mail auszudenken. Sie hat sich, glaube ich, die Arbeit gemacht, diesen Sitz wirklich sich anzugucken und dann zu sagen, ja, hier ist ein Gratis-Ticket, kommt doch nochmal. Also es war eine sehr, sehr positive Erfahrung. Eben. Ich sage nicht, welches Kino es war, aber es war in Fürth, genau gegenüber von meiner Arbeit in der Gebertstraße. Ja. Es gibt ja so viele Kinos in der Gebertstraße in Fürth. Da war ich mit der Anna in Biene-Meyer tatsächlich. Da war ich auch schon mal mit Kindern. Das war ein angenehmes Erlebnis. Ich mag das Kino eigentlich auch. Das mit dem Parken ist ein wenig nicht so geil dort, aber ich hatte zufällig für den Tag eh eine Parkkarte für das Hotel nebenan. Tatsächlich gibt es einen Song, der Amsterdam heißt von Nothing But Thieves und den kann ich massiv empfehlen. Ah, jetzt habe ich gedacht von Coldplay. Nein, den kann ich nicht. Aber schöne Grüße an Julia Seert, die mir Nothing But Thieves damals angedeihen hat. Ich habe mich auch gefreut, weil das war ein guter Cast, also das waren echt viele bekannte Leute. Wir waren kürzlich in Amsterdam, deswegen haben wir gesagt, ah ja, okay, dann schauen wir uns jetzt an. Aber wenn mir jemand mal die Story nochmal erklären könnte, dann wäre ich dankbar, weil es ist auch loosely based, glaube ich, auf einer echten, auf einer wahren Geschichte, die prinzipiell vielleicht sogar podcast-tauglich wäre, aber ich war zwischendurch weg. Ich habe es nicht kapiert. Okay, also Walrosse jagen. Das ist ein sehr abenteuerliches und gefährliches Unterfangen, mit so einem kleinen Kajak. Und Harpunen und Sperren, so ein Walrosse zu jagen. Und ich weiß nicht, ob ich euch schon mal Gedanken gemacht habe, wie das genau funktioniert. Nein, also ich habe in meiner Praxis, muss ich mich noch nie mit Walrossejagd beschäftigen. Witzigerweise. Ich schon. Hat aber mein Zahnarzt früher als Logo ein Walrosse in die Zähne gemacht. Und zwar, das ist so ein Walrosse, also hier so mit den großen Zähnen nach unten, liegt es auf der Seite und da ist eine Sprechblase. Mein Zahnarzt ist im zweiten Stock. Und ich habe dieses Bild schon, ich glaube, vier oder fünf Mal inzwischen bei Zahnärzten gesehen. Cool, da hätte ich gefunden, wenn da steht, mein Zahnarzt ist im zweiten Lehrjahr. Oh Mann. Das ist ja absolut fantastisch. Und mein Zahnarzt hat die dritten. Beim Thema die dritten. WDR macht noch mit dem Walros Werbung, oder? Gab es da aber dieses riesige Walros? Antje? War das Antje? Keine Ahnung. Weißt du nicht, was ich meine? Nein, so ein braunes, riesiges Ding. Ich habe gerade nur das Urmel vor Augen, aber das… Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das nicht sogar… War ich da nicht in dem Zoo, wo das unter anderem gezeigt wurde? Also, so die Historie von den verschiedenen… Also, weil das war ursprünglich mal eines, aber dann ist das halt auch irgendwann gestorben und dann irgendwie kam ein neues. Und ich glaube, ja, ich glaube, das gesehen zu haben. Ich stehe nur gerade auf dem Schlauch, wo das war, wo ich das gesehen habe. Bottrop. Nein, aber ich kann das auch schon. Egal. So wichtig ist es auch nicht, Jürgen. Ich hänge in deinen Lippen. Ja, ich wollte euch eigentlich erzählen, wie man so einen Walros jagt, weil ich das irgendwie… Das war mir gar nicht so bewusst, dass man… Falls ihr mal zufällig in Grünland seid und überleben müsst. Aber man nimmt halt so die Harpune, ja, und damit… Die ist ja nicht dazu da, dieses Tier zu töten. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Sondern sich nur quasi untrennbar mit diesem Tier zu verbinden, damit es dann nicht wegschwimmen kann. So eine Harpune ist, um sich festzuhaken. Ja, ja. Und dann muss man ganz nah ranpaddeln. Aber ich hätte gedacht, es wäre so two in one, aber okay. Und das Walros mit einem Speer erledigen. Also es ist… Ah, okay. Also jetzt, wo du es sagst… Sehr gefährlich. Als Kind immer Moby Dick ein Buch gehabt. Das ist ja ein Wallfisch. Ja, ja, nein. Ach, danke. Und die hat Zähne und die trägt im Gesicht… Ah, Moment. Du, ich habe das Buch gelesen und habe mehrfach Walros gelesen und war im Kopf bei Walfisch. Deswegen habe ich es jetzt gesagt, du musst dich nicht schämen dafür, Dominik. Das macht nichts. Du darfst wirklich hier frei sein. Du darfst hier frei sein. Jetzt mag er es nicht mehr erzählen. Ich habe Freiheit von Westernhagen für mich wiederentdeckt. Nee, jetzt fangen wir jetzt auch noch mit Westernhagen an. Nein, keine Playlist von Westernhagen, nichts Interessant. Beim Pfefferminz bin ich dein Prinz. Jeder Jäger erhält einen Anteil an der Beute. Bei so einem Walross. Und wer welchen Anteil erhält, das ist genau geregelt. Und das hängt davon ab, wer die erste Harpune in das Walross gepikst hat, der ist sozusagen der Besitzer. Gepikst? Ja? Das ist offizielles, hartes Wort. Egal, aber hallo. So voll die harten Jäger und dann sagen sie, piekst. Und das ist streng geregelt. Der erste kriegt dann die besten Stücke und der zweite dann und so weiter. Und schon bei einer ersten Jagd ist Peter super erfolgreich. Er wird zwar nicht der Besitzer von dem Walross, aber er ist der, der das Tier tötet mit dem Speer und kriegt dementsprechend die zweitbesten Teile. Was aber noch viel wichtiger ist, er wird damit quasi von den Locals als einer von Akzeptiert. Und Fräuchen und Rasmussen haben jetzt hier so eine Art Homebase. Und sie haben diese eingesammelte Vivi, die sie mitgebracht haben, die wohnt auch bei ihnen. Die hält für sie so ein bisschen die Bude in Schuss. Die ist ja immer noch am Start. Ja, ja. Die taut es immer ab. Die ist so richtig aufgetaut bei denen. Und von dieser Homebase aus gehen die jetzt immer wieder mal Richtung Norden und entdecken tatsächlich neue Teile Grönlands, die vorher noch nicht so richtig erforscht waren. Aber entdeckt sie auch an ihm neue Teile, die sie vorher nicht erforscht hat? Der Genießer schweigt und genießt nicht. Ist die Frage, ob es als erstes sind Speer? Ja. Nee, also nach seinen Erzählungen haben die nichts miteinander. Ob sie mit dem Speer fällen, ja. Er ist ja nie da, ne? Er ist eigentlich lieber draußen im Eis und er claimt auch viele, viele Teile Grönlands für Dänemark sozusagen, ne? Also neu entdeckte Gebiete. Wobei neu entdeckt wahrscheinlich sehr relativ ist, oder? Ja, wahrscheinlich nicht unbedingt. Aber vermutlich gibt es auch wirklich Teile, wo einfach noch nie jemand war, ne? Es gibt aber Teile, wo auch die so alte verlassene Städten von irgendwelchen Eskimos finden, die halt da schon hunderte Jahre nicht mehr sind. Aber ich stelle mir das, also es ist ja im Wilden Westen garantiert eh nicht gewesen so, der weiße Mann kommt und sagt, ich claime das für, und die stehen literally daneben in jemandem, wo er so, what the hell? So, was treibst du hier so? Also, aber ich wollte gerade sagen, aber das ist ja auch so absurd, dass die Erzählung bis heute ja irgendwo so ein Stück weit, da gab es doch neulich sogar eine Rede von einem, der irgendwie gemeint hat, so ein, ja, das ist halt nicht wie in Australien und in den USA, wo halt die Europäer kamen und da war ja noch niemand. Und das ist halt wirklich so ein Moment. Mensch, war da nicht was, war da nicht jemand, äh, weiß nicht. Ich muss jetzt, ich weiß nicht, warum ich da dran denke, beim ersten Mal ist mir jetzt gerade was eingefallen, jetzt muss ich kurz, diese Anekdote muss ich kurz reinschieben. Das ist unmittelbar wichtig. Also, Westernhagen. Die Rina hat geheiratet neulich. Glückwunsch. So, und die Rina ist ein riesen Star Wars Fan. So, und die Rina ist bei mir im Team, so. Und die Steffi, die bei mir im Team ist, hat noch nie im Leben Star Wars gesehen. Und noch nie im Leben geheiratet? Und noch nie im Leben geheiratet. Und die Rina hat quasi, habt ihr beide der Pate gesehen? Den, ja. Der erste Teil, auf jeden Fall, ja. Wo am Anfang kommen ja die Leute und stellen ihm quasi, bitten ihn, weil er am Tag der Hochzeit seiner Tochter quasi nichts ablehnen kann, so. Und die Rina, äh, Braut, steht da, so. Steffi kommt, umarmt sie. Und dann so hat sie sie noch im Arm und so, Steffi, ich hab heute, ich heirate heute, ich wünsche mir was, ich will, dass du Star Wars mit mir guckst. Angeklagt, jetzt sofort. Hat sie den Ultra-Paten-Move ausgepackt, so, weil man, was willst du denn sagen, so, du kannst dir der Braut am Tag der Hochzeit nichts abschlagen. Doch, nein, kannst du nicht. Also, doch. Ja, aber es war lustig. Okay, so. So, auf jeden Fall haben wir dann alle zusammen Star Wars geguckt zum allerersten Mal. Und dann war nämlich. Welche Reihenfolge? Der vierte, A New Hope. So, Achtung. Also, Veröffentlichungsdatum. Eigentlich witzige kommt jetzt, Steffi ist Schwäbin, auf jeden Fall kommt die Szene, wo sie alle in der Kommandozentrale sind und dann war das genau die Szene, wo sie gesagt hat, sie muss jetzt Pause machen, weil sie kannte nur dieses virale Marketing auf dem Todesstern. Wie konnte den Typ überhaupt nicht ernst nehmen, weil sie das nur auf Schwäbisch kannte und das war absolut herrlich. Also, ihr da draußen, es gibt ja auch immer wieder Menschen, die unser Alter haben, aber es nicht mitbekommen haben und oder neue Menschen, die quasi das nicht kennen, weil das zu alt ist. Gebt mal ein virales Marketing auf dem Todesstern, es ist absolut fantastisch. Ja, oder stell dir vor, jemand kennt halt nur Sinnlos im Weltall. Ja. Oder siehst du Sinnlos durchsinnlos? Virales Marketing, der ist schon so antiquiert, meine Diplomarbeit habe ich geschrieben über virales Marketing, aber dieser Begriff kommt mir vor wie… Jetsch, kleine Handwerkerle. Hallo, ich habe in meiner Masterarbeit das Wort Smart benutzt, für was ich mich bis heute sehr schäme. In meinen Studienunterlagen stand noch drin, dass bald HD eingeführt wird. Nee, aber worauf ich nur rausfülle, ist auch ein, wenn du jetzt nur Sinnlos im Weltall kennst und sonst kein Star Trek Next Generation gesehen hast. Ich glaube, das ist auch sehr verwirrend, wenn du dann das Original das erste Mal siehst. Tatsächlich. Lord of the Weed. Also. Bis heute nicht gesehen. Peter und Knut haben jetzt hier ja so eine kleine Siedlung am Start. Die nennen sie Thule. Wie der Hersteller? Aber ich wollte sagen, irgendwoher kennt man doch den Begriff. Stimmt, an den hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ich war sofort bei Nazis, aber es ist ein Begriff. Hä? Ja, St. Die Thule, Geheimgesellschaft und so. Ja, ja. Also, das ist ein ganz großes Ding. Ja, klar. Diesmal ein Geschichtsbuch, Dominik. Ja, dafür habe ich ja euch. Thule ist ein Begriff aus der griechischen Mythologie ursprünglich. Und er heißt sowas wie Letztes Land, ja. Oder er bezeichnet quasi eine Insel, die mehr oder weniger außerhalb der bekannten Welt liegt. So, auf den Karten des Here Be Dragons Gebiet sozusagen. Und 1918 wird der Begriff auch für eine antisemitische Geheimgesellschaft gebraucht. Davon hat Peter natürlich keine Ahnung, ja, sonst hätte er das vermutlich nicht gemacht. Aber das haben dann daraufhin natürlich irgendwann später die Nazis für sich auch so in Beschlag genommen. Aber tatsächlich ist es sogar älter als die Nazis, ne, dieser antisemitische Bezug. In ihrer Thule-Siedlung leben vier Familien. Mehr wäre ja auch doof, weil Peter und Knut ohnehin schon dauernd Besucher haben. Und es dort durchaus der Brauch ist, dass man jedem Besucher was zu essen anbietet. Andererseits bekommen sie auch immer wieder Fleisch geschenkt. Und Knut hat, also das ist so ein super Socializer, ja. Der hat einige sehr raffinierte Tricks auf Lager. Und raffinierten Zucker. Um die Eskimos, das auch, um die Eskimos quasi so an ihre Ehre zu packen, dass er von denen im Grunde alles kriegt. Also der überredet sie quasi, indem er ihm Komplimente macht, dass dann die Ehefrau von dem Nachbarn ihm neue Stiefel macht und so. Also nur indem er irgendwie das Handwerk lobt und ihm so viel Honig um den Bart schmiert, dass die nicht mehr anders können. Social Engineering. Also da ist es wirklich sehr gut darin. Die Locals freuen sich, ich habe es vorhin schon angedeutet, die freuen sich wie Game of Thrones Fans alle auf den Winter. Ja, die Sonne im Sommer, die nervt nämlich, weil man kann in diesen lichtdurchlässigen Zelten, mit denen sie da oft unterwegs sind, kann man im Sommer quasi kein Auge zudrücken. Und in der kurzen Zeit, in der es zwar schon kalt ist, aber noch nicht so richtig schneeg, können die Eskimos dann in Bärenfelsstiefeln ziemlich lautlos auf dem Eis Robben jagen. Also so gerade, als der Winter anfängt, ist für die so richtig gute Jagdsaison. Es ist natürlich nicht ganz ungefährlich, im Winter dann, im Dunkeln, gerade mit den Schlittenhunden und Schlitten übers Eis zu fahren. Ja, zumal Peter jetzt auch noch nicht die Welt an Erfahrung mit den Schlittenhunden hat. Und so kommt es, dass er bei einem von seinen Expeditionen mit seinem Schlitten sich in so eine Sackgasse manövriert. Und Sackgasse, mit Sackgasse meine ich eigentlich eine Eisscholle. Der vorderste Hund ist schon ins Wasser gestürzt, aber Peter kann ihn dann mit viel ächzen und zurück und ziehen und alles kann er ihn wieder an dem Geschirr quasi rausziehen. Er kann aber nicht mehr von der Stelle weg, an der er steht, denn er stellt fest, dass seine Schlittenkufen durchs Eis gebrochen sind. Also die Schlittenkufen sind quasi im Wasser. Die Querstrebe drüber, die liegt noch auf dem Eis. Und er steht jetzt quasi da drauf und traut sich nicht mehr zu bewegen. Also er muss jetzt eigentlich... Das ist eine dumme Situation. Also die Hunde, vor allem der Nasse, die kriegen dann irgendwie in den Schlitten und... Nasser Hund. Stinkt auch unglaublich. Und Peter muss jetzt eigentlich hier stehen bleiben, bis das Eis unter ihm festfriert. Das klingt auch wie so ein Job. Das ist echt... Also ich kürze die Anekdote stark zusammen, denn die zieht sich wirklich ewig. Es dauert Stunden, bis er quasi in der Ferne dann seinen Begleiter, mit dem er eigentlich unterwegs war, wieder entdeckt. Den hat er irgendwie verloren natürlich in dem Moment. Und sie rufen dann irgendwie und hören sich erst nur. Und der eine zündet dann irgendwie Streichhölzer. Dann sehen sie irgendwie in der Ferne. Ah ja, da ist er irgendwie. Und der wird dann aber ganz zufällig auf einer Eisscholle an ihm vorbeigetrieben. Hallo! Auch wieder ein sehr lächerlicher Moment. Auch ganz merkwürdig. Und es dauert halt ewig, bis die... Also sie können nicht anders als ausharren. Und es dauert ewig, bis sie dem Eis dann wieder so weit vertrauen können, dass sie sich da irgendwie rausmanövrieren können. Und einer von dem wird dann noch von einem Auto überfahren. Also sowas passiert hier im Norden tatsächlich ständig. Mit dem Auto? Das auch. Kennt man ja noch nicht. Tief im Norden. Also das mal... Und es passiert tatsächlich auch überraschend oft, dass mal einer irgendwie ins Wasser fällt. Aber tatsächlich... Irgendwie können die Leute das ganz gut ab. Also das ist jetzt nicht automatisch. Ich würde denken, das ist ein sofortiges Todesurteil. Aber die sind... Irgendwann kann sich waschen. Ja, die sind irgendwie da hart im Nehmen. Die sind hart im Nehmen. Ja, das ist immer noch besser, als gar kein Wasser zu haben. Gefährlich. Das stimmt. Und die Nässe ist auch tatsächlich viel weniger gefährlich, solange man viel Fleisch hat, das man essen kann. Ja, solange man gut genährt ist und ein großes Feuer machen kann mit dem ganzen Blubber und so. Also das ist tatsächlich irgendwie der Teil, der ist ganz gut beherrschbar. Scheiße ist halt, wenn da eine Ausrüstung irgendwie verloren geht. Oder wie es Peter dann auch passiert, die Ärmel festfrieren und dann abbrechen. Dann hat er nämlich so ein Loch in der Jacke und er zieht es die ganze Zeit. Und also da holt er sich tatsächlich dann auch so eine Frostbeule an der Schulter, die ihn sehr, sehr lange noch beschäftigen wird. Aber ich meine, wo du das Wort Blubber hier Blubber genannt hast, habe ich jetzt schon wieder panisch dran gedacht, ob heute wieder Robben und Pinguine verheizt werden. Also nicht in dem Ausmaß, aber es sterben wirklich sehr viele von diesen Tieren im Laufe der Geschichte, ohne dass ich es explizit erwähne. Okay. Eskimos und Peter schlafen, Eskimos, die Eskimos und Peter schlafen bei ihren Reisen oft draußen. Also die haben oft ein Zelt dabei oder sie bauen sich auch tatsächlich, wenn der Schnee passt, mal ganz schnell ein Iglu. Das ist tatsächlich so ein Ding. Und sie haben dann einen Schlafsack und schlafen gerne auch manchmal einfach nur im Schutz von so einem Eisberg, wo auch zumindest Windschatten ist. Aber es ist gar nicht so, ohne auf dem Eis zu nächtigen. Also bei 50 minus Grad Außentemperatur so. Ey, du sagst es jetzt so, als wenn es überraschend wäre. Ja, aber ich würde sagen, also… Wenn du so einen Tiger begegnest in der freien Wildbahn, das ist feiern. Nicht so angenehm, so Philipp. Ja, aber so ganz praktisch. Du musst zum Beispiel, deine Jacke darfst du nicht mit in den Schlafsack nehmen, weil die sonst taut. Und das ist scheiße, dann ist die halt nass. Ja, und das ist eher hinter dich. Also die Jacke musst du irgendwie draußen lassen. Die Stiefel musst du aber mit reinnehmen, zumindest die Öffnung, damit kein Schnee irgendwie reinkommt über die Zeit. Also es gibt so ein paar praktische Dinge. Und du hast schon so richtiges Ritual, deinen Schlafsack, der muss dann irgendwie eine Robbenhaut, dass du irgendwie isoliert bist und so. Also das ist schon echt gar nicht so praktisch. Ja, und ich meine, ich bin eher, als ich könnte nicht mal bei, keine Ahnung, plus 10 Grad draußen übernachten. So ungefähr. Und ich kann mir das überhaupt nicht… Ist das schon eine Frostbeule? Nee, eigentlich nicht. Aber wenn es kalt ist, kann ich das nicht gut ab. Nee, wir haben eine Weihnachtsfeier gehabt die Tage, und da hat jemand erzählt, dass, also eine Sie, dass sie so kälteempfindlich ist, dass sie quasi nicht schlafen kann, wenn der Raum eine gewisse Temperatur unterschreitet. Selbst wenn sie eine dicke Decke hat, weil dann friert ihr Gesicht und dann kann sie auch nicht schlafen. Also ich schlafe schon gerne tendenziell tatsächlich kalt mit einer warmen Decke, das finde ich ganz geil. Wenn es außen kalt ist und dann Decke, das passt schon. Und ich bin jetzt nicht super kälteempfindlich. Aber wenn es mir mal kalt ist, dann kann ich das nicht einfach wegstecken, sondern dann finde ich das super unangenehm. Ich wollte sagen, ich habe irgendwann festgestellt, dass in der Wohnung, in der ich noch bin, einfach keine Heizung im Schlafzimmer ist. Das heißt, das Schlafzimmer ist einfach arschkalt im Winter. Die brauche ich jetzt tatsächlich auch nicht wirklich. Wie sind Sie nach all den Jahren jetzt erst aufgefallen? Es ist tatsächlich mir sehr, sehr lange nicht aufgefallen, weil ich tatsächlich einerseits wirklich gern kühlschlafe. Aber ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, aber vor ein paar Jahren gab es mal wirklich diesen Rekordwinter, wo es wirklich brachial ordentlich zweistellige Minusgrade nachts hatte. Und da war es dann wirklich ein, boah, jetzt irgendwie, okay, dann mache ich halt einfach die Tür zum Gang auf, damit ich halt die Heizung... Wobei ich auch eine Zeit lang, also ich hatte immer so eine Zeit, wo ich echt auch nicht so arg super erholsam irgendwie geschlafen habe. Und dann tat ich mich auch tatsächlich schwer, dann in so einem Moment aufzustehen, wenn es kalt ist. Also eine Zeit lang habe ich meine Heizung mal so eingestellt, dass die morgens halt ein bisschen warm macht. Das war eigentlich schon ganz geil. Ja, ja, ja. Aber grundsätzlich kalt schlafen bin ich eigentlich auch dabei. Aber nicht so kalt. Nee, wirklich nicht. Und vor allem, wenn du dir dann vorstellst, dass du, ich weiß gar nicht, das hat er nie explizit erwähnt, aber wenn du nachts mal pinkeln musst, das ist ja die Hölle. Und was ihnen aber tatsächlich öfter passiert, und das hat er erzählt, ist, dass nachts die Hunde anschlagen, weil sich ein Eisbär zum Beispiel nähert. Und dann muss es halt relativ schnell gehen. Und jetzt gar nicht so sehr, oh, ein Eisbär, der greift uns an, sondern eher so, oh, geilen Eisbär, den schnappen wir uns. Eisbär? Schnappen die sich? Naja, klar. Die erfahrenen Jäger haben hier sofort die Sperre parat. Und es gibt tatsächlich ein schönes Zitat aus dem Buch. Also der Eskimo-Weisheit, Eisbären sind so konstruiert, dass sie es nicht mögen, wenn ein Sperr in ihnen steckt. Im Gegensatz zu? Okay. Sperterkurs? Sperterkurs. Sperling? Ah, also was will uns diese Aussage sagen? Nix, aber das ist tatsächlich die... Was er dann nicht angreift, wenn er erstmal einen drin hat. Das ist, glaube ich, so ein... Wahrscheinlich kommt der nicht mehr gut weg und verblutet schnell. Ich glaube, das ist wirklich so ein Eskimo-Ding. Das ist so ein Eskimo. Vielleicht sogar ein Sprichwort würde ich jetzt nicht gerne nennen. Aber ich glaube, das haben tatsächlich ihm so die Eskimos als Weisheit verkauft. Also ich stelle mir das tatsächlich ein bisschen blöd vor, wenn du halt nachts der Hund bellt in deinem Schlafsack, du musst irgendwie schnell raus ohne Jacke bis 50 Grad. Sekunde, ich möchte eher, der Hund bellt im Schlafsack. So ein Wuff, aber ich mache meinen Schlafsack auf, der Hund will raus. Also das ist wirklich, also das klingt nach was, was ich nicht haben möchte. Nee, ich auch nicht. Nee, ja, bin ich dabei. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe. Aber mal für so einen Abend kann ich mich mal mit dem Gedanken... Ja, ja, aber diese Kälte ist ja allgemein und diese Brutalität des Lebens. Habe ich das erzählt mit The North Man? Ich habe mir den Film The North Man angeschaut. Habe ich das erzählt? Vielleicht. Der geht so um Wikinger, so eine alte Wikinger-Sage. Und der ist so hart, dieser Film, und so brutal und so quote-unquote realistisch, wie dieses Leben dieser Wikinger dargestellt wurde, so, dass eine bei Letterboxd, wo ich bin, wo die Filme auch bewertet werden, hat eine als Rezension einfach nur reingeschrieben, I would not have strived in Viking times. Also ich wäre da quasi nicht aufgeblüht, so. Habe ich einfach mal ein Like geklickt, da habe ich mich wirklich extrem abgeholt gefühlt, so. Also, kennt ihr das, wenn ihr so einen wohligen Schauer habt, nachdem ihr irgendwas miterlebt habt, wo ihr denkt, ja, none of my problem. So, ich, was bin ich froh, dass ich jetzt hier ein warmes Bettchen habe und nicht um mein Leben kämpfen muss. Also sehe ich bei Reddit, jetzt fällt mir der Name von dem Subreddit, was so ein Teilbereich von Reddit ist, eine Unterreddit sozusagen. Reddit. Da gibt es so eins, den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber da geht es um quasi im Grunde Florida Things, so ungefähr. Früher hat man gesagt, das ist ein Forum zu einem Thema. Ja, sozusagen. Und da sind halt dann oft irgendwelche Alligatoren oder irgendwelche Klangen, die sich halt, keine Ahnung, irgendwie im Pool oder im Garten oder was halt da so passiert. Und da habe ich tatsächlich dieses Gefühl so, alles klar, bin ich froh, dass ich das nicht in meinem Leben habe. Ich wollte jetzt eigentlich das noch ein bisschen unterstreichen, damit das, also du musst dir das vorstellen, wenn du quasi in Unterhosen nachts aus dem Schlafsack und Bär auf Bärenjagd gehst. Und dann musst du den ja eigentlich auch sofort zerlegen, weil sonst friert das Tier da irgendwie fest und du kannst es dann nicht mehr richtig verarbeiten. Und wenn du zwischendurch einfach deine Hände in diesen Bär stecken musst, um dich an diesem warmen Blut, deine Finger wieder aufzutauen, also so. Dominik ist ein bisschen kurz hochgekommen. Naja. Eine ihrer Reisen führt Peter und Knut nach Süden. Nach Florida. Hey. Also Süden ist quasi der zivilisierte Teil Grönlands, ja. Und witzig ist in seinen Beschreibungen, da leben im Grunde ja auch Menschen. Menschen, Inuit, Eskimos. Und die haben aber teilweise ganz andere Bräuche. Und die findet er jetzt schon befremdlich und eigenartig, so nach kurzer Zeit, wo er halt unter den Leuten im Norden gelebt hat. Das war fast wie wenn Leute zu den Franken kommen. Also zum Beispiel ziehen die zur Begrüßung den Handschuh aus und schütteln sich die Hände. Das findet er ganz merkwürdig. Aber das hat so diesen Hintergrund, dass man, dass die Eskimos damit prüfen, ob der Gegenüber Kraft in seinen Händen hat oder ob er vielleicht Hilfe braucht. Denn die werden so stolz, dass sie niemals nach Hilfe fragen würden. Aber mit diesem Händedruck kann man jemandem im Grunde ansehen, ob er Hilfe braucht und ihm Hilfe anbieten. Und wenn er den Handschuh nicht mehr ausziehen kann? Dann ist höchste Eisenbahn. Dann muss schnell ein Bär aufgeschnitten werden und Hand rein. Oder wenn du den Handschuh abnimmst, aber es ist keine Handmittel oder so ein Haken, dann wissen sie, du bist Pirat. Andererseits haben sie es aber mit Gastfreundlichkeit hier nicht so wie im Norden. Weil wenn sie dir irgendwie Fleisch anbieten, dann ist die Portion in der Regel deutlich kleiner. Und Peter sagt, oder die beschreiben das als, es ist wie mit einem Frauenmesser geschnitten, die Portion. Peter ist aber trotzdem auch hier eigentlich relativ schnell so ein bisschen integriert. Also die finden ihn eigentlich, weil er natürlich, ich meine im Süden ist er eigentlich ja näher seiner Heimat. Und er ist einer der wenigen hier, der des Lesens mächtig ist. Und er wird schnell eingeladen in der Siedlung, in der sie da irgendwie gerade sind, die erste Wahl in Dänisch-Grönland zu begleiten, was auch eine Riesen-Ehre ist. Achso, ich habe jetzt gedacht, die Sums vorzulesen. Auch schön, vielleicht machen sie das dann am Ende noch. Aber es gibt quasi fünf Wahlberechtigte in dieser Siedlung. Und die stimmen einstimmig für so einen Dorfvorsteher, der dann quasi die Interessen des Dorfes irgendwo in übergeordneten Gremien vertritt. Nein, hat er nicht. Es ist nämlich der eine Kandidat, der ist so alt, dass er sonst zu nichts zu gebrauchen ist. Der wird quasi zum Vertreter des Dorfes gewählt. Das fand ich sehr schön. Der Dorfälteste. Der Dorfälteste. Aber Peter und Knut, warum sie denn dann auch immer mal wieder in den Süden fahren? Sie machen so eine kleine, sie eröffnen quasi da, wo sie eigentlich jetzt sich niedergelassen haben, so eine kleine Handelsstation. Also sie fahren dann immer wieder in den zivilisierteren Teil, wo sie dann irgendwie Sachen einkaufen oder eigentlich tauschen. Shopping! Und Dinge dann in den Norden bringen und dort halt quasi dann gegen, hauptsächlich gegen Felle, Pelze und Naturalien und solche Sachen eintauschen. Und die dann wieder irgendwie, genau. Pelze aus Nofgerott. Pelze aus Nofgerott. Also nach Norden so Dinge wie Streichhölzer, Nägel, Messer, so ganz lebenswichtige Dinge. Nach Süden eher so Felle, Pelze, Naturalien. Das Leben ist auf eine merkwürdige Weise von Besitztumsgehabe geprägt. Ja, was man im ersten Moment… Ja, wenn du handelst. Ja, aber es ist nicht so, wie man denkt im ersten Moment. Also Eskimos sind ein super stolzes Volk und das Stolzeste und Angesehenste ist derjenige, der am besten jagt. Das ist so. Ich dachte, der mit den meisten Hunden. Ja, das hängt oft zusammen. Ich verstehe. Und wenn jetzt jemand, der super angesehen ist und ganz gut jagt, wenn der jetzt ein Messer kauft, dann will er das nicht kaufen zu dem Preis vor dem Messer oder zu dem möglichst guten Preis, sondern er will möglichst viele Pelze dafür hergeben, weil er dann sagen kann, er hat ein sehr, sehr wertvolles Messer. Mhm. Und nicht selten verwickelt jetzt Peter die Loggets in hitzige Preisdiskussionen, aber halt andersrum. Ja, ja. Also sie wollen ihm wahnsinnig viele Pelze geben und er sagt, ey, das ist doch hier nur ein olles Messer, das ist doch gar nicht so viel wert. Und sie sagen, doch, doch. Und so falschen die quasi, reverse falschen sozusagen. Und die Waren, die sie aus dem Süden da hochbringen, die sind natürlich super wertvoll da oben und super begehrt. Also Beispiel Kaffeebohnen, die brühen Kaffee auf, aber eben nicht nur einmal mit den Bohnen, sondern wenn dann Besucher kommen, nehmen sie gerne die Bohnen dann noch ein zweites Mal. Wenn dann eine Veranstaltung oder eine Party ist, nehmen sie Bohnen, die sie schon zweimal aufgekocht haben, dann noch ein drittes Mal. Und viertes, fünftes, sechstes Mal dann oft noch von Leuten, die sich sonst gar keinen Kaffee leisten könnten. Da war ich, also nämlich an meiner Zeit beim Kicker. Dem Fußballmagee? Oder dem Gegenstand? Er war so an der Stange, stand er immer und immer, wenn der Ball kommt, musste er dagegen. Ich habe mein zweites, also im Studium mussten wir zwei Praxissemester auf 20 Wochen absolvieren. Und da war ich bei Kicker Online. Also der Kicker, das Fußballverein, das Fußballmagazin ist ja in Nürnberg ansässig und die Kicker Online-Redaktion ebenso. Und dann habe ich dann innerhalb dieser 20 Wochen, wo ich bei der Online-Abteilung war, war ich dann eine Woche in der Print-Redaktion, die also in Deutschland legendär ist, also ich glaube der Kicker ist wirklich was, das kennt man so. Da haben die eine Senseo-Kaffeemaschine gehabt und die wiederum haben sie wirklich aus einem Pad, haben sie mehrere Kaffee rausgelassen. Was mich völlig verdutzt hat, so mit Anfang 20, weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, jede einzelne Bohne wird extra für die Star-Redakteure irgendwie aus Tansania eingeflogen und aufs Perfekteste gebrüht. Stattdessen haben die hier den westlichsten Kaffee, den man sich vorstellen kann. Ja, da muss ich mal dran denken. Haben sie dann die Bohnen noch raus und als Kauterpack verwendet? Das weiß ich nicht, aber ganz im Ernst, ich will es auch gar nicht wissen. Grönland lehrt dir Wirtschaftlichkeit, schreibt Peter später in einem Buch. Und ich hatte jetzt eigentlich hier noch einen größeren Abschnitt über Bräuche und Gepflogenheiten und so geplant, aber das führt uns jetzt weit weg vom Thema. Aber ich kann euch sehr ans Herz legen. Es gibt ein, also das Buch, das ich gelesen habe, war jetzt vielleicht nicht das beste Buch über sein Leben, aber es ist ein geiles Buch, wenn du wirklich viel über Eskimo und indogene Völker nördlich des Polarkreis lernen willst, weil er hat sau viele Anekdoten drin, was so seinen Nachbarn passiert ist und was die Nachbarn für Geschichten über andere Nachbarn erzählt haben. Hast du die Nachbarn, die hat wie die Blumen nicht gekostet? Also ich habe mir gedacht, es geht um seine Expeditionen, aber es geht immer drum und dann sind wir dann in den Nachbarn gefahren und da wohnt die Familie und die Familie hatte mal vor 20 Jahren, da war das und das. Wie so ein Dorftratsch. Ja, aber es ist super aufschlussreich über dieses Leben und gibt dir ein echt geiles Bild über diese Völker, aber jetzt gar nicht so sehr geilen Überblick über Peter, oder ja, du kriegst schon auch viel über Peter Feuchin mit, aber ich hätte es mir gerne etwas komprimierter und etwas… Aber dann packst du doch wirklich als Bonusfolge. Ja, können wir mal vielleicht noch ein paar, ein paar davon könnten wir vielleicht nochmal auspacken in der Bonusfolge. Das Buch heißt Arctic Adventure, wenn das jemand interessiert, My Life in the Frozen North. Habt ihr das neue Album der Arctic Monkeys gehört? Nein. Die Arctic Monkeys sind ja bekannt geworden durch hier so schmissige Musik und die sind jetzt unterdessen bei Jazz angelangt, aber so richtig so smooth und so richtig so langsam und so und ich glaube, ich habe noch nie eine Band erlebt, die eine solche Transformation hingelegt hat zu einem komplett anderen Stil. Das kommt ja eh nicht so oft vor, ne? Also wirklich, das ist krass, aber schon macht es neue Album. Ja, ich glaube die Leute, die dann so umtriebig sind, die machen halt mehrere Bandprojekte oder irgendwelche Sachen parallel. Und ja, es ist oft so, dass sich die dann nicht gleich zusammen weiterentwickeln, sondern sich eher in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Also ein paar so Anekdoten nur ganz kurz, die ich dann erzählen könnte. Also er ist einmal tatsächlich bei so einer Art Teufelsanbetung dabei, was ja auch echt irgendwie krass ist. Wer ist? Naja, weil, also Eskimos sind super abergläubisch so, ne? Und wenn dann irgendwie ein paar Mal was Schlechtes passiert, dann haben die so eine Art, so ein Dorf, so ein Seer, so ein Druiden-mäßig, ne? So einen, jetzt habe ich den Begriff dafür vergessen, irgendwas mit A, aber das fällt mir jetzt nicht ein. Und der quasi dann mit dem Teufel Kontakt aufnimmt, um rauszufinden, warum denn jetzt die so von so Pech und so heimgesucht sind quasi. Und dann kommt er dann wieder nach so einem krassen Prozedere und erklärt ihnen ja, okay, wenn jetzt alle Frauen sechs Monate lang kein Fleisch von weiblichen Walfischen mehr essen, dann ist alles wieder gut. Also mit irgendeiner, mit so einer hanebüchenen Prophezeiung. Und das ist so, also Teufelsanbetung ist jetzt vielleicht nicht ganz ein richtiger Begriff, aber das ist so, das ist so ein Ding. Du musst jede Folge von ach, mindestens dreimal hören. Rückwärts. Aber wichtig ist es, jedes Mal neu down zu lassen. Neu runter zu lassen, genau. Und eine andere Anekdote ist, als ihm dann mal ein Nachbar quasi die eigene Frau, also die des Nachbarn zur Heirat anbietet, was auch so ein bisschen merkwürdig ist jetzt mit unseren Maßstäben, ne? Aber es ist tatsächlich wie beim Sklavenhändler, ja? Also bevor er sich versieht, steht die nackt vor ihm und der Ehemann weist so auf die besonderen Vorzüge der Frau hin. Diesen Modell? Und wenn sie jetzt anrufen? Und er hat tatsächlich, er entdeckt einen Vorzug, sie schielt nämlich. Und das ist tatsächlich, überlegt er sich so, das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil er muss sich nicht ständig mit irgendwelchen Nebenbuhlern herumplagen. Weil es tatsächlich ein Ding ist, dass Frauen und Männer, dass die keine monogamen Beziehungen führen. Also die Männer gehen dann lange auf Expeditionen, auf Jagd und derweil kann es dir passieren, dass die Frau dann woanders wohnt. Das ist aber vollkommen okay für die meisten. Die sind polyamorös. Kann man schon so sagen, ja. Aber das folgt schon auch irgendwie gewissen Regeln, nur halt anderen als bei uns. Später kommt es aber dann tatsächlich so, dass er diesem Ehemann, der ihm diese Frauen bietet, dem hilft er dann beim Hausbau. Und dann ist dieser Mann mal auf längere Zeit weg und dann bietet er tatsächlich diese Frau an, doch in der Zeit, dass sie bei ihm wohnen kann, damit sie nicht quasi alleine ist. Und irgendwie heiraten sie dann doch irgendwann. Ich meine, ich kenne da auch Storys, also Grüße gehen raus. Das ist eine Freundin, die war länger auch mal, keine Ahnung, das klingt so dramatisch. Allein gelassen? Nein, zur See gefahren. Ach so. Das klingt sehr dramatisch. Ja, das klingt sehr dramatisch, aber sozusagen, die hat halt auch gesagt, gerade ganz viele Filipinos machen ja eine große… Brombach oder Altmühl? Bitte? Brombach oder Altmühl? Nee, wirklich mehr. Mehr? Das sind ja viele oder viele der international fahrenden Besatzungen, das sind ja ganz viele Filipinos. Und auch bei so Kreuzfahrtschiffen und Ähnlichem hast du dann auch so, naja, fast so zwei Klassen. Du hast einmal irgendwie die Europäer, die dann mit den Leuten, die ja auf dem Schiff sind, in Kontakt sind und sozusagen immer noch die ganzen Hilfskräfte und Co., die Filipinos, die da draußen. Und ich sage halt auch, wenn du halt als männlicher Filipino da irgendwo auf so einem Schiff arbeitest, siehst du halt deine Familie vielleicht ein-, zweimal im Jahr. und dann halt dafür vielleicht mal fünf Monate oder zwei und wenn du dann halt an Bord bist, natürlich verliebst du dich dann auch mal, wenn du irgendwie deine Familie ewig nicht siehst und dann läuft mal irgendwas an Bord. Aber das hat wohl auch, also jetzt nicht so kulturell krass geregelt wie bei sowas, aber es hat schon auch so gewisse Regeln, so ein Daheim ist Daheim, das zählt dann nochmal anders. Naja, diese Regeln passen sich halt oft tatsächlich so Gegebenheiten und Situationen irgendwie an. Aber das ist tatsächlich auch so, also der kommt dann irgendwie der Ehemann wieder heim, die Frau ist jetzt dann mit Peter verheiratet und no hard feelings, also irgendwie alles ist okay, so läuft es halt hier. Das ist schon ein bisschen absurd. Und Peter hat eh auch schon irgendwie so einen kleinen Hausstand beisammen, denn also diese Frau, der Name ist Arnan Gwag, aber die benennt sich bald um in Navarana, was mir deutlich leichter vor der Zunge geht. Beate. Also bei ihm wohnt auch noch quasi dann der Großvater von seiner neuen Frau, Knut sowieso und auch diese Vivi und sie haben noch irgendwie einen taubstunden Jungen aufgenommen, den sie dann auch mehr oder weniger adoptiert haben. Aber der Sohn von der Vivi, wo ist der? Der, ich weiß nicht, ob der dann auch irgendwie sein eigenes Hausstand irgendwann, ach stimmt, der war irgendwann mal auch ein Sohn. Das klingt wie das Setup für die weirdestest Sitcom ever. Das stimmt. Eine witzige Anekdote dazu, die Mutter von diesem taubstummen Jungen, die wäscht aus Dankbarkeit, weil Peter den aufnimmt und ihm tatsächlich am Ende auch Sprechen beibringt, das ist auch super herzerwärmende Geschichte, aus Dankbarkeit wäscht sie ihm die Unterbuchsen. Ja, oder halt die ganze Wäsche. Ja, was jetzt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Die komplette Wäsche, okay. Ich habe jetzt schon fast die Perle vorgegriffen. Sie wäscht ihm die komplette Wäsche. Und ihm fehlt aber dann einmal, fällt ihm auf, dass ihm eine Unterbuchse fehlt. Und dann stellt er seine Wäscherin zur Rede und dann stellt sich raus, er hat ihr diese Wäsche zu waschen gegeben und sie hat bemerkt, dass diese Unterbuchse überhaupt noch nicht dreckig genug ist. Und hat die einfach selber noch angezogen für eine Weile, um sie so dreckig zu machen, dass sich das waschen lohnt. Also das ist wirklich ein anderes Leben, was die führen. Ich finde es nicht schön. Ich finde es nicht schön. Nein, Quatsch. Mit der Heirat. Beginnt für Peter ein neuer Lebensabschnitt. Obwohl alle eigentlich um ihn herum alle sagen und glauben, dass das eher auch so eine Casual-Ehe ist. Ein neue Liebe ist wie ein neues Leben. Nee, für ihn ist es tatsächlich der letzte und wahrscheinlich der größte Schritt in Richtung Going Native. Also sich da wirklich zu integrieren und wirklich als Teil dieses Volkes sich zu fühlen. Ich habe mir nämlich jetzt auch immer gedacht, warum macht der das eigentlich alles? Das konnte ich auch nie ganz rausfinden, was eigentlich seine richtige Motivation an der Stelle ist. Aber das klingt für mich einfach wie fasziniert von der Gesellschaft. Ja genau, vollkommen. Da taugt ihm halt einfach so. Also ich glaube tatsächlich, dass er es, ja aber warum der initiale Impuls da irgendwie hinzugehen, der ist mir schon fremd, ja. So in so einer Region. Aber das klingt ja irgendwie wie Abenteuer, Bock auf irgendwie andere Sachen sehen. Und dort dann einfach auch sich niederzulassen und dann sich da wirklich zu integrieren. Weil das war dann glaube ich wirklich, ah ja, ist ja ganz geil hier und die Leute sind eigentlich viel cooler als die anderen. Nee, das ist nicht so ernst mit Ehen. Eskimo-Frauen stehen zwar meist im Schatten ihrer Männer, aber sie leisten einen immensen Beitrag eigentlich in der Gesellschaft, wie so oft. Ich wollte jetzt sagen, wie war das mit diesem, die rudeln einfach mal 13 Stunden durch. Also Navarana zum Beispiel ist eine hervorragende Fuchsjägerin, die dann auch eigene Fallen und eigene Hunde hat, was schon eher ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber es kommt dann, also Füchse sind erstmal gar nicht so wahnsinnig viel wert. Aber auch dadurch, dass Peter und Knut diese Handelsstationen einrichten, steigt sowas dann mit der Zeit im Wert. Und irgendwann sind Fuchspelze so viel wert, dass die Jagd von der Frauen zur Männersache wird quasi. Also vorher konnten das, die Frauen jagen war egal. Da verdienen ja wegen was dazu. Genau, und dann sagen aber die Männer, nee, so ey, das machen wir jetzt lieber selber. Und selbst als das zur Männersache wird, ist Navarana so eine gute Fuchsjägerin, dass sie sich da noch besser schlägt als die ganzen Männer, die das dann machen. Also sie hat da ein Händchen für. Nebenbei macht sie auch noch Männerkleidung für Frauensalon fähig, was auch so ein Ding ist. Also ich brauche jetzt gar nicht auf die Details eingehen, aber Frauen tragen irgendwie andere. Also ich meine, ich kann mir, man stellt sich dann vor, die tragen irgendwie, keine Ahnung, Kleider und sonst was. Aber das ist natürlich Quatsch, sondern die tragen irgendwie Bärenfelle und andere Felle und sonst was. Und dass da dann irgendwie Mode tatsächlich noch einen Unterschied macht, fand ich schon irgendwie, habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber, also sie tragen auf jeden Fall dazu bei, solche Unterschiede auch irgendwie ein Stück weit zu verändern und einzureißen. Enja Mikkelsen ist ein befreundeter Forscher. Der hat sich fürs Jahr 1912 angekündigt. Der wollte über die Nordküste von Grönland bis zu der Thule-Siedlung eine Expedition machen. Also irgendwie aus noch weiter dem Norden dann irgendwie dahin wandern. Er taucht aber nie auf. Und das ist jetzt Grund genug für Knut und Peter, dass sie sich aufmachen, um den zu suchen. Die Zeichen stehen eigentlich auf nicht aufbrechen. Ja, irgendwie die Wetterprognosen sind nicht so geil. Die Eingeborenen sagen, bleib zu Hause. Der dänische Verwalter von diesem Gebiet sagt auch, nee, das lohnt sich gar nicht. Und überhaupt stehen die Chancen, diesen Mikkelsen zu finden und den Leben zu finden, eigentlich gar nicht so gut. Davon lassen die sich aber natürlich nicht abhalten. Das macht das Urteil eigentlich gar nicht so gut. Und ich hoffe, Stiftung Warentest führt das Ganze mal ein. Und sie nehmen auch noch zwei Inuit mit. Uftloriark und Inotsiork. Also die haben auch irgendwie schreckliche Namen, die ich nicht mehr aussprechen werde. Und sie wollen jetzt quasi losziehen in Richtung von dieser Expedition. Und nebenbei haben sie sich vorgenommen, auch noch den sogenannten Peary-Kanal zu kartografieren. Also das ist so ein Kanal, den hat Peary, der auch dann eine Expedition gemacht hat, irgendwann mal erwähnt. Aber der ist noch nirgends irgendwo verzeichnet oder es ist noch nicht ganz klar, wo der jetzt genau liegt und wie der verläuft. Haben sie gesagt, wenn wir schon unterwegs sind, bringen wir halt noch Eier mit, so ungefähr. Wollen sie diesen Kanal noch mitnehmen. Und sie bereiten sich jetzt auf diese Rettungsaktion vor, sammeln irgendwie Vorräte ein. Und schon bei den Vorbereitungen haben sie eine Grenzerfahrung. Also sie machen sich auf den Weg durch die Melvin Bay und da entdecken sie ein Eisbärpärchen auf einem Eisberg. Und das ist eine Gelegenheit, die man sich natürlich nicht entgehen lässt. Zwei auf einen Streich. Jetzt sind die Bären aber leider oben auf dem Eisberg und nur über so eine steile Eiswand zu erreichen. Und weil Peter der Größte ist, schicken sie ihn vor. Und die schlagen ihm jetzt noch so ein bisschen den Kuhlen für die Füße in die relativ glatte Eiswand. Bitte an dieser Stelle so sich das Videospiel Ice Climbers vom Ende des vorstellen. So wird es sein. Aber schicken jetzt einen einzigen Mann mit einem Speer gegen zwei Bären. Nein, sie geht mit einem Gewehr. Ah, okay. Und er kann singen. Sie lassen ihn jetzt da hochklettern, aber es ist gar nicht so einfach, während er so halbhängend an so einer Klippe mit dem Gewehr hantiert. Und während er das irgendwie versucht, den Schlag zu bringen, kommt der Eisbär aus dieser Höhle gerannt und auf Peter zu. Und vor Schreck stürzt er natürlich da irgendwie rückwärts runter. Der Bär oder der Peter? Der Peter. Achso. Und das hält ihn aber nicht davon ab, das Ganze nochmal zu probieren. Und jetzt macht er es aber anders. Jetzt nimmt er ein Stück Stoff an so einem Stock und versucht damit quasi so das Wenk von sich weg. Poke the Bär. Den Eisbären abzulenken. Und das ist ein Trick, der tatsächlich funktioniert. Also der Eisbär stürmt wieder aus der Höhle, aber diesmal nicht auf Peter zu, sondern auf den Stock. Und von unten feuern jetzt Knut und der Eskimo mit dem Gewehr. Was irgendwie auch eine ziemlich beschissene Situation ist. Der wird zwingend daneben. Genau. Aber es klappt, der Eisbär ist erlegt und der zweite fällt auch einige Augenblicke später. Ich weiß nicht, wer den dann erschießt oder ob der auch rauskommt. Aber sie haben jetzt quasi zwei tote Eisbären. Allerdings oben in so einer Höhle auf so einem blöden Eisberg. Die Bedingungen lassen ihnen keine Wahl. Sie müssen sie vor Ort verarbeiten, weil die kannst du ja da nicht irgendwie runterschleppen. Oder du kriegst ja nicht da raus. Also du musst die irgendwie aufschneiden, in der Reihen raus und so weiter. Und wenn sie da zugange sind, gibt es einen unglaublich lauten Knall. Und ein Donnergrollen durchzieht das Eis. Der Berg gerät ins Kippen. Und tatsächlich, bevor sie sich versehen, wird Knut hoch in die Luft geschleudert. Und bei Peter dreht sich ja auch irgendwie die Welt auf den Kopf. Und er wird da rumgeschleudert und landet in hohem Bogen auf dem Eis unterhalb von diesem Eisberg. Hä, was passiert? Was passiert? Das warme Bärenblut ist in Spalten ins Eis gelaufen. Und so ein Eisberg ist wahnsinnig unter Spannung. Also das ganze Ding. Und es hat diese warme Flüssigkeit, also diesen Berg so destabilisiert, dass diese Spannung den Berg aufgesprengt hat. In zwei Teile, mehr oder weniger. Das ist nicht dein Ernst. Ja? Das ist ja krass. Und tatsächlich, es gibt so ein Aberglauben unter den Inuit, die sagen, naja, ein Eisbär auf einem Eisberg irgendwie zu zerlegen, das ist irgendwie, das solltest du nicht machen, so ungefähr. Und das hat offensichtlich auch echt eine Ursache, diese Aberglauben. Und hätte die Leute am Leben, also das hätte wirklich schief gehen können. Sie hatten saumässig Glück, dass dabei nichts passiert ist. Aber im Grunde hat es diesen Berg in zwei Teile gesprengt. Krass. Superkrass. Also, sie waren jetzt aber eigentlich ja dabei, sich auf diese Expedition vorzubereiten. Sie überlegen jetzt noch, was die beste Route ist. Und es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. So einmal um dieses Inlandeis rum, was irgendwie halbwegs safe ist, aber halt ein weiter Weg. Oder eben über dieses Inlandeis, über dieses grönländische Eisschild. Das ist ein unwirtliches, gefährliches Gebiet, über das eigentlich sonst keiner reist. Ja? Und vom Gebiet, ja. Das hat 1,8 Millionen Quadratkilometern. Also das ist jetzt nicht auch mal so, da bist du schnell durch, sondern das ist die zweitgrößte permanente Eisfläche der Welt. Fun Fact, würde das Inlandeis komplett schmelzen, würden die Meeresspiegel um sieben Meter ansteigen. Meter? So viel Eisfläche ist das quasi. Ganz schön viel. Sie beschließen jetzt, das zu wagen. Ja, sie wollen nicht so viel Zeit verlieren. Sie wollen jetzt diese Expedition mittendurch und über diesen, es ist im Grunde ein großer Gletscher. Und sie haben ihre Hundeschlitten. Es ist aber klar, sie haben dann kein Festland quasi unter den Füßen für Tage. Es gibt kein Wild, es ist schwieriges Gelände. Es gibt erst einen langen Anstieg und sie wissen nicht ganz genau, wie es auf der anderen Seite dann wieder runter geht. Und die größte Gefahr wahrscheinlich sind Gletscherspalten. Sie starten trotzdem am nächsten Tag mit 34 Schlitten. Aber woher wissen die, wo die genau hin müssen? Das ist tatsächlich Peters Aufgabe. Der wird mit der Navigation betraut. Der hat so ein, hier wie bei der Schifffahrt, so ein Sextant, ein Telegraphen, nee, so ein anderes Gerät. Ich habe jetzt den Begriff. Ach, ja, ja. Wie heißt es? Ich habe ihn später noch irgendwo stehen. Also den benutzt er tatsächlich und er kann so mehr oder weniger zweimal am Tag, also irgendwie um Mitternacht und Mittag kann er irgendwie die Sterne so grob seine Position kalkulieren. Also das geht relativ grob, nicht ganz so genau. Deswegen darf Peter quasi, konzentriert sich auf die Navigation. Die anderen konzentrieren sich drauf, dann die Verpflegung irgendwie zu managen oder unterwegs zu jagen und so. Und sie starten mit 34 Schlitten tatsächlich, obwohl sie dann eigentlich nur zu viert diese Reise machen wollen. Aber sie nehmen am Anfang halt noch wahnsinnig viele Schlitten mit wahnsinnig vielen Fleischvorräten mit, um erst einmal ein Stück weit quasi noch gut versorgt zu sein und gut bekleidet zu sein. Und die Schlittenhunde und die Hundeschlitten müssen ja auch mit. Die müssen ja auch mit. Und je mehr Schlittenhunde du hast, desto mehr Fleisch brauchst du, desto mehr Schlitten mit Fleisch brauchst du und so weiter. Aber 34 ist schon ganz schön viel. Das ist sauviel. Also auf diesen Begleitschlitten sind auch quasi nur Fleischvorräte. Und die werden sich so nach und nach verabschieden, bis am Ende dann halt nur noch diese vier Männer mit vier Hundeschlitten übrig sind. Und der Anstieg ist lang, super hart. Die Hunde rutschen auf dem glatten Eis andauernd weg. Sie müssen an manchen Stellen die Schlitte mehr oder weniger entladen. Die Verpflegung dann von Hand irgendwie immer vortragen, zurücklaufen, weiterzuholen, vortragen, Schlitten irgendwie vorbringen. Also super zäh, super anstrengend. Am dritten Tag sind es noch 27 Schlitten und nochmal drei Tage später erreichen sie den Interior Dome des Eisschilds. Also einfach hat sie irgendwie so, ich weiß nicht, ob das dann schon wirklich die Mitte ist oder die Mitte von da, wo sie irgendwie drüber wollten. Aber so ein Punkt, wo sich dann der Rest der Gruppe auch verabschiedet. Es ist jetzt klar, okay, vorher hatten wir 34 Schritten mit ganz viel Fleisch, alles cool. Jetzt haben wir vier Schlitten. Wir müssen jetzt richtig, richtig schnell voran, damit wir jetzt nicht auf dem Weg von diesem Eisschild runter verhungern. Ja. Sie präparieren jetzt ihre Schlittenkufen mit einer Walrosshaut, die sie vereisen und unten an die Kufen binden, sodass es quasi auf dem Eis besser schlittert. Ja, also das Eis ist so beschaffen, ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht, ich hätte gedacht, dass man mit so Kufen dann da irgendwie so drauf gleitet irgendwie, aber tatsächlich ist es irgendwie so rau wahrscheinlich und so uneben, dass es irgendwie mit Eis auf Eis tatsächlich besser gleitet. Sie schaffen so ungefähr 60 Kilometer am Tag und das, obwohl die Hunde eigentlich gar nicht in optimaler Verfassung sind. Die haben nämlich gerade erst ihr Winterfell abgeworfen und wo sie gerade unterwegs sind, ist wahrscheinlich die kälteste Ecke der Welt. Und so einen richtigen Unterschlupf gibt es eigentlich auch nicht. Also super unwirtliches Gefühl. Ich habe heute auch mein Winterfell abgeworfen. Wo hast du denn hin? Das ist bei der Micha noch auf dem Fußboden. Okay. Die Navigation ist auch nicht ganz einfach. Aber immerhin ist gerade April, also Frühling, also konstant Sonne. Aber konstant Sonne heißt halt auch, die sind dann irgendwann auf 6000 Fuß Höhe, da brennt die Sonne halt auch ganz schön runter. Auch nicht so wirklich geil. Wenn du so weit guckst, nur Eis und Schnee hast, ist das halt für die Augen unfassbar anstrengend. Ich würde sagen, die Haut verbrennt die Augen, gibt es ohne Ende. Peter schreibt Flaming Hot Metal ist der Begriff, den er benutzt, um das zu beschreiben, dieses Gefühl. Und die anderen drei machen einfach lange Zeit die Augen zu. Die Hunde finden den Weg schon oder fahren schon. Er muss aber halt auch irgendwie nach Richtung und Landmarken und Sterne und sonst was gucken. Also ihm bleibt nichts anderes übrig, als immer mal wieder die Augen aufzumachen. Und dabei friert dir auch noch beinahe das Gesicht ab. Also eben teilweise hängen den Männern die Haut in losen Streifen von den Backen. Ja, das ist auch eine Umgebung, auf die ich richtig Bock hätte. Ja, gut zu sagen. Geil. Solange sie Blubber und Fett haben, dass sie zu sich nehmen und sich auch ins Gesicht schmieren können. Das ist alles lustig. Und irgendwie auch warm und verbrennen und so. Alles noch lustig und cool, ja. Aber die Vorräte, die werden sehr, sehr schnell weniger. Und dann irgendwann setzt die Schneeblindheit ein. Also nochmal die Steigerung des Ganzen. Peters Augenlider fühlen sich an wie aus Sandpapier. Öffnen lassen sie sich eigentlich kaum noch. Er kann nur noch mit der Hand irgendwie ein bisschen die Augenlider auseinander. Der Rest ist total geschwollen. Peter freut sich regelrecht über die kleinen Stürme, die sie immer wieder zwingen, mal den ganzen Tag im Zelt zu verbringen. Ich kann jetzt sagen, wir sind langsam in einem Rammstein-Video angekommen. In was? In einem Rammstein-Video. Gibt es da auch so Schnee und so? Ich habe da immer so Feuer und... Naja, keine Ahnung, wir ohne dich klettern sie ja irgendwie diesen Berg hoch. Also keine Ahnung, also einfach so diese Dramatik und auch irgendwie diese Unwirtlichkeit. Es wäre ja auch ein guter Sabaton-Song. So, vielleicht. Bei Flaming Hot Metal habe ich tatsächlich ein Tenacious Dear eher gedacht. Auch gut, ja. Sie haben jetzt so eine Regel aufgestellt. Also solange sie nicht reisen, an Tagen, wo sie nicht reisen, essen sie auch nichts. So, das ist einfach irgendwie ganz gut, um Vorteile zu sparen. Energie, ein bisschen runterfahren. Treibt auch ein bisschen an, ne? Aber es gibt Tage, da ist einfach das Wetter so scheiße, dass sie beschließen, im Zelt zu verbleiben und so richtig erholsam ist das aber dann nicht, ne? Weil wenn du nichts isst, ist halt auch irgendwie, kommst du nicht so richtig wieder zu Kräften. Ja. Und dann kommt irgendwann der Tag, wo Peter ankündigt, seine Berechnungen ergeben, hey, jetzt haben wir dann bald wieder Land vor uns. Also glaube ich, denn so richtig sicher ist er sich nicht. Ja. Weil, also ich meine, das eine sind die Berechnungen, das ist jetzt eh schon schwierig, aber so ein Hundeschlitten fährt auch nie gerade aus. Also du kannst auch nicht sagen, okay, der ist jetzt irgendwie sechs Stunden lang pfeilgerade nach Norden gefahren. Ja. So funktioniert es halt nicht. Sie merken jetzt aber, das Eis wird härter und härter, also die Beschaffenheiten werden besser und sie sehen dann auch tatsächlich irgendwann am Horizont, am Horizont richtige Berge. Und Peter muss zwar, richtige Berge. Peter muss zwar wirklich auch wieder die Augenlider mit den Fingern aufbrechen, fast schon, also aufziehen, um diese Hüge zu sehen, aber sie freuen sich tierisch. Ja, schon allein, weil die Vorräte fast durch sind und sie nehmen jetzt tatsächlich diese, diese Eishautdinger, die ich gerade beschrieben habe von den Kufen, kochen dort noch das letzte bisschen Fett raus, allerdings für die Hunde, damit die auch noch ein bisschen, die müssen sie ja auch noch ein bisschen durchfüttern. Wie war das vorhin, du kannst die Wirtschaftlichkeit von den Eskimos lernen, so? Ja, also ein Schlittenhund ist auch ein unfassbarer, hat einen unfassbarer Hundenenergieverbrauch, ne, logischerweise, weil es ist auch unfassbar, was die leisten. Die Kufen gleiten jetzt richtig gut auf dem Eis, auch ohne diese Eisdinger, also es ist jetzt wieder richtig gutes Eis unter ihnen und es geht bergab sogar so gut, dass Knut alsbald einem seiner Schlittenhunde über den Hals fährt und ihn direkt köpft. Direkt on the spot. Und es geht sogar so gut vorwärts, dass sie nicht mehr anhalten können, um den Hundeleichnam noch einzusammeln und irgendwie zu verwerten, weil lässt ja nichts verkommen eigentlich, aber sie sind quasi jetzt so in einem Abwärtstempo, dass sie überhaupt nicht mehr stoppen können. Das Ganze wird eine irre Rutschpartie aus Schlitten, Männer, Hunde, Knäule, steuern oder bremsen, das ist unmöglich. Sie haben jetzt mal wieder tierisch Glück, dass am Ende ein relativ sanfter Auslauf kommt und nicht irgendwie eine steile Klippe oder sowas. Eine Wand. Also sie wussten vorher nicht, was auf sie kommt. Oder einfach ein Auto. Und es bleibt dann irgendwann einfach stehen. Und so ein riesiger Fuß, der von oben kommt. Und es dauert echt eine ganze Weile, die Hunde aus dem Geschirr wieder rauszuknoten und so weiter. Also sie sind da eine Weile beschäftigt und dann stellen sie tatsächlich fest, hey, es hätten jetzt echt nur noch Meter gefehlt und dann wären diese gefürchteten Klippen gekommen. Also das Gute ist, wir sind da nicht runtergestürzt. Das Dumme ist, wir müssen da runter. Also Land vor der Nase, aber doch so fern. Es hilft aber nichts. Sie knoten jetzt ihre Harpunen, Pfeile und Seile irgendwie aneinander, sodass sich so mit so einem Behelfsgurt, also so Seil um die Hüfte irgendwie geschlungen um dich rum, sich dann Peter als erster mal wieder ablassen muss. Er kommt jetzt ganz gut durch bis an den Punkt, wo das eine Seil am nächsten geknotet ist und eine Harpune irgendwie dranhängt, die er sich dann irgendwie so beim Durchgleiten wirklich ins Bein, also nicht so rein stößt, aber so entlang reißt. Ist der, was ihm jetzt wirklich so das Bein aufschneidet, was A super gefährlich ist, weil da blöd viel Blut rauskommt. Gefrierbrand. Und B, weil jetzt auch viel kalt in das Loch in der Hose reinkommt. Also es ist doppelt scheiße oder hängt noch irgendwie in 10 Meter Höhe am Seil. Und hygienisch ist es hier auch nicht. Das ist jetzt gar nicht das große Problem tatsächlich. Also er ist, er kommt irgendwie dann noch, er kann sich dann noch runter retten und er sitzt jetzt da und versucht irgendwie mit seinen Handschuhen und mit Schnee diese Blutung zu stoppen, während die anderen drei jetzt halt so nach und nach die Schlitten runterlassen, die Hunde runterlassen, immer in so Dreierknäuel, was die Hunde aber auch nicht geil finden. Und tatsächlich gibt es Hunde, die in Panik oben über die Klippe springen. Ja. Also in mehr als einer Hinsicht. Die können es jetzt aber wenigstens zerlegen und an die überlebenden Hunde verfüttern, was dann so das halt ist, was ich meine mit, du verwertest halt dann in dem Fall. Peter ist jetzt aber erstmal ein Totalausfall. Also er kann, er kann jetzt gerade erstmal mit seinen Fingern die Augen wieder nicht öffnen und mit seinem Bein kann er, sobald er es bewegt, reißt die Wunde wieder auf. Also er kann im Grunde gar nichts machen. Boah, ich werde so gut schlafen in meinem bequemen, warmen Bettchen heute Abend. Das macht er jetzt quasi auch. Also tagelang einfach nur da liegen, während die anderen jetzt in dem umliegenden Land, sie haben jetzt zum Glück wieder ein richtiges Land um sich, werden sie dann nach Nahrung suchen. Und sie sind jetzt schon, mal kleiner Zwischenstand, sie sind jetzt elf Tage unterwegs und teilweise waren sie aber auch 24 Stunden am Stück einfach unterwegs. Weil ich meine, wenn du keinen Tag-Nacht-Wechsel hast, dann machst du halt, bis du umfällst, bis du nicht mehr kannst. Nach einigen Tagen müssen auf der Suche nach Nahrung dann die schwächsten Hunde getötet und verfödert werden, damit die anderen Tiere überhaupt noch weitergehen, weil die auch irgendwann streiken. Wie viele Hunde haben wir denn überhaupt noch über? Im Moment sind es gerade 40 ungefähr. Noch? Noch. Das ist schon auch ordentlich viel. Das ist ordentlich viel. Die Lage wird aber halt langsam kritisch. Also wenn sie jetzt schon Hunde an Hunde verfüttern müssen, weil sie nichts anderes haben. Aber überleg mal trotzdem, das sind halt zehn Hunde pro Nase jetzt, ne? Ja. Zehn Hunde, die dich ziehen für so einen ganzen Tag lang oder sowas, ist so viel jetzt gefühlt auch wieder nett. Weiß ich nicht. So, ich kenn mich nicht aus. Aber sie finden jetzt dann aber, also wirklich nach Tagen und nach wirklich so einem, oh Scheiße, wir müssen jetzt hier irgendwie echt anfangen, auch die Hunde weiter zu verfüttern. Sie finden dann zwei Moschus-Ochsen mit ihren Kälbern und das ist so mal kurz der Jackpot. Jackpot. Aber, sie bringt sich übers Herz. Doch, doch, doch. Es entspannt die Lage, aber nur vergleichsweise kurz, ne? Also 40 Hunde fressen halt auch gut. Ich wollte es sagen. Aber sie kommen jetzt zurück, haben was zu fressen dabei. Peter schätzt, dass sie fünf Tage unterwegs waren, um jetzt da irgendwie Nahrung zu suchen. Ja, es waren tatsächlich am Ende nur vier, was später nochmal zum Problem wird. Aber immerhin gibt es jetzt eine richtige Mahlzeit und das ist auch schon mal was, was ihm jetzt echt wieder relativ schnell dann Kräfte beschert. Also er ist jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung. HelloFresh. Sie müssen jetzt eh dringend weiter. Peter muss allerdings quasi, bevor sie weiterziehen, muss er bis Mittag oder Mitternacht warten, dass er navigieren kann. Also er kann jetzt nicht sofort einfach, er muss jetzt erstmal checken, hey Richtung und keine Ahnung. Er schickt aber die anderen schon mal vor und sagt, er kommt dann, er kommt dann nach den Spuren. Er folgt dann den Spuren. Und solange er die Spuren sieht, geht es eigentlich ganz gut. Ich ahne auch, was das hinaufläuft. Zeitweise kann er auch einfach die Augen schließen und den Schlitten laufen lassen, die Hunde einfach laufen lassen. Ja, seine Augen sind immer noch ein bisschen schwierig. Und dann aber merkt er, dass die Tiere plötzlich stehen bleiben und sich um irgendwas streiten. Und er kommt zu dem Schluss, ohne recht die Augen zu öffnen, dass seine Kollegen quasi ihm hier ein Fleischpaket quasi hinterlassen haben müssen. Und er springt jetzt auf, stürzt sich in das Knäuel aus knurrenden Hunden, um da halt sich auch was zu retten. Oh, sag mal nicht, dass es eine Person ist, die da liegt. Und er vermag es, nee, ist keine Person. Aber er vermag es, einen Beinknochen irgendwie zu ergattern und er setzt sich damit in Schlitten und kaut genüsslich das Fleisch. Alles eigentlich mit geschlossenen Augen. Und irgendwann wird dieser Knochen ein bisschen komisch. Also es kratzt ihm so beim Essen im Gesicht und dann zwingt er sich doch die Augen aufzumachen und dann stellt er eben fest, dass er gerade nicht den Moschusochsen gegessen hat, sondern ein Stück Hund. Aber ja, mei, ist jetzt passiert halt. Ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so übertrieben dramatisch, aber das ist eine Anekdote, die später schneller durchs Land reisen wird als Peter selbst und so die Lachnummer unter den Eskimos sein wird. Also für einige Eskimos wird das als das Lustigste, das sie jemals gehört haben, bis an ihr Lebensende weiter getratscht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es eher so ein Satpuh ist, so Hund zu essen. Ich weiß schon, ihr hättet jetzt wahrscheinlich krassere Anekdoten von mir erwartet, aber ich bin nur überrascht, dass das als witzig empfinden wird. Ja, du weißt ja nicht, wie kalt das Publikum bei den Stand-Up-Abenden ist. Peter holt die Jungs trotzdem irgendwann ein, sie beschließen, dass sie den vierten Schlitten dann, sie nennen es irgendwie jetzt Treibstoff verwenden, also sie machen dann quasi Feuer mit dem Holz und Mahlzeiten aus den schwächsten Hunden. Nahrung ist immer noch ein Problem und sie erkunden aber irgendwie weiter Gelände, finden aber jetzt eigentlich gar nicht wirklich irgendwie mal eine größere Herde von irgendwas, sondern eigentlich mehr so Kaninchen und kleine Tiere. Aber auch hier, also ich habe schon wieder vergessen, wo die überhaupt hinwollen, aber müssen die nicht wieder zurück? Sie wollen diesen Typen finden. Ja, ja, aber also. Ja, und dann haben sie ihn gefunden und haben nichts mehr. Das ist ja häufig das, was ich mir denke, wenn du solche Geschichten erzählst. Ja, total. Wie kommst du denn wieder zurück? Lass mir mal kurz noch ein paar Minuten Zeit, um da nochmal drauf einzugehen, weil das ich habe mich auch mehrfach am Kopf gekratzt, wer hier eigentlich wen retten soll und was da eigentlich abgeht. Vor allem mit diesem Aufwand würde ich schon längst umgedreht haben. Also das ist doch der eine Mensch auch nicht wert. Also jetzt mal ganz knallhart gesagt. Ja, da waren schon mehr auf der Expedition, aber es war nicht nur einer, der hatte natürlich auch ein Team dabei, aber ja. Ja, die Fragen hatte ich auch im Kopf. Ihnen dämmert jetzt auch langsam, dass Peters Kalkulationen… Wenn die dumme Idee war. …dass Peters Kalkulationen vielleicht nicht ganz stimmen können. Das haben sie aber dann eigentlich recht schnell zur Seite geschoben, als sie dann doch wieder ein paar Moschus-Ochsen finden, die ihren Weg kreuzen und dann auch wieder zumindest mal für eine Zeit lang sich hier wieder Luft erkauft haben. Und jetzt haben sie auch quasi einer der Eskimos, der mit ihnen reist, hat jetzt auch schon noch Schneeblindheit und sie müssen wieder pausieren. Und das ist tatsächlich irgendwie jetzt gerade ein sehr, sehr zähes Fortkommen. Immerhin haben sie jetzt gerade mal was zu futtern und sie stellen auch fest, dass gegen Schneeblindheit ganz gut ist, wenn man sich einen Teebeutel auf die Augenlider legt. Ah, die haben sie dabei oder was? Die haben sie dabei. Okay. Und das ist tatsächlich besser als das, was üblicherweise bei den Eskimos gemacht wird. Da legt man sich nämlich Kokain auf die geschworenen Augenlider. Und das ist tatsächlich auch gut. Das führt aber dazu, dass du völlig das Gefühl in den Augenlidern verlierst und dir dann das passieren kann, dass du da irgendwie dir einen Infekt oder irgendwas ins Auge gerät und du es nicht merkst. Also das war so bisher der Weg und das war sehr ungesund. Aber Tee ist fast genauso gut. Ich habe heute eine Zahnpasta geliefert bekommen, die Earl Grey Geschmack hat. Uh, das ist ja merkwürdig. Also sie erreichen jetzt dann ein Tal, in dem nochmal ein anderer Forscher vor kurzem irgendwie auch das Sommerlager irgendwie aufgeschlagen hatte und dann aber auch gestorben ist. Und das ist jetzt schon mal irgendwie kein so guter Gedanke. Ich glaube, das war der Typ, mit dem Peter seine erste Gründerleise gemacht hat. Und sie stöbern da so ein bisschen dieser Expedition auch nach und schauen, was die so hinterlassen haben. Und sie wollen aber im Großen und Ganzen relativ schnell aus diesem Tal wieder raus, weil sie wissen, dass da halt auch nicht die Chancen so geil stehen. Ja, wenn dann ein anderer schon mal irgendwie ums Leben gekommen ist, verhungert ist, was auch immer, gibt es vielleicht bessere Plätze, um zu kampieren. Sie wollen schnell weiter. Krepieren oder kampieren? Beides. Also sie wollen schnell weiter, ja. Aber zum Verhältnis, bis sie dann aus diesem Tal wieder raus sind, dauert es am Ende länger und kostet mehr Hunde als die ganze Etappe über das Inlandeis. Also das ist jetzt auch nicht mal schnell, ne. Sie kommen aber tatsächlich voran. Sie kommen dann nach diesem quasi, ach so genau, sie finden dann als nächstes das Sommercamp von demjenigen, den sie eigentlich suchen. Also die Hinterlassenschaft. Sie wissen jetzt, okay, sie sind zumindest hier an der richtigen Ecke, sie sind hier vorbeigekommen. Da ist auch ein kleiner Berg, wo sie sich ein bisschen Überblick verschaffen können. Und sie beschließen jetzt, dass sie jetzt erst einmal diesen Kanal suchen, nach diesem Kanal irgendwie Ausschau halten. und dann am Ostufer von diesem Kanal dahin gehen, wo dieser Mikkelsen hergekommen ist. Weil der am wahrscheinlichsten irgendwann einfach umgedreht hat und wieder zurück ist. Aber jetzt, also was ich mir immer denke, was ich bei so noch nicht formuliert habe, Achtung, heute ist es soweit. Wir sind hier im erweiterten Umfeld Nürnberg, Erlangen, Fürth. Wenn ich nur, also wenn ich doch jemanden suche, wo ich nicht weiß, wo der ist. Also ein 5-Grad-Winkel, der mich falsch, also woher weiß ich nicht. Was ein gigantischer Korridor da aufgeht. Also das kapiere ich halt nicht, weil wie kann man denn tagelang reisen, wenn du nur ein einziges Grad falsch bist und vermutest, wo die falsch sind, bist du meilenweit weg von, also, aber ich, das ist so unrealistisch für mich, dass ich gar nicht weiß, wie man das überhaupt machen kann. Ich glaube, dass das A, ein Mikro ist, dass die Leute eingehen und B, dass es am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht so viele mögliche Wege gibt, die so eine Expedition sinnvoll einschlägt. Dass die halt oft entlang von so einem Kanal zum Beispiel geht, wenn da irgendwie, keine Ahnung, Süßwasser ist oder so. Ich darf das nicht mit den Straßen hier in Deutschland vergleichen. Also das ist meine Erklärung, das weiß ich auch nicht besser. Also wenn da jemand da draußen da wirklich mir ernsthaft das erklären könnte, wäre ich sehr dankbar, weil, also, es scheint mir unmöglich, so jemanden zu finden. Ja, aber vielleicht ist so ein Bild besser von dem, was Jürgen jetzt sagt. Wenn du jemanden Lebenden suchst, der irgendwie im Wald umhergeht. Ja, genau, Wald. Ja, ja, Sekunde, aber dann gehst du die Waldwege ab. Ja, aber allein die Waldwege hier im Reichswald sind schon eine Million so. Ja, pass auf, aber ich glaube, du musst dir trotzdem vergegenwärtigen, dass die Wege viel weniger sind, als die ganze Fläche des Waldes. Wenn du jetzt sagen würdest, du suchst da irgendwie in dieser gigantischen Fläche jemand, dann ist es nahezu unmöglich. Wenn du aber sagst, naja, das ist aber eine Person, die ist wenigstens auf dem Weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal viel höher. Und selbst das ist irre. Wenn du jetzt sehen, bei entsprechenden Bedingungen kannst du da einige Kilometer gucken. Na, wobei es ist dunkel, dann vielleicht nicht. Aber es ist nicht Wald. Okay, I'm not convinced, Mr. President. Ja, du, ich kann es dir auch nicht besser erklären, außer dass für die, glaube ich, das relativ logisch ist. Okay, der muss jetzt hier langgekommen sein. Der ist wahrscheinlich hier am Ostufer von diesem Epiri-Kanal entlang und da gehen wir jetzt einfach hin. Hm, Schlagsahne, hier müssen Menschen sein. Und dann kannst du wahrscheinlich... Was ist Schlagsahne? Wahrscheinlich, wenn du... Kennst du nicht? Nee. Das ist auch so ein T-Shirt. Schlagsahne, hier müssen Menschen sein. Ich glaube... Der Sebastian Stanger hat das T-Shirt. Ich glaube, dass du, wenn du die... Dass die eine Spur hinterlassen. Ich glaube, dass du die Spur dann... Ist das Müll? ...dann schon irgendwie auch finden kannst. Irgendwie wie ein Lagerfeuer oder irgendwie hier, keine Ahnung. Red Bull-Dosen. Ja, was halt so Kondome, was man halt da so liegen lässt. Das ist geil, wenn es einfach permanent vögeln wird, so bei minus 40 Grad. Warm bleiben. Ja, Körperwärme. Weißt du, das ist so die beste Wärmequelle. Also, die treffen dann auf eine Herde Moschus-Ochsen, was erstmal alle Versorgungsprobleme löst. Was fantastisch ist. Für immer. Für immer. Es sind auch ein paar Kälber dabei, was gut ist, weil sie dann direkt hier Kühe dabei haben, wo sie auch noch Milch aus den toten Eutern saugen können. Wie schön, da freuen wir uns. Und das Geile ist, habe ich auch viel über Moschus-Ochsen gelernt in diesem Buch. Also tatsächlich haben die so ein Herdenverhalten, dass wenn du jetzt einen von so einem Moschus-Ochsen erschießt... ...dass alle anderen sich danach umbringen. Nein, dass alle anderen sich danach um diesen Kadaver stellen und ihn quasi noch so verteidigen. Also du kannst im Grunde nicht einen Ochsen erschießen, du musst alle Ochsen erschießen. Ja, finde ich auch ultra sympathisch von unseren Protagonisten. Aber vegane Ernährung ist jetzt für die keine... Ich glaube, bei deren... Das ist wirklich schwer, dein Eck. Bei deren Energieverbrauch ist es gerade... Ja, vor allem, da wächst ja nichts. Das wäre so krall, wenn du das Ganze machen würdest, aber du musst dich vegan ernähren. Das ist ultra-hard-Mode. Ich kann euch jetzt leider nicht mit Details aufwarten. Das Buch war einfach an der Stelle relativ verwirrend. Aber im Juni des Jahres stellen sie fest, es gibt überhaupt keinen Piri-Kanal. Also dieser ganze Kanal... Ja, erfunden. Den gibt es hier gar nicht. Keine Ahnung, was der... Der hat wahrscheinlich gedacht, da war ein Kanal, aber er hat irgendwie die Zeichen falsch gedeutet. Diese vermeintliche Piri-Insel ist eigentlich eine Halbinsel. Und irgendwie schlussfolgern sie daraus, wie gesagt, ich konnte wirklich nicht ganz folgen, es tut mir leid, sie schlussfolgern daraus, wenn sie jetzt weitergingen, um diesen Mikkelsen zu suchen, könnten sie erst im nächsten Jahr wieder zurück, was irgendwas mit zuführenden Fjorden zu tun hat. Also es würde ihre Möglichkeiten, abzubrechen, dramatisch verschlechtern. Und jetzt überlegen sie noch ein bisschen, schauen sich die Umgebung nochmal an, machen noch so eine kleine Erkundungstour, da gibt es nochmal irgendwie so einen Zwischenfall, bei dem Peter dann tatsächlich auch ins Wasser fällt, wo er versucht, mit einer Eisscholle einen Fluss zu überqueren. Verstehst du, er hat Zwischenfall gesagt. Und er fällt da rein, das Gerät, genau, er verliert nämlich dabei dieses Gerät, das er zum Navigieren benutzt, den Theodoliten, und der landet ebenfalls im Wasser. Und er ist wirklich verzweifelt, weil ohne dieses Gerät kann es halt passieren, dass ich da einfach völlig... Ja, ich bin ein bisschen verzweifelt, du mal sein kannst. ...völlig, völlig verreckt sind, ja. Ähm, er zieht dann schnell seinen Mantel aus und springt wirklich noch komplett in dieses Eiswasser, taucht unter, taucht nach der Gerät und kann tatsächlich dieses Ding auch zu fassen, zu fassen kriegen. Gerät fasst unter eine Eisplatte. Verrasch. Also es ist wirklich spitz auf knapp, dass er aus dieser Nummer irgendwie wieder rauskommt. Und er geht dann zum Lager zurück zu seinen Freunden und fühlt sich eigentlich als Held, dass er jetzt da irgendwie diesen Theodoliten noch gerettet hat, ne, und das Überleben gesichert hat und sie finden es tatsächlich wieder so ein bisschen merkwürdig, ja, und sie sagen, für Eskimos sind Männer, die schwimmen können, Zitat, meine Idiots. Don't ask me more. Ich weiß nicht, warum, aber die belächeln Leute, die schwimmen können. Hä, was ist denn die Logik, jemanden zu belächeln, der was kann? Keine Ahnung. Naja, aber ich glaube, das ist eher so ein... Ein echter Mann, das läuft ab. Ja, aber so ungefähr, oh, du kannst gut mit dem Killer umgehen. Okay, verstehe. Andere Leute können gut schreiben, ne? Ein richtiger Eskimo würde wahrscheinlich nicht ins Wasser fallen, so wahrscheinlich, ne? Also sie werden auf jeden Fall niemals in dieses Eiswasser getaucht, ja. Sie hätten womöglich aber, und da wird es für mich auch ein bisschen unverständlich, womöglich hätten die zwei Eskimos in der Gruppe den Weg nach Hause auch so gefunden, könnte ich mir vorstellen, weil die natürlich mit dem Gelände wahnsinnig gut vertraut sind. Da frage ich mich aber, warum dann Peter navigiert. Aber das ist so, weiß ich nicht. Egal. Sie entschließen, sie beschließen jedenfalls, dass sie doch umkehren, also dass sie diese Suche abbrechen und sagen, nee, sorry, das ist jetzt wirklich zu riskant, wir kehren jetzt ab, was auch, glaube ich, es fühlt sich einfach nach einem komplett bescheuerten Plan an, dieser ganze Ausflug, sehe ich auch so. Okay, sind wir uns einig. Kurz bevor sie dieses grönländische Inland-Eisschild wieder entdecken, entdecken sie tatsächlich ein neues Stück, also bevor sie da ankommen, entdecken sie ein neues Stück Land, also da wo es wirklich auch eisfreie Seen gibt. Also es muss, ich stelle es mir vor, wie das Paradies, wie den Garten Eden. Da gibt es Moschus-Ochsen, soweit das Auge reicht, es gibt irgendwie eisfreie Seen, sie kampieren, sie schlemmen, sie jagen Ochsen mit dem Messer, weil sie langsam keine Munition mehr haben, was auch gar nicht so ungefährlich ist. Und am Ende verbrennen sie dann nochmal einen der Schlitten und treten jetzt dann mit nur mehr 20 Hunden und zwei Schlitten die Heimreise über das Inland-Eiss an. Naja, 16 Hunde, weil vier bei dem letzten Kampf mit dem Messer und dem Ochsen draufgehen. Ja, ich, also mein Facepalm sieht man nicht, man hört es vielleicht. Ein eingeklemmter Ischiasnerv bei Knut wird auf der Heimreise zum Problem, auch dass jetzt so nach und nach immer mehr Hunde sterben und vielleicht, dass unterwegs eine Hündin Welpen bekommt, die aber doch während sie wirft von den anderen Hunden verspeist werden. Und den neunten und letzten, den isst sie dann selber und steht auf und marschiert ohne zu mohren weiter. Dann beginnt Peters linker Fuß zu schmerzen und zu schwellen. Und ich finde es ja gut, wie Dominik sich vorhin kaputt lacht, als der Typ vom Auto überfahren wird. Nee, das finde ich jetzt echt schlimm. Und jetzt kriegt er keinen Ton mehr raus. Weißt du, wenn Hunde sterben, ist es immer schlimmer. Aber das ist Spiegelfilm, genau, wenn Hunde und Tiere so richtig leiden. Also Peter leidet auch, sein linker Fuß schmerzt, er schwillt an so sehr, dass sie irgendwann seinen Stiefel aufschneiden müssen. Er kann quasi nicht mehr richtig laufen, er beißt sich aber durch. Ist das die Origin-Story, warum wir heute den Nikolaus Stiefel rausstellen? Nee, das wäre aber schön. Und sie kämpfen sich irgendwie über dieses Inland-Eis, bis sie eines Abends Land vor sich sehen und damit Thule eigentlich unmittelbar vor ihnen liegen muss. Eine, vielleicht zwei Tagesreisen entfernt. Sie essen jetzt die restlichen Vorräte, sind irgendwie echt in absoluter Partistimmung, heizen das letzte Kerosin durch. Die Aussicht auf daheim beflügelt sogar die kranken Hunde. Also die sind jetzt wirklich hier, wir haben es jetzt fast geschafft. Jetzt kommt dann aber das zum Tragen, was ich vorhin angedeutet habe. Peter hat sich irgendwie verkalkuliert auf dem Hinweg bei seiner Rechnung, was die Tage angeht. Und das führt jetzt dazu, dass sie nicht an der Stelle sind, wo sie eigentlich sein wollten oder wo sie eigentlich denken, dass sie sind. Deswegen haben sie jetzt da noch einen weiteren Weg, als sie eigentlich haben müssen, den sie jetzt, also es ist jetzt nicht dramatisch weiter, aber es ist so irgendwie ein Tag weiter oder so, was schon nochmal die Stimmung ein bisschen dämpft. Peter läuft jetzt auf Schieren der Gruppe voraus und findet sich alsbald auf einer Kletterspalte wieder. Also er kann wirklich so im letzten Moment noch so die Arme über die Öffnung spreizen und mit den Füßen hängt er im Leeren. Und dann schön T-Posen, ne? Schön Posen. Also er hängt tatsächlich in dieser Gletscherspalte, kann sich an den Schultern irgendwie am Rand halten, hat aber nichts von den Füßen, also hat keine Chance da wieder rauszukommen. Hat nichts von den Füßen? Hat nichts an den Füßen. Aber Sekunde mal, was ist eigentlich mit dem Fuß? Naja, ja, das ist immer noch ein Problem. Er beißt sich durch. Aber beim, also sie sind jetzt wieder bergab mit Schieren, so das geht irgendwie gerade noch so, ne? Solange er nicht laufen muss, irgendwie geht's irgendwie. Aber er beißt sich durch. Also er hängt jetzt in dieser Gletscherspalte, muss warten, bis seine Kameraden nachkommen, also bis sie ihn überhaupt hören und finden und retten. Für ihn vergehen gefühlte Stunden, wahrscheinlich waren es aber eher Minuten. Sie kämpfen sich weiter vor. Es gibt jetzt immer mehr Gletscherspalten, die zwingen sie teilweise nochmal zu großen Umwegen. Also ist gar nicht, gar nicht gut für die Moral. Und ein weiterer Hund stirbt. Ich hab hier noch so Noten und sieben kleine Schlittenhunde, aber das findet ihr jetzt nicht witzig, ne? Nein! Sie müssen jetzt einen Schlitten verstauen, also sie lassen ihn quasi zurück und beschließen, wir sind jetzt nicht weit von zu Hause, den holen wir später, ne? Sie gehen jetzt dann mit einem Schlitten weiter. Peter wird in den anderen Schlitten verbannt, weil er, weil er wirklich langsam auch durchdreht, durchdreht, ja, weil er jetzt irgendwie auch nicht mehr richtig laufen kann und jetzt auch mit dem Kopf wirklich nicht mehr so richtig bei der Sache ist. Er hat große Schwierigkeiten mit seinem Bein. Knut ist auch noch in sauschlechter Verfassung mit seinem Ischiasnerv. Also die ganze Prozession ist jetzt ultra langsam. Sie müssen stellenweise den Schlitten schieben. Aber die Landschaft wird immer vertrauter, sie kennen sich jetzt langsam aus, die können wirklich jetzt mit der Aussicht auf, wir sind bald daheim, die letzten Kräfte mobilisieren. Also beim Disneyland Paris raus. Aber von den Männern ist keiner gestorben. Von den Männern ist keiner gestorben. So sind nur alle Hunde jetzt tot. Knut geht zu Peter hinüber und gesteht, dass er im Sommer da unterwegs jetzt gar nicht geglaubt hat, dass sie jemals wieder nach Hause kommen. Also er hat dem keine Chancen mehr eingerechnet. Aber jetzt, wo das durchgestanden ist, er will nie wieder ohne Peter reisen. Nie wieder. Und um Roddy zu zitieren, den großartigen Künstler tot. Alle Hunde tot, alle Hunde tot. Nee, nee, nicht alle. Nach Monaten der Qual und Entbehrung kehren die vier nach Hause zurück in ihre Thule-Siedlung. Sie prügeln jetzt die Hunde ein letztes Mal, damit die jaulend ihre Ankunft ankündigen. Zum Peitschen können sie sich nicht mehr durchringen. Und schließlich binden sie die Hunde los und lassen sie quasi nach Hause rennen. Sie bemühen sich jetzt bei ihrer Ankunft möglichst lässig rüberzukommen. Sie packen jetzt ein bisschen Tabak auf. Vor allem lässig, du hast irgendeinen Fuß dir völlig im Arsch. Du bist kaputt, dein Ischis ist kaputt. Ihr seid einfach nur im Arsch. Lass uns mal ein bisschen lässig ankommen. Sie packen jetzt Tabak aus, den sie jetzt sich mühsam echt lange abgespart haben, aufgehoben haben. Und latschen rauchend quasi zurück in die Siedlung. Bieten den Leuten dort noch Tabak an, was geil ist, weil da gibt es schon seit Monaten im Umkreis von Meilen keinen Tabak mehr. Alles irgendwie aufgebraucht. Und kommen jetzt lässig zurück und sagen, ach, wir wollten hier noch eine rauchen mit uns. Der ganze Ausflug wird als die erste Thule-Expedition in die Geschichte eingehen. Die Rückkehr ist am 15. September 1912. Sie waren fünf Monate unterwegs. 2.500 Kilometer. Sie haben unterwegs 29 geografische Objekte benannt und bewiesen, dass der Piri-Kanal nicht existiert. Später stellt sich raus, dass auch schon der verunglückte Milius Eriksen herausgefunden hat, dass der nicht existiert. Also er hat es quasi niedergeschrieben, ist verunglückt, aber seine Aufzeichnungen waren auf dem Weg zurück in die Zivilisation, während Peter und Knut quasi auch zurückkamen. Aber der Tübi ist gestorben, oder? Äh, ja. Okay, und wo wäre er gewesen? Ich muss gerade mal... Ganz woanders. Ganz woanders. Nee, sie haben ja sein Sommerlager irgendwie gefunden. Also er ist dann, glaube ich, schon... Aber das ist jetzt nicht die Info, ob sie ihn knapp verpasst haben, Meilenwert verknastet haben, ob er schon Monate lang tot war. Nein, aber er ist quasi schon dann irgendwann umgedreht und hat den Rückweg angetreten, meine ich. Und dadurch, dass sie aber dann diesen Kanal nicht gefunden haben und somit ihre Route, die sie sich irgendwie überlegt haben, eigentlich ja nicht funktioniert hat, konnten sie dann eigentlich nicht mehr weitergehen. Also sie konnten ihn dann gar nicht finden. Okay. Sie haben dann irgendwie abgebrochen, um sich selber zu retten, mehr oder weniger. Und ich frage mich ja auch tatsächlich, so jetzt können wir ja drüber reden, ich frage mich ja, was die da hätten retten wollen. Die sind ja selber fast verreckt. It's literally what I said. Ja, das war jetzt aber mittendrin, aber da konnte ich ja noch nicht sagen, ob sie halt zurückkommen. Sie kommen gerade wirklich auf dem letzten Zahnfleisch, kommen sie irgendwie nach Hause zurück. Und was hätten die da noch irgendeinen retten wollen? Keine Ahnung. Aber naja, sie haben die bislang nördlichsten Reste von Zivilisationen gefunden. Also auch so verlassene Eskimos-Siedlungen und so. Also das war schon trotzdem ein relativ bemerkenswerter Ausflug. Auch diese Tour über das Eis, das hat noch nie jemand in der Form gemacht. Mit Hundeschlitten total bescheuert. Mit Hundeschlitten übers Inlandeis. Das hat noch nie jemand. Also völlig, völlig hanebüchene Expedition. Das ist ein ganz großes Ding. Ich habe auch noch nie ein Sternemenü mit Scheiße zubereitet. Also weißt du, manche Dinge sind einfach so hirnrissig, dass ich natürlich irgendwann der Erste bin. Aber sie haben bewiesen, dass es geht. Also ich meine, es ist doch was. Es dauert jetzt tatsächlich, bis sie sich ein bisschen erholen, aber gar nicht so lange, wie man vielleicht meinen möchte. Und schon bald reisen Knut und Peter mit vielen erhandelten Fuchspelzen nach Südgrönland, um wieder so ihren Warentauschhandel quasi weiter zu betreiben. Dummerweise bricht sich Peter da kurz vorher den Arm. So die meisten Unfälle passieren einfach im Haushalt. Also da bricht er sich jetzt den Arm. Beim Unterhose waschen. Und das erzähle ich jetzt eigentlich auch nur, weil es gibt so bei den Eskimos so das Ding, gebrochene Knochen, so einen Mann mit gebrochenen Knochen, den lässt man einfach. Der meldet sich dann wieder. Das hat auch irgendwas mit Stolz zu tun. Also dem bietet man jetzt nicht irgendwie Hilfe an, sondern den lässt man einfach machen. Aber zumindest seine Frau und Knut kümmern sich um Peter. Sie geben ihm so einen Robbenfellverband. Und da haben die Eingeborenen einen ganz tollen Trick, um zu wissen, wann der wieder runter kann. Die setzen einfach Läuse unter diesem Verband aus. Wow. Und solange der Schmerz schlimmer ist, als es jucken, muss er dranbleiben. Das ist doch eine geile Methode, oder? Ja, das ist unglaublich geil. Und bei Peter funktioniert Arnold. Er kann trotzdem eine Weile nicht reisen, verbringt viel Zeit wieder mit Schreiben. Also ich nehme an, es war zumindest nicht sein Schreibarm vielleicht. Und das Zeit vergeht, aber im Großen und Ganzen genießt er eigentlich sein Leben. So in der Form. Also er findet das ganz geil. Er ist weit weg von unglücklich sein. Okay. Neben das eine. Aber er fühlt sich so ein bisschen nicht vollends befriedigt. Also sie haben jetzt wirklich, komisch. Sie haben wirklich was Großes gerade geleistet. Er hat das Inlandeis überquert mit Hundeschlitten. Keiner vor ihnen hat sowas gemacht. Als Recht kein Weißer. Das muss doch irgendwas wert sein. Also bei den Eskimos geht alles relativ schnell wieder ins Tagesgeschehen über. Aber sie beschließen jetzt, dass sie nach Dänemark reisen, um sich dort ordentlich so ein bisschen feiern zu lassen für das, was sie da getan haben. Ja, die guckt mich so unglaublich an. Gehen sie jetzt da hin und behaupten einfach, dass sie es gemacht haben. Also wie kannst du denn das auch wieder beweisen, dass du es gemacht hast? Naja, die haben quasi Aufzeichnungen und Entdeckungen und die kann natürlich im ersten Moment keiner beweisen. Ja gut, aber das hat man doch vorhin schon bei Sachen, die er erzählt hat, die er erlebt hat, dass plötzlich ein anderer ums Eck kommt und sagt, Moment, das kann aber aus Grund ABC ja gar nicht sein. Solange es sich deckt mit den anderen, genau. Also gibt es erstmal keinen Grund, das anzuzweifeln. Und ich meine, die sind ja bekannt, die beiden. Genau, das sind ja keine Niemande, sondern die sind bekannt. Also sie reisen jetzt Richtung Dänemark, von unterwegs schicken sie ja schon Telegramme an den dänischen König, an die Geographical Society, an wichtige Zeitungen und alles mögliche, um sich so ein bisschen anzukündigen. Und, upsala. Ich schicke auch mal dem Königen eine Nachricht, dass ich komme. Und tatsächlich, als sie dann nach Kopenhagen einsegeln, warten dort schon irgendwie ein Haufen Journalisten und sie werden dann da irgendwie auch, also es ist richtig auch wirklich ein großes Ding, nicht nur in ihrer Wahrnehmung, sondern auch in der anderen Wahrnehmung. Auch freuen sich die Familien natürlich, die mal wieder zu sehen. Es gibt eine Riesenparty schon in dem Hotel, in dem sie in Kopenhagen da irgendwie ankommen und Knut ist sowieso der Typ. Der fährt schon überall eine Party und das ist so einer von der Sorte, wenn Knut tanzen will, dann schläft auch sonst niemand. Ja, spätestens, wenn er singt. Genau. Nee, das ist der andere. Ja, ja, ich weiß schon. Da bin ich echt drauf gespannt, das nachzuhören später. Klingt absolut spektakulär, wie ihr das zusammengefasst habt. Schließlich lässt auch der König von sich hören und lädt Knut und Peter an den Hof ein. Singt auch. Und als sie dem König dann erzählen, dass sie quasi im Namen des Königs ja jetzt neues Land akquiriert haben und sich dafür eigentlich jetzt gerade feiern lassen wollen, ist der König aber etwas so pikiert, weil er möchte eigentlich vorher doch ganz gerne wissen, ob es das Land überhaupt wert ist, ja, dass es im Namen des dänischen Königs annektiert wird. Also das kann für ja jeder kommen und jetzt irgendwelche komischen, hässlichen Landstriche hier einfach annektieren. So geht es ja nicht. Sie bekommen 700 Dollar aus irgendeinem Fonds, um Expeditionskosten zu decken und sie kriegen tatsächlich diesen Scheck mit den Worten überreicht. Sie sollen doch nächstes Mal einfach mehr verlangen, weil mit 700 Dollar kann man ja auch gar nichts Erwähnenswertes leisten. Ja, also sie müssen einfachst maximalen. Wir brauchen 8000 Dollar und eine Reise nach Vegas. Das ist bei was? Achso, ich dachte, das wäre irgendeine Anspielung. Also mittlerweile ist Thule, die Siedlung, die sie da, ich meine, die Siedlung gab es irgendwie vorher schon, aber sie haben es benannt und diesen Handelsposten da errichtet. Das ist jetzt quasi so richtig offiziell so der dänische Außenposten. Und Peter ist auch offiziell so der dänische Verwalter mehr oder weniger von dieser Siedlung. Und also das hat jetzt alles irgendwie so einen richtigen offiziellen Charakter. Und sie schiffen da jetzt mit dem Boot auch dann Waren in diese Gegend. Hat er eine Scherpe. Wobei das mit dem Boot, nee, eine Scherpe hat er nicht. Wobei das mit dem Boot gar nicht so einfach ist, weil die Wege unterwegs halt auch nicht immer eisfrei sind. Also der Weg zu ihrer Siedlung ist tatsächlich nicht ohne weiteres machbar. Einfach mit dem Boot. Sie kehren dann irgendwann wieder zurück nach Grönland und seine Frau ist überglücklich verfreut, weil man der wohl erzählt hat, dass Peter nie wiederkehren würde. Wenn er jetzt einmal wieder zurück in Dänemark ist, kommt er nie wieder. Aber sie ist super happy, dass er wieder da ist. Sie hat auch bei so ein paar Missionaren die Zeit verbracht und die wollten sie wohl auch irgendwie taufen. Was auch so ein Ding ist, gerade bei irgendwelchen Urvölkern, dass da die Missionare halt unterwegs sind und alle zu bekehren versuchen. Und ich glaube, sie hätte sich auch taufen lassen, aber sie erzählt, dass der Minister versucht hat, sie zu küssen und dann irgendwie noch Schlimmeres gemacht hat und sie hat ihn dann getreten und wahrscheinlich auch noch Schlimmeres gemacht und hat sich dann nicht taufen lassen. Sie sagt, sie hat keinen Nutzen für die Taufe, wo man doch nicht getauft sein müsse, um sich beleidigen zu lassen. Das ist so eine Anzeige. 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 Thule ist ein formidabler Ausgangspunkt für Expeditionen in den noch unerforschten Teilen Grönlands. Also ich meine, deswegen ist Peter ja da hingegangen. Aber es kommen jetzt immer mehr Forscher auch aus anderen Ländern. Aus Nordamerika zum Beispiel und auch aus weiter weg. Gut, es ist relativ weit weg. Wobei in Grönland, Nordamerika ist dann gar nicht mehr so weit. Südindien wäre weiter. Das wäre weiter, das stimmt. Aber dadurch, dass da immer mehr Leute kommen, ist natürlich dieses Handelssystem beeinträchtigt vor Ort. Also die Eingeborenen sind jetzt sehr oft beschäftigt mit diesem ganzen Handel und Handeln von einem zum anderen und jagen nicht mehr so viel wie früher. Vor allem, weil die Amerikaner auch viel Geld mitbringen. Wobei die auch dafür bekannt sind, die Naturvölker übers Ohr zu hauen. Aber im Prinzip bringen die auch erst mal viel Geld mit bei ihren Expeditionen. Und das führt jetzt alles irgendwie unterm Strich dazu, dass die Nahrungsmittellager in jenen Jahren, in denen wir gerade sind, manchmal einfach auch leer sind. Also dass die gar nicht so viele Vorräte für längere Zeiten anlegen, wie sie es früher gemacht haben. Und das führt jetzt zu einer komischen Situation, als dann mal bei Peter und Knut Besuch aus Amerika aufschlägt und eigentlich man ja da dann die Leute bewirtet und sie haben aber nichts mehr zu essen, mehr oder weniger zu Hause. Wird man wie der Hund geschlachtet? Und Knut ist ja auch nie um eine Geschichte verlegen und schafft es tatsächlich, diese Peinlichkeit zu umgehen, indem er, also es ist ein bekannter Geologe, der da da ist und dem bietet er quasi eine völlig vergammelte Walfischflosse an. Das ist so ein Teil, das sie irgendwo noch Das ist eine Kostbarkeit. Verkauft sie mir halt als Delikatesse und dem dreht es fast den Magen um. Und wenn die essen, Knut, der tönt immer weiter und isst das auch. Also ich meine, die sind sowas gewohnt, ja, aber der andere, der wird grün im Gesicht und kriegt es fast nicht runter. Ich habe, wenn ich die Anna zur Schule fahre, so die läuft den letzten Meter zur Schule, das heißt so, ich bin so um 7.30 Uhr wieder auf dem Rückweg so und da macht der Metzger gerade auf. Jetzt war ich schon ein paar Mal so der Erste beim Metzger. Und dein Leberkäse? Und heute Morgen, und heute Morgen habe ich, Schweinegesicht. Nein, heute Morgen habe ich unter anderem Käse aus der Theke gesagt, den hätte ich gern und dann habe ich gemeint, ja, ich hätte gern dieses Stück, was da liegt und so und dann sagte der immer sehr gut gelaunte Metzgermeister, sie haben gesehen, dass der kostbar ist. So, weil der kostet irgendwie 100 Gramm, 5,40 Euro. Ich fand das so eine schöne Formulierung. Er ist kostbar. Ja, die Walzlischfrosse ist, glaube ich, auch kostbar und also Knut ist voll in seiner Story drin und gar nicht mehr zu bremsen und er tönt jetzt auch noch, normalerweise würde er jetzt auch noch Kaffee anbieten, aber das würde den Genuss versauen. Ja, und ich meine, in Wahrheit gibt es innerhalb von 500 Meilen wahrscheinlich keine Kaffeebohne mehr. Ich würde auch mal Kaffee machen, habt ihr Bock? Ein Espresso fände ich tatsächlich ganz geil. Ich habe nur noch mal einen Kaffee da. Oh, schade. Magst du einen? Einen halben. Ich? Keinen Kaffee, danke. Also dann, ich höre zu. Soll ich so lange weiterreden, ja? Ja, ja, bitte. Ich höre zu. Dieser Geologe kommt noch ein zweites Mal und was eh schon merkwürdig ist, aber tatsächlich bietet er bei seinem nächsten Besuch an, was total unüblich ist, aber er bietet an, Essen mitzubringen, um sie quasi zu bekochen, ja, um sich mit seinen Kochkünsten für die Gastfreundschaft zu revanchieren. Natürlich, weil er Angst hat, dass er noch mal sowas vorgesetzt kriegt. Und ihr bringt dann einfach nur so eine Dose Spam mit. Das wäre cool. Oh nein, die Spammer haben uns auch in Grönland erreicht. Knut und Peter verbringen viel Zeit auf ihren Schlitten und jetzt mehr eigentlich um Waren von, durch die Gegend halt zu schiffen, äh, zu schiffen, zu schlitten, zu karren, zu, zu, was macht man auf Schlitten? Bringen. Zu gleiten. Zu bringen, zu bringen, war mir zu, zu wenig beschreibend. Zu gleiten, zu rutschen, zu schlittern, zu schlittern. Schlittern ist schön. Mit den Schlitten zu schlittern. Und gar nicht mehr so viel, um neue Gegenden zu erkunden. Aber immerhin floriert ihre Handelsstation und wird von den Eingeborenen immens gut angenommen, weil Peter und Knut halt ja auch mehr oder weniger zu den Eingeborenen gehören. Also andere Handelsstationen, ne, da ist es irgendwie, da wird anders mit den Leuten umgegangen, aber hier, ja, die sind halt wirklich, die sind integriert. Und das, ähm, der große Unterschied zu anderen Entdeckern halt ist hauptsächlich, wie die mit den Eingeborenen umgehen. Das ist vergleichsweise auf Augenhöhe ist. Das ist komplett auf Augenhöhe, würde ich sagen. Also für viele Eskimos ist der Trip nach Thule zum Handeln das Highlight im Jahr und sie holen sich nur von dort Werkzeuge, Waffen, Vorräte und so weiter. Also wirklich auch weithin im weiten Umkreis ist das so. Und das ist ein bisschen, ich fand das sehr witzig, deswegen habe ich das etwas genauer noch mitgebracht, ähm, wie ihr euch so einen Ausflug, wenn das so das Jahresheil oder das, wie man sich das vorstellen muss. Da kommt so eine Eskimo-Familie, also wirklich mit der ganzen Familie angereist. Sie tun dann aber so, als wären sie zufällig hier, ja, und warten, bis sie dann erst eingeladen werden da so. Also sie müssen wirklich überredet werden, dass sie in den Laden kommen, weil eigentlich sind sie ja quasi zufällig hier und haben gar keine Zeit. Also voll wieder dieses Understatement. Dominik schmunzelt, ne, weil das kennt man in Franken auch ab und zu, sowas, ne. Sie gastieren dann aber für zwei oder drei Tage bei Peter im Laden, mehr oder weniger, ne, also. Dann erst fragt Peter, was sie denn in dem großen Beutel draußen auf dem Schlitten hätten, weil er dringend Fuchspelze bräuchte. Und die sagen, das, ach nee, das sind nur alte Lumpen, das ist viel zu schäbig, dass sie dem Peter die auch nur zeigen würden, man hätte die eigentlich gar nicht mitbringen dürfen, wie dumm von ihnen, warum sind die eigentlich auf dem Schlitten? Wir müssen falsch. Bla, 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 das geht stundenlang so. Dann kippt der Besucher irgendwann einen großen Haufen der wirklich besten Pelze auf den Boden, die man sich vorstellen kann. Dann geht's andersherum. Peter kann unmöglich seine minderwertigen Waren im Tausch anbieten. Nichts käme dem Wert auch nur annähernd nahe. Er weiß natürlich jetzt schon sofort genau, okay, alles klar, überschlagen, ich weiß, was es wert ist, ich weiß, was ich am Ende dafür rausgeben werde, aber das Theaterspiel geht weiter. So ein typischer Tanz so am Hofel, weil jeder weiß, dass er den Krieg ausführen musste. Nach langem Hin und Her wird der Eskimo mitsamt Frau dann ins Lager gelassen, ja, also wo die Waren gelagert sind, wo die nicht selten den halben oder den ganzen Tag sogar verbringen, um sich jedes einzelne Teil im Lager anzusehen. Jedes Gewehr, jede Kiste mit Nägeln, jede Tasse, jedes Garn, alles. Dann kommt die nächste Verhandlungsrunde. Der Eskimo könne unmöglich irgendwas von den vielen Schätzen annehmen, aber wenn, ja, wenn doch, dann, ja, nee, also wenn, wenn, also, nee, eigentlich nicht, aber wenn, dann vielleicht ein paar, ein paar Nägel. Ja, okay, paar Nägel, alles klar. Braucht er denn nicht vielleicht auch ein Gewehr? Ah, ja, ein Gewehr braucht er eigentlich auch. Naja, und Munition? Ja, ja, sicher, weil ein Gewehr und eine Munition ist ja irgendwie auch Quatsch. Und braucht er vielleicht auch eine Axt? Ja, ja, wie eine Axt ist er eigentlich ja hergekommen. Und vielleicht auch ein Messer? Oh ja, ganz dringend, ganz dringend ein Messer. Und so geht es dann weiter. Das ist aber dann noch nicht vorbei. Dann spricht Peter die Frau an. Ob die Frau denn was bräuchte? Die versinkt in gespielter Scham im Boden, dass sie von einem Weißen überhaupt angesprochen wird. Am Ende ist es natürlich absolutes Schauspiel. Auch Eskimo und Frau wissen, dass es Schauspiel ist. Die machen absichtlich unabhängig voneinander Geschäfte, ja, also der Eskimo einzeln und die Frau einzeln, weil sie sich mehr Gegenwert davon versprechen. Also es ist natürlich auch, jeder weiß, was da passiert, aber sie machen es trotzdem. Peter kennt aber die Tricks natürlich. Er legt dann noch Garen, Stoff und Tassen drauf, quasi im Handel mit der Frau, bis er etwa den Gegenwert von etwas um die N-2 Pelzen ungefähr hat. So, warum N-2? Ja, weil es noch das große Finale kommt. Die Eskimos schicken sich an zu gehen, sind schon draußen, dann kommt der Mann noch mal rein, ach, er hat ja noch eins vergessen, könnte er nicht noch eine Pfeile haben? Ja, so, okay, alles klar, noch eine Pfeile. Dann geht der Mann wieder raus, dann kommt die Frau, könnte sie nicht vielleicht das Garen noch gegen eine Tasse tauschen? So, ja, alles klar, kann das Garen gegen eine Tasse tauschen und es geht dann noch ein paar Mal so hin und her. Am Ende gibt Peter genau das raus, was er sich schon Tage vorher im Kopf überlegt hat und es ist wirklich ein herrliches Schauspiel. Und eine Saison später führt Peter tatsächlich Geld ein als Tauschhandel, als Gegenwert, also damit die Locals auch wirklich lernen, was für einen Gegenwert Dinge haben, um dieses ganze Prozedere so ein bisschen zu vereinfachen. Ja, klar, und spätestens, wenn die auf andere Leute treffen, ist auch ganz gut. Also es ist eigentlich auch, ich meine, im ersten Moment habe ich sie auch ein bisschen, weil das ist ein bisschen intrusiv, wenn er jetzt irgendwie da Geld einschleppt, aber auf der anderen Seite, er bringt es ihnen ja eigentlich zu ihrem Vorteil bei, weil er will sie ja wirklich nicht übers Ohr hauen. Wir sind jetzt im Winter 1914, 1915 und der Krieg, der jetzt dann in Europa losgeht, der dringt zwar in Geschichten zu ihnen in den Norden durch, aber abgesehen von einem Schiff, das mit Post eigentlich zu ihnen kommen sollte, das unterwegs versenkt wird, kriegen sie davon eigentlich wirklich recht wenig Auswirkungen mit. 1916 wird Peters Sohn, jetzt wird es hart, Markusak, Kaiwi, Garnakuak, Kilmek, Angutlug, Fröuchen geboren. Holla. That's a mouthful. Im selben Jahr startet die zweite Thule-Expedition entlang der Nordküste, auf die jetzt aber nur Knut fährt, nicht Peter, obwohl er eigentlich nie wieder ohne Peter reisen wollte, aber Peter bleibt in der Station und für diese Expedition kommt jetzt quasi der Biologe und Forscher Dr. Wolf irgendwie nach Thule gereist und besucht sie da und der ist ja auch beim Beseitigen von Leichen. Wie hieß der, Dr. Wolf? Ach, der, der, ja, Mr. Wolf, tatsächlich jetzt. Vielleicht, könnte ich mir vorstellen, vielleicht. Der ist ein bisschen schwierig, weil das ist so einer, der nämlich das andere Extrem ist von Peter. So, der denkt, man muss mit den Eingeborenen rabiat umgehen. Der war zuletzt in China und dort hat er den Koch so lange getreten, bis er sich selber ein Zeh ausgekugelt hat. Ja, und das ist so die, wow, der Typ, der Typ Mensch. Aber er, prinzipiell ist er halbwegs gebildet, er ist an sich halbwegs brav, also davon jetzt mal von seiner Art gegenüber den Eingeborenen abgesehen. Also Peter nimmt ihn auf und er führt ihn auch so ein bisschen rum, hilft ihm bei den Vorbereitungen, reist von ihm sogar auf dieses Inlandeis, um ihm so ein bisschen die Gegend zu zeigen. Aber dieser Dr. Wolf ist dieses Wetter nicht gewohnt und hat auch was am Herzen und dieser Trip wird zu einer sehr, sehr unangenehmen Erfahrung für Peter. Auf dem Heimweg geraten sie in ein Labyrinth aus Gletscherspalten und stürzen mehrfach beinahe mit einer Schneebrücke in den Tod, also es ist wirklich ein paar Mal sauknapp. Was eine Schneebrücke? Über die Gletscherspalten halt, so einfach Schnee, der mehr oder weniger auf wundersame Weise hält, obwohl er eigentlich gar nicht halten sollte. Und Peter muss am Ende, und deswegen habe ich es hier mit dabei, weil es ist ein Kapitel in seinem Leben, auf das er nicht stolz zurückblickt, er muss am Ende die Peitsche benutzen, um diesen Dr. Wolf wieder nach Hause zu treiben, weil der sich einfach am Ende irgendwie weigert, irgendwie weiter zu gehen. Und er benutzt die Peitsche um einen Mitmenschen an sich. Sie kämen nicht mehr raus und das ist so ein Typ so, oh nein, er hat jetzt sein Herz und er muss jetzt ruhen und mitten in den Kletterspalten im schlimmsten Gelände und Peter weiß halt, okay, wenn wir jetzt nicht durchziehen, kommen wir nicht mehr heim. Das klingt wirklich sehr makaber. Das ist krass, weil das ist eigentlich so ein, naja, wir schauen uns mal ein bisschen die Umgebung an und ich bereite dich mal auf deine Reise. Das ist eigentlich so ein Sonntagsausflug, so ein bisschen, aber selbst der. Mit dem Einschätzen von Gefahren hat das nicht so, der Buh. Vielleicht, vielleicht das, vielleicht ist es ihm einfach auch an der Stelle gar nicht so, vielleicht geht es ihm gar nicht so um sein Leben an der Stelle, ich weiß es nicht. Ich kann es, der ist wirklich sehr schwer zu lesen, dieser Mann. Also wie gesagt, Peter ist nicht stolz auf das, was er da tut und dieser Dr. Wulf geht dann auf diese Expedition und er wird am Rückweg von dieser Expedition dann auch irgendwie verhungern, aber ich weiß jetzt die genauen Umstände nicht. Ich weiß nicht genau wann, aber, ach nee, das habe ich euch schon erzählt, dass Peter auch offiziell vom König dann als Verwalter für diese Thule-Siedlung irgendwie eingesetzt wird und tatsächlich kommt auch der König dann 1918 oder 19 rum zum ersten Mal in seiner Amtszeit nach Grönland zu Besuch, was auch ein ganz großes Ding ist. Der Imperator kommt persönlich vorbei? Der Imperator. 1918 kommt Peters Töchterchen Pipaluk auf die Welt. Ein Pipaluk. Und er geht dann mal wieder auf eine Vortragsreise auch nach Dänemark, wo er dann seine Frau und seine Kinder mitnimmt. Das ist jetzt auch ein bisschen blöd, wenn ich immer so Kaffee schlürfe zwischen rein, aber ich mache es trotzdem. Und bei dieser Reise nach Dänemark 1919 erkrankt Peter tatsächlich an der spanischen Grippe. Und das ist kein Spaß. Also spanische Grippe ist ziemlich fies. Er kommt ins Krankenhaus. Was ist denn die spanische Grippe? Das möchte ich, ich möchte jetzt nichts Falsches erklären. Aber es ist eine Art der Grippe oder es ist was ganz anderes und das heißt nicht. Ich bin mir gar nicht sicher, ich würde fast behaupten, das ist keine Grippe, aber es ist... Wir können ja einfach sagen, das ist eine Infektionskrankheit. Könnte man sagen. Ja, chicken out. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ein Riesenproblem. Und wie gesagt, naja, guck mal Wikipedia nach, um es wirklich genau zu wissen. Oder frag jemand, der wirklich Ahnung hat. Aber ich glaube, ein großes Problem war, dass ganz viele Leute, ich überlege gerade, gerade junge Leute nicht noch Viren von früher mitgekriegt haben oder irgendwie mal ausgesetzt waren und dementsprechend sozusagen, wie alle nicht geimpft waren. Und... Aber die älteren Leute schon. Die älteren haben es alle überlebt, aber die Jungen hat es in Massen dahin gerafft, weil deren Immunsystem auf diese spanische Grippe nicht klarkam und das hat unglaublich viele Leute das Leben gekostet in Europa. Okay, krass. Da muss ich mich mal einlesen, tatsächlich. Also war eine super tödliche Epidemie, aber ich hätte es jetzt nicht so gut erklären können, wie du. Aber ich mache jetzt einen Reminder. Ich weiß auch nicht, wie es... Ne? Take it with a grain of salt. Schaut lieber nochmal nach. Ich hätte es eigentlich auch nachschlagen sollen, aber ich habe es irgendwie ja nicht nachschlagen. Also er kommt auf jeden Fall ins Krankenhaus und um... Also es ist absolut überlastet, dieses Krankenhaus. Um ihn rum sterben die Menschen, wie die fliegen. Aber er ist Schlimmeres gewohnt, würde ich sagen. Also es ist jetzt zwar auch für ihn nicht leicht und vor allem, wenn er so im Fieberwahn dann im Bett liegt, so ein 2-Meter-Hoschi, ist das auch eine Herausforderung. Noch schlimmer ist der dänische Ringer im Bett neben ihm. Der hat irgendwie dasselbe Problem. Ein Ringer? Wow! Aber ein Ringer ist ja nicht zwangsweise groß. Aber kräftig, wenn der irgendwie anfängt. Aber kräftig und den wird sie nicht im Bett halten müssen, wenn der im Fieberwahn nicht im Bett gehalten werden will. Aber immerhin, wenn seine Frau Navarana da ist, dann ist er ruhig und handelbar und die ist auch ein bisschen an seiner Seite in der Zeit. Es dauert Wochen, aber Peter kommt wieder auf die Beine, während wirklich so, keine Ahnung, 70, 80 Prozent der Leute um ihn rum irgendwie sterben an dieser Spannungsgruppe. Also es ist kein Spaß. Die Haare fangen ihm aus, er ist nur noch ein Strich in der Landschaft, aber er kommt wieder auf die Beine. Naja und er behält sich noch Probleme mit dem Rücken, aber gut. Ja mei, irgendwas ist ja immer. Die dritte und vierte Thule Expedition starten, ohne dass Peter irgendwas damit zu tun hat. Aber er verbringt jetzt die Regenerationszeit damit, die fünfte Thule Expedition zu planen. Und die soll von der Hudson Bay aus starten. Also quasi jetzt nicht Grönland, sondern Nordamerika. Und keine Sorge, ich mache das jetzt nicht mehr so ausführlich wie gerade die andere Expedition, die Schnellzusammenfassung. Die starten im Mai 1921 dann in Richtung Kanada und Alaska. Und Peter kartografiert viele bislang unbekannte Gebiete in der Gegend, lernt viel über die dort lebenden indigenen Stämme, was auch nochmal ja andere lokale Gipfelogenheiten sind. Wenn ich eins gelernt habe heute, dann das? Navarana, die eigentlich als Näherin mit auf diese Expedition soll, stirbt an der Grippe. Ich glaube schon bevor es losgeht. Auch dazu gibt es noch eine coole... Eine spanische oder eine normale? Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich hier nur Grippe stehen. Aber dazu gibt es eine Anekdote. Also Peter ist ja christlich. Seine Frau, wie wir gerade vorhin gehört haben, nicht. Er will sie auf dem Friedhof begraben lassen, aber der Pfarrer verweigert ihm die Erlaubnis, weil sie ja nicht konvertiert ist. Also steigt Peter nachts über die Friedhofsmauer, buddelt ein Loch und begräbt sie einfach selbst auf dem Friedhof und sagt, was sollen sie denn machen? Sie wieder ausgraben? Ja, tatsächlich doch, ja. Und tun sie das? Nee. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Finde ich eigentlich so, das passt in sein Charakterprofil, würde ich sagen. Aber der Arme, dass sie stirbt, das ist ja tragisch. Das ist echt schade, weil ich glaube, die waren gut zueinander so. Peter stürzt sich weiter in die Arbeit. Also reist nach Kanada, nimmt auch dort dann Kontakt mit dem Kolonialverwalter auf, der da auch schon irgendwie seit 20 Jahren lebt, nimmt schnell Kontakt zu den Inuit dort auf. Was ich spannend finde, die verstehen sich auf Anhieb sprachlich und menschlich. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass die sprachlich sich irgendwie... Das könnte ja auch ein komplett anderer... Also klar ist es vielleicht ein ähnliches Leben, das die führen, aufgrund der Naturbedingungen, aber könnte ja kulturell komplett anders funktionieren. Ja, aber es hat sich scheinbar irgendwann mal, keine Ahnung, so verteilt und die Sprache haben die sich behalten. Ich weiß es nicht genau, ehrlich zu sein, aber ich fand es, hat mich überrascht. Peter und seine Boys lernen jetzt aber auch natürlich neue Dinge von denen, andere Schlittenbautechniken zum Beispiel, andere Bräuche und Knut ist ja eh so ein Typ, der schmeißt sich rein und weiß sofort dann die ganzen Anekdoten von den Locals und ist da sofort integriert. Also innerhalb von Wochen hat er mehr über diese Inuit erfahren als der Kolonialverwalter, der schon seit 20 Jahren da lebt, so nach dem Motto. Und sie machen da auch einige Touren und da gibt es auch noch eine Anekdote aus dem Jahr 1922. Das ist die, die man tatsächlich am öftesten über Peter im Internet liest. Wenn ihr schon mal mit ihm in Begründung gekommen seid, dann über diese Anekdote. Er ist mal alleine mit einem Hundeschlitten unterwegs und gerät in einen Blizzard und er kämpft gegen das Wetter und versucht irgendwie weiterzukommen, stemmt sich gegen den Wind, aber irgendwann muss er sich eingestehen, dass weder er noch die Hunde eine Chance haben, da irgendwie weiter voranzukommen. Kein Schelter, kein Unterschlupf, keine Unterstützung, eigentlich ein Todesurteil. Den Hunden macht das jetzt nicht ganz so viel, die legen sich so ein bisschen hinter so einen Stein, ein wenig leicht in den Windschatten, lassen sich zuschneiden und so den Hunden. Den Hunden macht das nichts und Peter versucht, ein Iglo zu bauen, aber der Schnee ist zu pulverig dafür, also der ist nicht kompakt genug, das funktioniert nicht. Dann beschließt er in Bewegung zu bleiben, läuft immer 20 Schritte, 90 Grad kehre, 20 Schritte, 90 Grad kehre und so weiter und schaut dann, ob der Wind ihn von seinem Ausgangspunkt irgendwie weit abgetrieben hat und so. Also versucht, ein Quadrat zu laufen und checkt dann halt damit, ob er sich irgendwie driften lassen oder nicht und das macht er stundenlang, bis er kein Bein mehr vorsonderes setzen kann. Ich werde so gut schlafen heute Abend. Ja. Ihm bleibt nichts anderes übrig, das ist jetzt das Letzte, was ihm noch irgendwie einfällt, als den Schlitten umzukippen, sein Bärenfell auszubreiten und sich da so einen kleinen Schutzbunker unter dem Schlitten irgendwie zu machen und das Wetter tobt über ihn hinweg. Er macht eine Gäsche. Dann wacht er auf und stellt fest, irgendwas stimmt nicht. Er braucht einen Moment, um festzustellen, was nicht stimmt. Er hat kein Gefühl mehr im linken Fuß. Und das ist jetzt beunruhigend, weil solange Gliedmassen frieren und wehtun, alles gut, musst du dir keine Sorgen machen. Wenn aber das Gefühl weg ist, dann wird es ernst. Peter versucht jetzt, sich aus dieser Lage und dem Schlitten zu befreien, um draußen halt irgendwie wieder Bewegung und hoffentlich Blut in den Fuß zu kriegen, aber er ist eingeschneit. Also, der Schnee ist ja an sich leicht und fluffig, aber wenn der in so großen Massen auftritt und er dann so da liegt und Körperwärme, Atemluft und so weiter, diesen Schnee anschmilzt, dann entsteht so ein richtig fester Eiskonkong. Kokon. 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 Ein kleiner Atombunker tief unter der Schneeoberfläche, sozusagen. Also er zappelt jetzt da ein wenig rum, aber er hat ja nicht richtig viel Platz, um sich zu wärmen, aber er beschließt, dass es eine Scheißidee ist, jetzt irgendwie weitere Energie zu verschwenden und pennt nochmal ein. Was ich bemerkenswert finde. Aber jetzt ohne Gefühl mehr im Bein. Ohne Gefühl im Bein. Dann wacht er wieder auf und merkt, dass die Kälte ihm jetzt wirklich zu schaffen macht. Er muss schleunigst hier raus, sonst würde er das nicht. Also er merkt, dass das wirklich jetzt gefährlich wird für ihn. Er bewegt sich, er stemmt sich, er rüttelt gegen den Schlitten, das Eis drückt er irgendwie, es rührt sich nichts. Er steckt wirklich fest. Er rüttelt sich, er schüttelt sich und dann wirft er sein Beinchen hinter sich, weil es einfach abgefahren ist. Jetzt kriegt er doch so langsam Panik. Er beschließt jetzt überraschend schnell, eine von seinen Händen zu opfern. Also er zieht, seine Überlegung, er zieht den Handschuh aus, um die Hand steifigen zu lassen, damit er die als Grabwerkzeug benutzen kann. Wow, ich habe gerade Flashbacks zu einer Folge, wie heißt das nochmal, Death Love Robots, war auch eine Figur im All, irgendwann Verzweiflung, das weiß ich gar nicht mehr. Handschuh vom, aber also ich musste, ich musste an den, den Typen denken, gibt es einen Netflix-Film zu, der, der in das hier ein Felsspalte verklebt. Nee, das war ein Fels in der Wüste. Utah ist das, glaube ich. Ich hätte es gerade Sierra Nevada, aber das könnte Utah auch sein. Irgendwo, wo es warm ist und steinig. Er lässt jetzt quasi absichtlich seine Hand abfrieren, um damit den Schnee wegzuschaufeln. Er fasst diesen Plan und er zieht tatsächlich den Handschuh aus und er denkt dann aber nochmal drüber nach und kommt zu dem Schluss, dass menschliche Knochen dafür einfach zu brüchig sind. Also er kann sich nicht vorstellen, dass es funktioniert. Also nimmt er seine Zähne. Er wärmt dann seine Hand wieder an und also tatsächlich hat er es schon ein bisschen kalt werden lassen, sondern er hat Bewegung und Reibung am Körper und dann überlegt er weiter. Ja, das ist ein Scheißplan. Und dann denke ich, ah, Scheißplan. Scheiß, Scheißplan, Scheißplan. Er hat einen neuen Plan. Er erinnert sich. Ich pinkel mich raus. Wenn ein Hund bei solchem Wetter auf den Schnee kackt, dann werden die Ausscheidungen irgendwann super hart. Und das will er sich jetzt zunutze machen. Nicht wirklich. Aus seiner eigenen Kacke einen kleinen Meißel formen, den gefrieren lassen und sich damit dann rausstochern. Okay. Was für ein geiler Plan. Und jetzt ist, jetzt habe ich so ein, Wie kann man denn dann noch, die Muße haben noch zu kacken in der Situation? Ich habe jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt so ein bisschen. Musst du Muße? Ich habe jetzt so ein bisschen einen leichten Gewissenskonflikt. Also das ist tatsächlich die Story, die findest du überall im Internet. Er wird für diese Idee und die Ausführung dieser Idee im Internet gefeiert. In seinem Buch lässt, also sein Buch deutet nichts darauf hin, dass er es wirklich so gemacht hat. Ja, also es ist wahrscheinlich, also es, die Zeichen stehen sehr auf einen Zuschreibung oder ein Legend. Er beschreibt diese Idee, also die ist sicherlich auf ihn zurückzuführen, ja, dass er diese Idee, diesen Gedanken hatte, das machen wollte, aber ich glaube nicht, dass er ihn ausgeführt hat. So gerne ich hätte, dass diese Geschichte, dass diese Anekdote war. Und wie kam er denn stattdessen raus? Gleich. Also, ähm, jetzt muss ich hier ganz noch kurz. Ich stelle einfach fest, er hat so ein Flammenwerfer einstecken. Flammenwerfer. Ich möchte den kleinen Hinweis noch, es kann natürlich sein, also dass entweder die anderen, die das aufbereitet haben oder haben das nicht so genau gelesen oder wollten unbedingt, dass es weiß, oder, und das ist auch ein möglicher, ein möglicher, ähm, Ausgang der Geschichte, Peter hat am Ende des, seines Lebens 30 Bücher geschrieben. Also es kann natürlich sein, dass er, dass ihm das unter Umständen peinlich war oder dass das irgendwie vielleicht sich er später nochmal diese Geschichte anders erzählt hat, als er sie vielleicht früher erzählt hat. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Aber ich, ich erzähle sie so, wie es in dem Buch steht, das ich gelesen habe, ähm, was er jetzt macht, ist, er kaut auf dem Bärenfeld, das er hat, so lange rum, bis es total eingespeichert ist, formt das dann in so eine spitze Meißelform und lässt das gefrieren und hat dann so einen kleinen, so einen kleinen Eismeißel und damit hat er sich dann relativ schnell so ein kleines Loch irgendwie nach oben freige, freigearbeitet. Und da kann er dann so seinen Kopf so halb, so sein Gesicht so ein bisschen rausstrecken, ähm, so zu dem Schlitten irgendwie hoch und die Feuchtigkeit seiner Atemlust, Atemlust, seiner Atemluft lässt ihm dann aber die Backe an die Schlittenkufe frieren, sodass er dann in diesem, in dieser Öffnung feststeckt mit seinem Gesicht. Oh Gott, es wird nicht besser gerade. Er ist da selber, glaube ich, auch ein bisschen überrascht und erschüttert und es wird dann auch schnell unbequem und er reißt dann, überrascht und erschüttert. Er reißt dann quasi seinen Kopf zur Seite und es bleibt dann wirklich auch so ein Stück Bart und Haut irgendwie an diesem Schlitten kleben. Also ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich habe genug Zeit mit diesem Charakter verbracht. Können wir mal Schluss machen? Es ist jetzt nicht mehr ewig, Dominik. Aber das halt noch durch. Er vergrößert jetzt dann dieses Loch, schiebt sich dann dann irgendwie weiter raus und steckt dann ein bisschen so mit dem Oberkörper drin und atmet dann nochmal irgendwie so ganz tief ein und stemmt sich und so schafft das dann irgendwie sich aus dieser Position zu befreien. Aber darf ich mal ganz kurz? Ja. Der Hellste ist ja nett. Also ich meine, naja, also vielleicht, wir können ja jemanden, Was hätte Herr Schmidt getan? Nein, nein, Dominik, pass auf. Wir können ja jemanden loben, dass er sich aus einer beschissenen Situation heraus navigiert, aber er kann, wieso ist er denn überhaupt dauernd in solchen Situationen? Das könntest du Indiana Jones auch fragen. Naja, also der Gag ist halt, also ich meine, es gibt Leute, die brauchen das einfach. Denen ist diese Neugier und dieses Gefühl so für die Menschheit irgendwie was erreichen zu müssen, das ist unbindig. Ich weiß, das kann sich jemand wie wir nicht vorstellen, aber das ist so. Also, aber da haben wir ja auch schon eins. Aber, ja, glaub mir mal kurz, wenn du dich natürlich in diesen Extremsituationen so begibst in irgendeiner Form, ich glaube, dass er einfach wahnsinnig viel Schwein hatte. Ich glaube, die anderen sind genauso klug oder dumm wie er, aber viele schaffen es einfach nicht so weit. Viele verrecken halt dann in genau solchen Situationen. Von denen hören wir nie wieder was. Naja, wir hatten ja schon drei Forscher, die, nach denen er irgendwie gesucht hat oder die irgendwie im Jahr vorher dann im Sommercamp irgendwie da verhungert sind und so, also die verrecken ja andauernd. Aber wir hatten auch schon drei Folgen, wo es um ähnliche Expeditionen und so weiter ging, wo man das Gefühl hatte, dass die einfach krasse, mit krassen Situationen zu kämpfen hatten, die aber mir weniger selbst gemacht erschienen. Also ich, also ich, das muss ja nicht meiner Meinung sein, das fällt mir jetzt nur gerade auf. Ich glaube, dass ihm durchaus bewusst war, dass jede dieser Reise easily die letzte sein kann. Ich glaube, dass ihm das einfach das wert war, das was ihm wert war. Einzugehen und wie du dann letztendlich in eine tödliche Situation gerätst, das ist glaube ich immer am Ende des Tages irgendwie dumm gelaufen dann oder hätte man anders sehen können und dann so oft so eine kleine Geschichte runtergebrochen, ist wahrscheinlich immer dann so, oh ja, das war jetzt aber doof, da hätte er irgendwie lieber das machen sollen. Ich glaube, wenn es dann, ja, ich glaube, die Situationen sind nur mir heute auf und nicht euch beiden. Nein, das fällt mir schon auch auf. Ich hätte jetzt gesagt, er hat wahnsinnig oft Schwein einfach. Also ich glaube, diese Situationen lassen sich nicht vermeiden, wenn du in der Form das Abenteuer suchst. Okay, alles klar. Glaube ich. Weiß ich nicht. Also meldet euch gerne, wenn ihr euch schon mal mit gefrorener Kacke irgendwo rausbefreit habt. Das fände ich sehr spannend, das mal zu hören. Mein Lebenstraum. Also er schafft es jetzt ein Loch zu machen, das groß genug ist, dass er sich rausschieben kann, dann irgendwie sich da weiter rauszuarbeiten, aufzustehen. Der Blizzard ist auch jetzt quasi abgeklungen, aber er versucht irgendwie einen Schritt zu machen und fällt sofort auf die Nase. Weil Bein immer noch kein. Er denkt sich erstmal gar nichts dabei, weil er jetzt so in dem Überlebensmodus irgendwie gerade war und versucht es nochmal und stellt dann fest, okay, der linke Fuß gehorcht ihm einfach nicht. Bei den herrschenden minus 54 Grad sind Erfrierungen ziemlich ernst. Minus 54, mein lieber Herr Gesetzer. Und Peter, das ist jetzt auch, das ist wirklich der Punkt, wo ich sage, nee, das kann ich eigentlich nicht glauben. Peter kriecht jetzt zweieinhalb Meilen zurück ins Lager und dann habe ich mir gedacht, ja, warum kriecht er denn? Der hat doch einen Hundeschlitten und Hunde dabei und er sagt, oder er schreibt, seine Hunde, sie schliefen und er wollte sie nicht aufwecken. Na, Bullshit, komm. Und das ist jetzt der Punkt, den ich wirklich nur sehr schwer glauben kann. von den zweieinhalb Meilen, eine Meile ist 1,6 Kilometer, das ist schon ordentlich weit. Ja, ich meine, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass es machbar ist als Mensch, der halt um sein Überleben kämpft. Naja. Ja, aber dass er nicht die Hunde weckt und einspannt und mit dem Schlitten fährt, also das kann ich mir nicht, das kann ich mir nicht erklären. Crazy. Auf der anderen Seite, du weißt ja auch nicht, wie er vielleicht, also wie sein Hirn reagiert hat. Ja, vielleicht war das dann einfach eine gute Idee bei minus 54 Grad, wenn dein Fuß gerade am Abfallen ist. Aber also jemand, der auf einer Expedition vorhin gefühlte 75 Hunde verheizt hat und unter anderem zugesehen hat, wie die eigene Mutter Wäldern gefressen hat, so frisch geschlüpfte, die jetzt nicht wecken zu wollen, also das passt auch nirgendwo zusammen. Nee, aber ich, weil es ein Tierfreund ist ja mir bisher nicht aufgefallen. Nee, nee, aber vielleicht war das dann wirklich das, was sein Hirn ihm gesagt hat, das machst du jetzt nicht, die schlafen. Ja, das ist halt wirklich auch, das ist ja, das sind ja Extremsituationen. Ich wollte es gerade sagen. So, das ist ja das, was man immer sich einfach sagt, aber ich glaube, dass das Hirn halt auch einfach auch anders funktioniert. Natürlich, aber ich wollte sagen, ich habe jetzt die ganzen Stellen vorher, wo du jetzt gesagt hast, oh, das fällt mir jetzt schwer, das irgendwie so hinzunehmen oder so anzunehmen. Das ist die Stelle, wo ich sage, Moment, das ist jetzt aber irgendwie schwierig. Okay. Fakt ist, bis er dann im Lager ankommt, hat Gangren seine Zehen befallen. Ach so. Das ist so, das fault halt dann ab und stirbt halt dann ab. Also sie müssen den Schuh aufschneiden, der Fuß ist aufgequollen und schwarz und er stinkt bestialisch. Das ist so wohl eine Charakteristik von diesem Krankheitsbild, dass es unglaublich stinkt. Aber sie können jetzt hier in diesem Lager nichts tun, sie haben keine medizinische Ausrüstung da, keinen Arzt, sie müssen weiter. Also sie reißen jetzt noch eine Woche lang im Schlitten weiter und Peter lässt den Fuß dabei frieren, absichtlich, weil er, sobald er taut, quasi unfassbare Schmerzen hat, die ihn nicht auszuhalten sind. Also er schaut jetzt immer, dass der Fuß irgendwie kalt bleibt. Naja. Sie finden unterwegs dann, so ungefähr, dann faul zwingen es nicht weiter. Genau, unterwegs treffen sie auf Eingeborene und da ist auch eine dabei, die angeblich sehr, sehr gut drin ist, gefrorene Gliedmaßen zu heilen. Die ziehen sie da zur Rate, aber die Lage ist schon echt schlecht. Und diese Inuit-Frau, die hat jetzt eine spannende Methode, um das faulende Fleisch zu behandeln oder zu entfernen. So, die schneidet zwei Lemminge auf und legt die blutenden Kadaver links und rechts neben den Fuß. Oh no! Und wenn das Blut dann trocknet, so ein Stopper links und rechts am Fuß, verbindet es sich so weit mit dem abgestorbenen Teil von Peters Fuß, dass man die dann wegnehmen kann und dann so ein Stück totes Fleisch quasi mit abgeht. Und das wiederholt die mehrfach. Das ist so, das ist die Prozedur. Frag mich nicht. Aber es ist... Was man seinen Freizeit nicht macht. Es ist klar, dass auch das jetzt nicht irgendwie die große Heilung bringt. Also die Frau schließlich... Es bringt die große Heilung. Schließlich bietet sie Peter an, die gammeligen Zehen abzubeißen. Dominik legt das Headset weg. Das ist Peter aber dann doch etwas... Dominik steht auf und schüttelt den Kopf. Das ist Peter aber dann doch etwas zu wild, Dominik. Sie macht es nicht. Dominik verlässt den Raum. Sie macht es nicht. Dominik, sie macht es nicht. Aber sie bietet es ihm an. Setz dich mal hin, dann erzähl ich dir, was er macht. Aber sie lutscht sie mal. Kannst du ihn kurz mal irgendwie festhalten? Ganz kurz. Oh Gott. Also... Selbst wenn sie es nicht macht, das ist mit das ekligste, was wir jemals auch nur gehört haben. Ekliger als das andere. Das ist ja widerwärtig. Ekliger als das andere. Ich geh jetzt, stell dir mal vor, du beißt diesen Zeh ab. Wie widerlich ist das denn? Also, Peter lässt sich jetzt eine Schere... Boah, Jürgen jetzt mal... Oh, Scheiß. Also ich stelle mir da so vor, so Kaliber-Heckenschere, aber in seinem Buch, er redet von eher so Kategorie Nagelzwicker und einen Hammer. Und dann knipst er sich so ein Zeh nach dem anderen ab. Selber. Ohne Narkose. I cannot attempt to describe the physical pain, schreibt er später. Er kann sich nicht... Also er kann nicht... Also der Schmerz ist unbeschreiblich. Ey, sag... Weißt du, wovor du wirklich Angst haben musst, Dominik? Wenn Tarantino die Story hört, der verfilmt ist, aber mit ganz vielen Nahaufnahmen auf den Flüssen. Oh Gott. Also, man hätte ja als Peter auch einfach betäuben können, aber er trinkt kein Alkohol. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Deswegen ist Betäubung für ihn jetzt an der Stelle auch keine Option. Und ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, er wird seinen Fuß jetzt noch eine Weile behalten. Er wird dann auch auf dem Heimweg nach Dänemark nochmal von einem Schiffsarzt operiert. Gibt es auch noch eine lustige Anekdote dazu. Der Schiffsarzt hat so einen Handlanger mit einem ein wenig nervösen Magen. Ja, der... Ja, ich kotze auch gleich. Der bei einer dieser OPs dann umkippt und die anderen, auf dem Schiff gibt es ja auch ein wenig Raures, die anderen trollen den dann und der hat immer so eine Tüte mit Süßigkeiten in der Hosentasche. Natürlich mit dem Zeh rein oder was? Mit dem Finger. Ach. Butterfinger. Butterfinger. Spaß. Naja, okay. Also, sie tockt dann dann noch ein bisschen an dem Fuß rum und er wird ihn tatsächlich jetzt noch eine Weile behalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange. Also, wir könnten echt so am Schluss ein bisschen so Humorevaluation machen. So ein, was ist lustig für so indigene Völker im Norden, was ist lustig für Seemänner, was ist lustig für Dominik, was ist lustig für Jürgen. Aber, Spoiler, der Fuß wird es nicht bis zum Lebensende schaffen. Er hat ja noch einen zweiten. Womit? Mit Recht. 1924 reist Peter zurück über Grönland nach Dänemark, wo er dann seine Jugendliebe Magdalene Wang Lauritzen heiratet. Zwei Jahre später kauft er sich eine kleine Insel vor Lolland. Er kauft sich eine Insel. und stellt dort einen Landverwalter ein, der die Felder bestellt, allerdings nur mit so mittelmäßigen Erfolg. Das ist denn Lolland? Lolland. Das ist eine Insel, glaube ich, in der Auszeit. Ich habe einen Link dazu. Er selbst widmet sich seinem neuen Job, denn die Frau, die er heiratet, die bringt ganz gute Verhältnisse mit. Und der Schwiegervater, der besitzt einen wichtigen Zeitungsverlag. und Peter reist jetzt umher und schreibt Bücher und Romane und hat Vorträge, aber er kriegt vor seinem Schwiegerpapa dann auch eine eigene Zeitschrift. Die Ude of Hirme und nach allem, was ich gelesen habe, wird es zum wohl am längsten laufenden Magazin in Dänemark und ich glaube, das gibt es heute noch. Oh krass. Finde ich auch krass, so einen aus einem hier Schwiegersohn kriegt man ein Ding, dann eigentlich so ein Dauerbrinner zu machen. National Geographic oder was ist das? Also heute ist es, glaube ich, eher was irgendwie Boulevardigeres. Ich glaube, damals war das schon mit starkem Fokus auf so Themen, Alaska-Explosion und so weiter. Schließlich wird Peter im Jahr 1927 dann doch seinen Fuß verlieren. Ah, da habe ich es doch, also es geht tatsächlich noch einige Jahre gut auf dem Fuß. Zum Großstadtgetümmel hat er es noch mal verloren. Aber das könnte jetzt auch damit zu tun haben, dass er sich nicht schont, sondern dass er auch noch zu Fuß Wale jagen geht und alles Mögliche mitmacht, also dass er sich da nicht... Er geht zu Fuß Wale jagen. Ja. Wie kann man denn zu Fuß einen Wal jagen? Das ist auch, das habe ich mich auch gefragt. Waljagd ist auch ein sehr spannendes Thema, das habe ich vorhin gar nicht weiter ausgeführt, aber also die machen sich da in der Regel das Eis zunutze. Also Wale tauchen zwar sehr lange, aber die müssen immer wieder auch auftauchen. Und manchmal friert dann das Eis so zu, dass sie sich in so in so eisfreien Becken mehr oder weniger dann verirren und da nicht so ohne weiteres wieder rauskommen. Und dann können die auch mit Harpoon... Dann weißt du, wo die noch mal rauskommen. Also wo sie noch mal auftauchen wird. Ja genau, die müssen dann in der Luft tun. Aber da kriegen die dann auch so, wie es vorhin war, mit Harpoon werden die dann da beschwert und dann kriegen die so eine Art, ich glaube so eine Art irgendwie Anker oder irgendwas, was dann entweder im Eis verkeilt wird oder was dann irgendwie die hindert halt abzutauchen. Und dann werden die da quasi festgehalten und dann auch mit Sperren traktiert, bis die dann die Gretsche machen. Und da gab es auch so einige Story in dem Buch, also das Buch ist wirklich spannend, wenn einen solche Themen interessieren. Da gab es dann einmal so eine Geschichte von so einem Eisloch, wo maienweit alles Eis dann zugefroren war und nur an diesem einen Eisloch dann nonstop Wale aufgetaucht sind und die dann da irgendwie einen Wal gejagt haben und sie aber gar nicht wirklich an diesen Kadaver kamen, weil ständig da irgendwie neue Wale waren und dann haben die da irgendwie keine Ahnung 20 Wale aus diesem aus diesem Loch gefischt am Ende des Tages also irgendwie total verrückt, total abgedreht. Wale. Ja, Wale. Jetzt wo er dann sein Bein verliert, ist klar, dass er keine Polar-Expedition mehr machen wird. Also das ist jetzt einfach durch. War man jetzt nicht 100% klar bei dem Typen? Jetzt macht er eine zum Südpol. Ihm wird aber trotzdem nicht langweilig. Jetzt wird es ein bisschen spaßig, denn er berät jetzt quasi Der lebt weit auf großen Fuß. Nee, er berät Hollywood zu allen Dingen rund um Grönland, Arktis, Nord und Schnee. Also ich meine, es gibt ja immer wieder Filme, die da irgendwie am Rande mal rankratzen und es gibt dann in den 1930ern sogar eine Filmung von seinem Roman Eskimo. Der in Hollywood dann verfilmt wird. Der später sogar, also er hat eine A, er hat eine Nebenrolle in dem Film und obwohl der Film kommerziell nicht erfolgreich ist, kriegt er für den Schnitt einen Oscar. Also es ist jetzt auch nicht einfach mal nur so ein Film, sondern ein Film. Ja, 1930 gab es aber auch noch nicht so viele Filme. Es gab nur drei. Mensch, das ist geil. Es sind weltweit drei Filme und so zwei so richtig schienisch. Für eins von dem Zug, der einfach fährt, der gewinnt so alle Publikumspreise. Er hat jetzt dann alsbald auch relativ viele Freunde in Hollywood und da so in Amerika grundsätzlich, aber eben auch speziell in Hollywood Schauspieler und gerade die Schauspielerin John Harlow, mit der versteht er sich ganz gut, mit der hat er so ein Party-Gag. Die packt er gerne mal und hebt sie in die Luft auf Partys und wirbelt sie so rum mit einem Holzbein wohlgemerkt und das ist irgendwie ein toller, findet er das witzig, findet sie auch witzig, ja, sie machen das halt einfach, nur der Studio-Chef findet das nicht so witzig, weil, naja, da ist dann manchmal auch die Presse da und diese John Harlow ist dafür bekannt, dass sie keine Unterwäsche trägt und da gibt es dann wohl auch irgendwie so ein verwerfliches Foto, das dann irgendwie in der Presse herumgeht und dafür kassiert er dann irgendwie mal einen ordentlichen Anschluss. Naja. In den 1930ern ist es mal wieder die alte Laie. Wir haben hier den größenwahnsinnigen Kleinwüchsigen und Peter stellt sich tatsächlich öffentlich gegen Rassismus und setzt sich für Juni ein, was ich eigentlich auch ganz cool finde. Also er ist in Dänemark und hilft natürlich da, wenn quasi da die Dänemark besetzt wird, also schließt sich da aktiv den Widerstand an, aber bezieht auch wirklich öffentlich Position gegen Antisemitismus und nimmt Flüchtlinge auf, auf seiner Insel, die er dann irgendwie weiter nach Schweden irgendwie durchschleust und so. Also ist wirklich aktiv unterwegs um da für das Gute, würde ich sagen. Und damit landet er natürlich relativ schnell auch auf Hitlers Abschlussliste. Also taucht auf dem Radar von Hitler auf und wird zum Abschluss irgendwie freigegeben. Seine Bücher werden verboten. Er wird von den Nazis dann in Frankreich tatsächlich auch gefasst und zum Tode verurteilt. Aber ich meine... Aber es ist ja Däne, also weshalb wird er... Ist er nicht Däne unterdessen? Er war schon immer Däne. Aber weshalb kann ihn Hitler zum Tode verurteilen? Naja, also kann ich doch... Mach mal so. Dänemark ist besetzt und ich meine, Hitler schätzt sich doch da nicht drum. Aber Peter, ich meine, wer sich vielleicht oder auch nicht mit Kacke aus einem Eissarg befreit, kann sich ja mal auch bitte aus einem Nazi-Gefängnis befreien. Ich glaube, ihm gelingt sogar zweimal eine Flucht in seinem Leben aus einem Nazi-Gefängnis. Ich glaube, sie fangen ihn dann nochmal ein. Mit Holzbein? Ich weiß nicht, da habe ich keine Details gefunden. Da hat mein Buch schon lange leider aufgehört. Also ihm gelingt zweimal eine Flucht aus einem Nazi-Gefängnis und ja, er kann dann erfolgreich untertauchen und sich dem langen rechten Arm entziehen sozusagen. Er lässt sich dann 1944 nochmal scheiden. Ich glaube, aber sie gehen dem Guten auseinander. Habe ich euch? Ja, genau. Lässt sich denn mitten im Zweiten Weltkrieg scheiden? Hat man da nicht andere Prioritäten? Ja, weiß auch nicht. Also fand ich auch einen merkwürdigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, sie waren, ich habe das sehr schnell erzählt, aber ich glaube, sie waren 20 Jahre verheiratet tatsächlich. Umso wichtiger, nicht mitten im Zweiten Weltkrieg sich scheiden zu lassen. Sie gehen, glaube ich, einfach im Guten auseinander. Sie sagen so, das hat so keinen Sinn mehr. Er heiratet dann die Modezeichnerin Dagmar Kohn, reist immer noch viel und schreibt seiner Frau jeden Tag einen Brief nach Hause, was ich auch irgendwie ganz nett. ganz nett finde. Nach dem Krieg zieht er nach New York, Manhattan, mit einem Sommerhäuschen in Connecticut, arbeitet als UN-Korrespondent für Politiken, irgendwie auch so eine Zeitschrift und noch andere Zeitschriften in Dänemark, schreibt fleißig weiter Bücher. Am Ende sind es 30 Bücher, die er irgendwie verfasst hat. Und im Jahr 1947 entsteht ein großartiges Bild von ihm, dass ich jetzt gerade hier irgendwie, ich habe zwar einen Link, aber gerade kein Internet, das reiche ich nach oder das findet ihr in den Shownotes, also ein relativ berühmtes Bild. Ah, warte mal, ich glaube, das ist auf seinem Buch auch drauf. Das ist glaube ich auch im Internet. Nee, das ist ein anderes Bild. Ist egal, aber da seht ihr Peter und ich glaube, der andere ist Knut Rasmussen. Wer von beiden ist Peter? Na, der Große. Okay. Das sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber einer ist tatsächlich größer als der andere. Und genau, das Bild habe ich hier eigentlich nur erwähnt, weil da gibt es eine schöne Beschreibung aus den Notizen des Produktionsassistenten, der bei diesem Fotoschuling dabei war und der hat festgehalten, in dem Outfit sah aus wie eine Mischung aus Polarentdecker und Charakter aus dem Alten Testament. Oh, das ist eine gute Beschreibung. Und ja, er trägt einen Eisbärfellmantel, den er in Grönland selbst gemacht hat, freilich aus einem Bären, den er selbst erlegt hat. Und nur einmal in seinem Leben hat ein Koch deshalb auf ihn geschossen, weil er dachte, Peter wäre ein Eisbär. Ein Koch? Das ist ihm auch noch passiert. Ein Koch? Okay. Im Jahr 1956 nimmt er an einer Quizshow mit Themen Schwerpunkt die sieben Weltmeere teil im Fernsehen. Was? Er gewinnt die Maximalsumme von 64.000 US-Dollar. Wow. Das wäre heute eine halbe Million. Ich wollte gerade sagen, das ist ein mega viel Geld. Er wird zur nationalen Berühmtheit in den USA, wo du denkst, das Leben ist eigentlich vorbei, ein cooles Leben, spannend, gewinnt er nochmal quasi bei dem damaligen Wer wird Millionär? Man kann die erste Hälfte seiner Teilnahme tatsächlich auf YouTube angucken. Habe ich auch einen Link in den Shownotes. Krass. Es ist wirklich witzig. Also er beantwortet, ich weiß nicht, wie viele Fragen, also alle Fragen richtig, irgendwie 14 Fragen oder so zum Themenschwerpunkt sieben Weltmeere, kennt sich da natürlich auch schon thematisch ein bisschen aus, aber es geht ja nicht nur um die Arktis. Aber fand ich irgendwie ganz spannend. Und ich habe euch wahnsinnig viel einfach jetzt noch nicht erzählt. Also wie er mal noch mehrere Tage unter einer Lawine begraben war, wie er mal ins Eismeer gefallen ist und von dem Rudel Hundeschlitten rausgezogen werden musste, wie er mit den Eskimos zu Fuß Wal gejagt hat, das habe ich euch jetzt noch erzählt, wie er mal seinen Sohn von dem Wolf gerettet hat. Wie er mal bei Wotzuk aufgetreten ist. Also es gibt wirklich wahnsinnig viele Anwendungen. Er war Gast in der Muppet Show. Das würde ich ultra feiern. Im Alter von 71 Jahren stirbt Peter Fröche 1957 an einem Schlaganfall. Drei Tage nachdem er seinen Cook of the Seven Seas vollendet hat. Nee, Book of the Seven Seas. Ich habe schon gedacht, hat er jetzt ein Kochbuch geschrieben? Nein, ich habe einen Schreibfehler hier. Nachdem er seinen Book of the Seven Seas vollendet hat. Sein Tod erhält ihn auf einer Reise im Flugzeug mit einigen Arktis-Veteranen auf dem Weg von Alaska über den Nordpol nach Thule. Seine Asche wird in Thule, Grönland, verstreut. Und ja, auch wenn er schon verstorben ist, so amüsiert er uns noch heute. 100 Jahre nach seiner Geburt im Jahr 1986 wird ein Asteroid nach ihm benannt. Ja, da machen wir wieder ein. Ganz wichtig. Was kostet ein Asteroid? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist an der Zeit, dass wir auch Asteroiden brauchen. Meinst du, die Million ist der Asteroid? Aber bis es soweit ist, bedanken wir uns erstmal bei einigen Leuten. Wir bedanken uns bei Angelika, bei Benjamin, bei Bertram, bei Christian, Christoph, Cornelius, bei Dagmar, Dirk, Domenik, Dominik, Doreen, Margit, Fabian, Felix, Gero, Gianna, Helen, Henning S. und Henning T., Jan, Jens, Jim, Jörg, Kai, Katja, Katrin, Lena, Ludger, Mark, Markus F. und Markus P., Monika, Myriam, Nathalie, Nico, Niklas, Nölya, Oliver, Peter B. und Peter E., Sibylla, Steffen, Sven, Thomas Thorsten, Timo, Timothy, Tobias J., Tobias M., Tobias R. und Ulrike. Ja, ich habe irgendwie Angst gehabt, dass du zwischenzeitlich vergisst, wie man liest. Dominik wird nur noch von seiner Übelkeit wachgehalten. Das war wirklich widerwärtig. Was ist das für eine bescheuerte Idee, das abzuknabbern? Naja, wenn dich alles andere zum Tode führt. Nein, aber die Frau hat mir das angeboten, dass sie das wegknabbert. Was ist denn das? Kennt die gar nichts, oder was? Das wegknabbern, das klingt jetzt auch falsch. Du könntest also wegsnacken. Oh Gott, das ist sehr wertlich. Was für ein schönes Abschlusswort. Jürgen, bitte versprich mir, dass du niemals einen C wegsnackst. Okay. Aber ist das nicht so? Bitte versprich mir, dass du niemals einen C snackst. Ich habe jetzt gedacht, du verlangst mir ab, dass ich niemals wieder über weggesnackte C'en rede. Das hätte ich, glaube ich, nicht versprochen. Nein, nein. Aber überleg mal, du hättest echt so Gift in den Zähnen oder so. Hättest du dann nicht lieber jemand beißt dir ab, als du stirbst jetzt am Gift? Überleg dir mal, was du für eine Kraft im Kiefer brauchst, um einen Zehnenknochen durchzubeißen. Und du willst ja vielleicht auch nicht nur den Knochen, sondern gleich noch das Gelenk oder... Und das war AARF, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich habe mehrfach angekündigt, dass ich heute Nacht so gut schlafen werde und dann kam das. Aber es war doch so eine schöne Geschichte bis dahin. Wir können Zehen dich begleiten. Das ist ein Zoffen. Hattet ihr schon mal gebrochene Knochen? So irgendeinen gebrochenen Knochen? Ich habe den linken Endbogen zweimal gebrochen. Der rechte Arm als Kind. Und wie schmerzhaft war das tatsächlich? Also brutal, aber ich war Kind, von daher... Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich geweint habe. Ja, ich wollte gerade sagen, ich lag irgendwie im Bad und habe nur geflägt. Noch klein. Ich finde es tatsächlich erstaunlich, dass man sich daran erinnert, dass es wehgetan hat, aber man null Erinnerung wirklich an das eigentliche Schmerzgefühl hat. Also so geht es mir. Ich glaube aber, das ist der Normalzustand. Aber sagt denn halt, glaube ich, auch die Psyche so ein bisschen so ein... Ja, ja, also wir sprechen schon noch ab, dass es richtig dumm war, aber so die Details... We don't talk about Bruno. Und also ich hatte ja... Also ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern, in der ich mehrfach gebrochene Knochen hatte und ich weiß, dass das in dem Moment wehgetan hat, aber nicht so unendlich schlimm, wie man denken würde, dass es vielleicht wehtut. Also von daher... Aber der erste Moment, weil das sagt ja auch Adrenalin guten Tag und sowas, oder? Im ersten Moment, es gibt tatsächlich so einen kurzen Blackout-Moment. So das, glaube ich, weiß ich nicht, ob meine Psyche mich davor schützt oder keine Ahnung. So der erste Moment, der ist nicht da, aber so der Rest so, der ist die Zeit bis zum Notarzt, das habe ich ziemlich präsent. Aber die offensichtliche Frage ist ja, wann kommt die Autobiografie? Na, die offensichtliche Frage an der Stelle ist für mich, wie absurd ist es wirklich, dass man sagt, hey, komm, beiß mir den Zeh ab. Das ist so ein schlimmer Schmerz. Ich ertrage jetzt lieber, dass du mir diesen Zeh abbeißt. Aber die Frau hat es doch aktiv angeboten. Aber andersrum, ich glaube, es geht ja nicht darum, dass er jetzt sehr Schmerzen hat, sondern dass, wenn er den jetzt dranlässt, den Zeh, dass er verreckt davon. Genau, aber um diese Entscheidung zu treffen, das ist ja keine nüchterne Überlegung, die du einfach so nüchtern trägst, machst und sagst, oh ja, okay, mach mal. Sondern das ist ja schon, du musst dich, glaube ich, sehr durchringen, mit einem Nagelzwicker deine eigenen Zehen abzuschneiden. Boah, Jungs, das ist ja, also ich triggere euch das nicht. Ich finde das so unvorstellbar, widerwärtig. Mich hat es halt schon vor einer Woche getriggert, als ich irgendwie an der Stelle angekommen war. Vielleicht hat es keine Miene verziehen. Nee, das finde ich richtig. Also den Gedanken finde ich richtig. Ich finde es ehrlich gesagt, die Vorstellung schlimmer, mir die selber abzuhauen, als dass irgendjemand anders was tut. Weil das ist so, und du musst selber gerade was tun, was dir irgendwie... Echt, aber das würde ich nicht selber hinkriegen. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt kotzen muss, mein Wasser geht nach wie vor nicht. Oh Gott. Was immer noch nicht. Insofern würde ich euch bitten, jetzt das Thema... Ich würde dir noch fragen, ich weiß noch gar nicht, welchem Nachbarn ich auf die Terrasse pingeln soll. Du darfst auf meine Terrasse pingeln. Echt? Ach schön. Dankeschön. Das ist echt lieb von mir. Das sind Liebesbeweise. Weißt du, was auch lieb ist, dass du uns wieder eine tolle Folge gebracht hast? Wir knacken uns nicht die Zehen ab, sondern... Nee, bärden uns auf die Zehen dran, schlaft gut, träumt von schönen Dingen. Weißbären. Wir müssen nicht Gute Nacht, Josh, sagen, weil es hat die andere schon vorgebracht. Ansonsten, wie beenden wir jetzt die Folge? Jetzt können alle anderen auch Gute Nacht jetzt. Kussi aufs Bauch hier. Und knabber an den Zeh. Warte mal, wir können es mit einem unserer besten Geräusche überhaupt beenden. Jetzt sieht die Welt doch wieder viel besser aus, Dominik, oder? Das stimmt. Das ist wirklich ein ganz furchtbares Geräusche. Auch amüsant, ich gebe es ja zu. Alter, vor allem, wenn du jetzt Toonstruck gespielt hast, da gibt es ja diesen einen Fußbuttler. Ja. Stimmt. Danke. Wir machen jetzt immer den Deckel zu, weil ich glaube, auf meiner Festplatte ist nur noch für 26 Stunden eine Aufnahmekapazität. Na dann. Gute Nacht, liebe Leute und gute Nacht, Josch, trotzdem.